Ich weiß, manchmal bin ich aber echt dumm, ey. Sag mal, wie macht der Zug? Oh Mann! Man wird einfach aggressiv. Ich lasse es doch nicht los! Es ist einfach müllig. Es ist auch so müllig. Ey, ey, oah. Ich glaube nicht. Komm mal hin. Easy. Wer weiß, was passiert ist? Wer weiß, was passiert ist? Easy. Wer weiß, was passiert ist? Sag mal, wie macht der Zug? Noob, nooob. Also. So. Das ist jetzt der perfekte Screenshot. Berühre ich den Zapfen? Oder nicht? Das ist der perfekte Screenshot. Ich kann halt nichts mehr machen. 1 HP. Er ist tot. Am Gift stirbt er. Oh. Man muss einfach nur so wie ich alles genau berechnen. Man muss einfach nur alles genau berechnen. Das hatte ich schon bei dem Turnier. Das war das. Das war alles drin. So. Oh. Und das ist da. Das ist nicht möglich. So. Wir haben den Fakt gelöscht. Übertreib nicht mit den O's, ne? Gute mal abschlafen, du uns. Keine Wildschweine, die sind okay. Kein Gegner im Spiel ist so hart wie ich stehe. Und die Bauern gegen. Geh doch ran! Hä? What? 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 Cheats! Ich weiß nicht, was passiert. Oh mein Gott, der Cheats! Ich weiß nicht, was passiert ist. Komplett zerschießt das Level. Xivius, danke für dein Sub-Geschenk. Oh mein Gott. Okay, nehmen wir mit. Also auch immer das war. Im Prinzip muss es sogar schneller sein. Oh! Hallo? Hallo? Niemals? Ey, wie kann der einfach niemals sagen? Unverschämt. So, ihr Plebs! So, Mo, hier! Für dich! Okay. Mit dieser Tür könnt ihr den Double Shell Jump überspringen. Oh mein Gott. Und ich schaff's halt einfach wirklich nicht. Erst eine große Fresse haben und dann nicht schaffen. Oh ja. So lieben wir's doch. Ja, es ist super selten, dass die Seite kommt. Also das kann ich jetzt nicht mal so eben zeigen. Also ich bekämpfe die. Das ist super selten, dass die Seite aufgeschlagen wird. Da, 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 da! Oh mein Gott! Oh Gott, ich hab nichts gesehen, Leute. Oh mein Gott. What the fuck? Das ist ja auch sehr seltsam. Was sollen die ganzen Wallens da oben? Ich bin mir leider nicht sicher. Ja. Nennt mich Gott. Mein Gott. Guckt euch das an. Ey, ich hasse die... Ich hasse den! Mein Gott, ich hasse diesen Kampf. Puh. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin... Eintreffer und Tod. 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 Alter Schwede, war der Assi. Junge, Junge, Junge. Was mit Zaps hier auf Twitch zu tun oder was? Das sind verzerrte Zaps da. Über der Kamera. Das hat nix mit Zaps hier auf Twitch zu tun, das denken viele, das ist aber nicht so. Das sind wieviel Zaps ich gegessen habe, ist es in einer Woche. Immer nicht pro Monat. Und wenn das manchmal während des Streams weniger wird, dann verdau ich die in dem Moment. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Junge, okay. Da wird dein Gehirn komplett geschmolzen. Junge, da wird's komplett... Ne, warme Pizza finde ich nicht besser als kalte. Hallo? Junge, rot Junge! Was denn? Ja, fahrt doch hoch! Jetzt fährt der hoch! Ey, der fährt nicht hoch und dann geh ich nach links und der fährt hoch! Junge! Elektriker! Ich arbeite als Elektriker, Elektriker! Schnell! Schnell! Mach! Mach! Ach! Mach! 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 Ja! offizielle, oder? Ist ja immer so, dass man Sachen beweisen muss. Ich glaube, offizieller Beweis, warum das einfriert, ist Druck und so. Ich glaube, so steht das in den Lehrbüchern. Das ist wie in der Mathematik, wenn da die ganzen, den Satz des Pythagoras, wenn der bewiesen werden muss, dann ist es meistens auch nur, ja, Rechnung und so. Da ist er! Jetzt sterbe ich, ich sag's euch. Ich sag's euch, wie es ist, jetzt sterbe ich. So dumm, das Game. Springen! Ich hab fünfmal gedrückt. Was war denn da los? Ey, da ist Kleber auf dem Boden an der Stelle. Wirklich. Mann, dieser schwarze Polizist! Ja, ich bin tot. Mann, Mann, Mann! Man wird so aggressiv bei dem Game. Es ist mit nix zu vergleichen. Ich zeig euch mal was. Das ist die eine Seite. So. Das ist der Boss, den ich gerade besiegt habe da vor. Der Roboter. Der Anfang des Dungeons. So, wir gehen jetzt auf die nächste Seite. Ich geh jetzt hier hin. Wir gehen auf die nächste Seite. Was kommt? Die Drachenechse. Killroy? Drachenechse. Wie wär's mal mit einer Map von dem ganzen Scheiß? Einfach mal die letzten zweieinhalb Stunden im Spiel. Die sind nicht so wichtig. Die müssen wir nicht in den Berater packen. Da kommt irgendwann der Boss. Du gehst einfach weiter und irgendwann kommt der Boss. Die Map ist da runter. Achso, ist das so? Oh, dann sag ich nix. Oh, Tatsache. Ja komm, aber wir verbirren uns. Ah, noch ne Kiste. Die können ja aufeinander, oder? Ja, die können aufeinander. Also, für mich ist das das beste Spiel 2020. Und der Soundtrack lockert's. Ey, Junge, geh einfach weg. Schmeiß' nen Fisch. Junge, hör'n diese glückliche Familie im Hintergrund. Ey, ey. Ich bin Störer. Äh, Kirche auf. Guck mal, wie die tanzen im Hintergrund. Was ist mit dem Hasen da hinten los? Oh ja, das ist voll schön. Mich? Oh nein. Oh nein. Jetzt bist du Störer. Oh nein. Oh nein. Alter, das ist... Das ist zu viel. Das ist zu viel. Aua, Junge, mein Knie, wenn ich irgendwann meine kleine Kniescheibe mehr habe, wie häufig ich mir einfach das Knie aufklopp. So, Fisch, kill mich. Komm schon. I'm prepared. Fuck you. Mit Korn. Junge, Junge, ich kann da nicht hin. Okay, der ist so blöd. Der läuft einfach am Ende gegen seinen Tod. Ich hab' noch nicht hundertmal mit einem Rum geredet. Was bringt das? Er gähnt. Hey, du. Ja, genau du. Ich jetzt gestorben werde. Hände weg von den Hühnern. Ziegen ärgern erlaubt. Aber Hände weg von den Hühnern. Okay, ein Versuch noch. Ein letzter. Und der wird hundert Prozent, weil jetzt weiß ich, wie es funktioniert, hundert Prozent wird der klappen. Hundert Prozent. Tausend Prozent. Weil man einfach nur wissen muss, wie es geht. Und der muss natürlich sitzen. Ich wusste, ich wollte es nicht sagen. Nur der Scheiß mit er. Und danach ist alles free. Auch vorher. Ich bin ein Ninja. Ich bin ein Ninja. Habt ihr die Dodges gesehen? Die grünen Dodges? Wie viele waren das um mich herum? Die Ecke. Diese Ecke. Mann, das ist so schlecht, Junge. Mach die doch raus. Die hat überhaupt... Die hat gar kein Bewandtnis, diese Ecke. Die Ecke ist so bescheuert in dem Level. Die hat gar keinen Zweck. Die ist in einem Bereich, wo ich mich überhaupt nicht bewege. Warum muss die da sein? Der ist viel zu tief, die Wand. Die Ecke ist so beschissen einfach. Direkt genau aus mit dem Scheiß-Spiel. Halt du, das ist der... Also, bitte. Können die Deadblocks machen, die aussehen als der ins Deadblocks? So ein Kitzzeichen drauf oder eine Todenschädel. Schließt irgendein Scheiß-USB-Kacke noch an. Dann fehlt da Strom. Dann ist nicht mehr genug Strom dafür da. Den anderen USB-Geräten funktionieren nicht mehr. Das geht nicht. USB ist halt Müll. Den Kanzler kann ich imitieren. Sonst noch was machen kann? Müsst ihr nur sagen. Sonst noch was machen. NACHM-NACHMEN! ÄHN, JUNGE! Das ist doch nicht wahr! Das ist doch nicht wahr! Das ist doch nicht wahr! Hey Leute, ich höre nicht wie es klingt, das ist wahrscheinlich nicht schön. Aber vielleicht klingt es gut, keine Ahnung, vielleicht klingt es auch kacke. Hey komm du Arschloch, was war das denn da unten? Wer hat denn den Schalter wieder rumgelegt? Easy with the first try. Bin ich blöd, ich habe es so verschenkt, ich habe es so verschenkt. Kampf Okapi. Einfach so eine kleine Ecke, wahrscheinlich unter den Dachschlägen, irgendwie was Nettes kleines aufgebaut. Fertig, was ist das denn? Warum geht das Licht hier aus? Computer, Streaming an. Warum geht das Licht hier einfach aus? Roomtour-Video kommt morgen und da habe ich ihn nachvollziehen. Mario Grand Prix. Klar Marker, bist du ready? Hundert Runden, Babypark! Klar Marker, Junge! Morgen hundert Runden! Boah, Alter, die Mucke! Hals, Maul, Pinguin Baby! Ich zeige euch mal einen Flex. Ich dachte, der nimmt zumindest die Strecke auf den Boden. Ich wusste nicht, dass ich nicht springen darf. Ich weiß noch nicht, woher wird der Mucke auf dem Boden gehen! Wird sagen von Bubar? Quatsch! Moment! Moment. Aber das ist auf jeden Fall die richtige Datei. Die ist nur extrem hässlich. Okay. Das heißt, ähm... Der Save war auch ekelhaft. Und dann noch das Ende. Oh, ich wusste gleich, dass dann kein so ist und nixig. Das ist schon mal so. Kennt ihr diesen Dansen? Er kann's n gut. Kennt ihr diesen Dansen? Er ist gut in Sachen. Kennt ihr diesen Dansen? Er hat Rekorde aufgestellt auf der Welt. Und jetzt springt er mit dem Mario-Mann über Sachen, weil er's kann Hey Dansen, dieser Dansen, er ist krass, es ist Dansen Mann Dansen macht Sachen, weil er Sachen machen kann Oh yeah Und? Ich hab Angst Hallo Das Ergebnis? Nein, ist der Gewinner Alles gut Wie gut Puh, kratzt nicht, guten Morgen Oh Gott, dieser Yoshi, wie sitzt der denn hier, das ist ja gruselig Ich weiß nicht, ob der da gut sitzt Der achte Monat ist der wichtigste Mlemlemlem Hm, ich weiß es noch nicht Hallo Leute, Ton wieder on point, natürlich, was man gewohnt ist Flaschohr Danke für den achten Monat, Klempner ohne Skill Vielen herzlichen Dank für dein Sub-Geschenk Und dann hab ich gesehen, Lebydos T3 Sub Junge Vielen herzlichen Dank T3 Sub im Intro Vielen herzlichen Dank Oh, ich muss mir angewöhnen, tolle SMB-Musik in der Fullscreen-Szene zu machen Weil wir sie einfach alle mögen Zumindest so ein bisschen Ähm Alter, in Fratz 59 hast du irgendwie Ist das irgendwie ein anderer Murmel? Lass es sein jetzt Die 60 bitte nicht mehr Boah, obwohl das wäre hart, ne? Das wäre glaube ich auch für so Monks nicht so gut Mach das nächste einfach weg Krank, vielen herzlichen Dank Ja Leute, es gibt SMW Und es gibt Bravely Default Das ist heute so der Plan Und ich glaube heute mal ein bisschen mehr Bravely Default Weil es muss jetzt mal zum Ende kommen Nächste Woche kommt Outriders Da hab ich Bock drauf Und deswegen, also das Bravely Default Muss mal so langsam zum Ende kommen Ja, ich habe so ein bisschen überlegt Ähm, was ich für Hex spielen könnte Mir, ähm, was jetzt ja schon seit ein paar Tagen überall gespielt wird Ist dieser Kaizo Level Contest Gedöns da Ähm, dieser, wie heißt es Kaizo Level Design Contest Das sieht man ja schon auf vielen amerikanischen Streams, sag ich mal Und da werden einzelne Level gespielt Finde ich auch ganz spannend, aber ich weiß natürlich nicht Was für Level davon toll sind Aber da gibt's schon wirklich nice Dinger Ähm, Bravely Boring Ja, das ist Ich find's sehr geil Und das ist das, worauf's ankommt Zekolaus, danke für den zehnten Monat Tequila, danke für 23 Monate im T2-Sub Juhl! Ähm, Zekboi heute nicht, nee Also, auf jeden Fall Ähm, SMW erstmal Ähm, ich hatte auch noch die Idee Weißt du, was man auch mal machen kann als Langzeit-Op-Projekt? Schönen Sonntag hin Man könnte einfach auch mal Ähm, ich geh jetzt mal hier hin Auf, äh, speedrun.com gehen Und sich die SMW-Hacks hier angucken, die da gelistet sind Und sich einfach die ersten Plätze holen Weil bei manchen ist das halt Denk ich mal nicht schwer Lora Tator Dankeschön für 14 Monate Äh, danke für 7 Monate Zecha-Yel-D3 Finde ich eigentlich ganz cool Also, einfach mal Wir gucken mal, was hier hochgeladen ist Äh, kenn ich ja manchmal gar nicht Und dann hole ich mir einfach den ersten Platz Sagt er einfach mal so Naja, bei manchen ist es glaube ich easy Bei manchen ist es natürlich schwer Aber es gibt bestimmt auch welche, die sind free Ich kenn's ja nicht Aber ich geh mal davon aus Finde ich eigentlich ganz interessant Klickt ihr auf Casio? Ne, da nicht Hätte ich eigentlich mal Lust drauf So als Langzeit-Projekt Hier einfach überall gerankt zu sein Mario Mystery Meat Wer speedrunnt das? Oh mein Gott, Bro Bro3256 Greetings to America I'm sorry For your time Oh mein Gott, das tut mir wirklich leid für euch Leute Ja, ähm Aber ja, irgendwie finde ich das eigentlich gar nicht so scheiße Könnte man mal angehen, oder? Ich meine Was ist denn hier das Neueste? Super Big Super Shy Guy World Das hab ich sogar runtergeladen 42 Minuten Polyphony, hab ich das nicht schon gar gespielt? Da gibt's keinen! Okay, der ist free! Okay, der ist free! Obwohl Kai so percent Ja, hier ist der erste Platz aber sowas von free Äh, ja Also hier will ich's schaffen Smithereens Ja, hm Ich hab den, ich kann ja... Okay, hm Ja, man könnte glaube ich schon sehr einfach Titan schon gespielt Mir sagt es nichts Orca Orca kenne ich Ne, kenne ich aber auch nicht den Hack Ich brauch nur eine Zeit Ist natürlich auch schwer einzuschätzen For Yums For Yoshi Was? Hab ich doch auch schon gespielt? Ich kann doch einfach alles einsenden, was ich gespielt hab Ja Aber irgendwie finde ich die Idee auf lange Frist cool Weil das ja irgendwie ganz nett ist Crazy Scar, dankeschön für den 12. Monat Weepilies, danke für 100 Bits Steffi, danke für 17 Monate Dankeschön Ninji Story Guck mal, hier sind sogar ein paar Das ist ja dann ein bisschen geiler Vielleicht sollte ich nicht die nehmen, wo keiner ist Das ist ja irgendwie dumm Oh mein Gott, The Legend of Zelda The Mini Quest, wer? Oh mein Gott Ja, hab ich irgendwie Bock drauf Komm, ich hab sogar zufälligerweise das hier runtergeladen Super Big Super Shy World Aber erstmal mach ich gleich Tower of Shells fertig Super Big Super Shy World hab ich runtergeladen 42 31 Das heißt, weiß ich jetzt ja nicht Oh, kann das der Creator sein? Moderated by Teddy Mason 74, das könnte der Creator des Hacks sein Ey, jetzt mal ohne Kack Leute, wusste einer von der Zeitumstellung? Also ich nicht Ich wusste das nicht Ich wusste das null Null Äh, ich wusste es null Und ich wusste das in meinem Leben sonst immer Aber das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich das einfach nicht wusste Woher weiß man das denn eigentlich? Weil im Fernsehen oder in Nachrichten Woher weiß man das? Woher weiß man das? Ne, ich wusste das nicht Ich wusste gar nichts Hä? Gehen die Uhren jetzt falsch? Ach lol, okay, wusste ich nicht Ich wusste das nicht Nachrichten ist doch eh nur noch Corona Es gibt doch gar keine anderen News mehr Das meidet man ja manchmal schon Also ich hab das nicht gewusst Ach guck mal, das ist nur der Creator Ja, das habe ich auf jeden Fall Gucken wir gleich mal rein Und dann ist das das Langzeitziel Dass ich einfach hier die gelisteten Packs spiele und eine Zeit einsende Das ist meine Idee Das machen wir so Ach das steht sogar hier Guck mal hier auf der Uhr Ich wollte gerade sagen hier Da sieht man es Aber das heißt da steht da Aber Sonnmar und Winterzeit umstellen heißt das Interessant Ja Gucken wir über Corona nichts mehr an Ja, ich mir auch nicht so wirklich Also muss man jetzt ja nicht unbedingt Frustriert ja einfach nur Ja, aber das meint es ja Beginn der Sommerzeit Später Picos, der will dir einen Weltrekord klauen Wo denn? Wo hat denn Picoschen Weltrekord? Was ist denn cute Kaiserworld? Ey, ja ich mach das Das ist eine coole Sache Wir grinden jetzt mal hier ins Leaderboard Moment mal Genau Genau, we peel this Das machen wir Wir grinden ins Leaderboard Aber Erstmal machen wir Ähm Ding ins Kirchen weiter Tower of Shells Habe ich angefangen Und dann würde ich gerne Wir fangen mal einfach oben an Super Big Super Shy World Machen wir einfach mal Ich kenne es nicht Ich weiß nichts La metric heißt die Uhr Ja Viel zu teuer Viel zu unnötig Aber irgendwie ganz nett Aber nicht nur empfehlen Wenn man sich sie schenken lässt Oder sowas Ja und dann können wir auch mal Hier Super Big Super Shy World Super Moo World Hat jemand gerade im Chat gesagt Ein Einsteiger Hack Finde ich eigentlich auch immer ganz nett Power of Shell Rein Okay Lol, ich kann ja gar nicht weitermachen Oh Das heißt ich muss vom Anfang anfangen Ne Ach shit Oh Achso doppelte Musik Ja das ist richtig Ja würde ich jetzt nichts für ein Einstieg spielen Jetzt ist Just a Bluff Ja gibt ja andere Sachen die man spielen kann Oh Aber es kann doch nicht so lang sein oder? Weiß es einer? Ich meine jetzt weiß ich doch wie es geht Es kann doch nicht so schwer sein Moin Moin Denson Hippe Dann würde ich jetzt nochmal anfangen Ich habe 18 Minuten gespielt Leute 18 Minuten Das mache ich im zweiten Mal in 10 Also ich finde jetzt schade den anzufangen Und dann einfach wegzuschmeißen Nur wegen Also der wurde auch in 24 Stunden gemacht Der kann nicht so lang sein Komm wir machen die Zeit auf 0 Und starten einmal noch rein 18 Stunden steht da ja ich weiß Du bist eine 18 Stunden So rein in den Tower Digge Moin Komm nochmal Ah ja wie schön Kanderous Dankeschön Kanderous Kam eigentlich kein Kai Sogitas Das ist Hoffmann Gute Morgen Die Runde kleiner als 3 Nee du bist eine 18 Stunden Es war ein bisschen hart der Diss oder? Nee erst weiter hüpfen Nee 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 Moment Das hatte ich doch irgendwie komisch gecheesed Nee Ja das war gecheesed Okay Ah da kam Wasser stimmt Easy Double Shell Jump Ja Ah okay Mit der Infinite weiter nach rechts Zack zack Easy peasy Macca-reasy-reasy Ich habe richtig Bock auf SMW Leute Ich habe richtig Bock auf SMW Ich habe richtig Bock auf SMW Ganz krank Ja Warum spinne ich auch Nach 10.000 Versuchen endlich ein Double Shell Jump Ja Ist natürlich am Anfang ist es so Ich weiß gar nicht warum das so als Als Königs Disziplin am Anfang gilt Ich finde es gibt so viel schwerere Sachen auch im Einstieg Als ein Double Shell Jump Aber das ist halt Upsala Ist natürlich auch Geschmackssache Ich finde einfach das alleine Sprung Kontrolle mit Regrabs und so ein Kram finde ich Also ein Double Shell Jump Okay so ein Flacher da Mit R Ja gut aber mit R Der verbaut ja kaum noch einer Ein Key Jump Da Aber so Ich finde das Cape, man kann ja nicht sagen, das Cape an sich ist leichter als ein Double Shell Jump. Zittrige Finger. Oh, fast noch, fast noch weggeschmissen, ich Idiot. Ich verzweifle am Installieren. WoW? Oh Mann, Junge, Simply, das ist nicht gut, Junge. WoW zerstört alles, es gibt schöne andere Sachen, Zeitumstellung, also, ne, dass man was verpasst, kann ich gar nicht verstehen, um ehrlich zu sein, weil ich würde sagen, jeder hat doch irgendeine Uhr, die sich selber umstellt, oder? Weil ich meine, jedes Handy, jeder Wecker stellt sich ja von selbst um, also verpassen kann man nichts, man kann sich halt wundern. Außer du hast halt kein Handy. Gezieht gerade jemanden, der kein Handy hat? Also, ist ja natürlich auch völlig wertfrei, ist ja auch eine Entscheidung. Ja, okay, krass, also, wie gesagt, völlig wertfrei. Ach, bisschen laut, oder? Bisschen laut, die Mucke. Aber ein bisschen leiser. Ja, ich... Ich hoffe, es ist klar, dass ich mit Handy Smartphone meine. Wie geht denn der Shit? Ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag. Vielen Dank, Holzwurm B. Dankeschön. Und der Pilger. Vielen Dank für eure Resubs. Lau. Huhu. Danke für den siebten Monat. Und Nuss. 1701. Dankeschön für den neunten Monat. Danke. Immer noch sehr laut. Ja, die ist aber auch irgendwie laut hier, die Mucke. Das ist mir aber auch aufgefallen, in meinem Hack ist in dem Screen Rap Level ist die Musik auch lauter. Das muss ich unbedingt fixen. Also, das ist nicht gut abgemischt. Hä, wie geht das hier? Ich wünsche einen schönen Tag. Hä? Weiß einer, wie das funktioniert? Schau doch erstmal in klein. Das hilft mir ja nicht, oder? Weiter kommen in klein. Ja, das habe ich ja gemacht. Ducken und durch werden aber mit der Shell. Passt nicht so geil. Ja doch, ich kann sie graben, aber damit kann ich halt dann nichts machen, ne? Oder so irgendwie? What the fuck? Okay, das ist ja super strange. Okay, das ist ja super strange. Das ist jetzt gerade jemanden, der hier den Stream über VR guckt. Oh mein Gott, jetzt hört auf. Was? Immer als ob, Pekosch. Glaube ich nicht. Ne, ne, der kommt, das glaube ich jetzt nicht. Ich gucke immer im Autokino. Was ist das für ein komischer Move? Halb nackt im Bett? Das ist ja okay. Ups. Guten Sonntag. Das glaube ich dir sogar, Ringe. Nice. Wo hast du das her? Vielen Dank, Hellraiser86 mit dem besten Baujahr. Und DJ, danke für den fünften Monat. Und Hellraiser für den vierzehnten. Danke sehr. Ey, was ist das für ein Kack-Move? Wie ist das für ein Kack-Move mit dem runterlaufen? Margo. Margo? Da denke ich irgendwie, warum denke ich ja an Mahagon von Final Fantasy 9? Ich weiß es nicht. Dankeschön für den achten Monat. Wenn sie macht Sachen, weil er Sachen machen kann, wenn sie nicht. Tina Tinkens. Dankeschön. Was ist das für ein Dreckslevel? Das wäre geil, wenn jemand über Röhre guckt gerade. Das würde ich halt auch wieder feiern. Okay, verstanden. Aber man musste erst mal drauf klarkommen jetzt. Das macht ja auch Sinn, Bonkel, aber ich glaube, Moment mal. Es ist ja quasi... Ist es überhaupt möglich, auf der Röhre zuzugucken? Also nicht klassisch ohne irgendwelche Konverter, ne? Also du kannst ja auch keinen Amazon-Stick oder so in die Röhre stecken. Das ist halt eigentlich unmöglich. Ups. Über den DA-Konverter von einer noch geht's. Stimmt, 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 stimmt. Hä? Wie geil ist das denn? Moment mal. Ich brauche das Teil. Ich könnte ein beliebiges Video im Hintergrund auf einer Röhre laufen lassen, oder? Hä? Das wäre ja mega stylisch. Als Raumdekoration. oder? Mario Odyssey auf der Röhre? die Welt, wo das überhaupt nicht alles funktioniert ist. Aber Mensch, was zu sehen ist... Was die Worte weiß nicht. Es gibt die Worte nichts. Ich frage mich doch nicht. Ja, das ist die Frage, Pikosch. Boah, ist das ätzend Andreas84, danke für deinen frischen Prime Sub Das ist so ätzend Hm, ja Die Frage ist, ob es simpler ist an den Converter von Analog zu kommen Ist der wahrscheinlich out of stock oder so wie alles Auf dieser Seite Oder ob man Eher irgendwo so ein super seltenes Röhrengerät mit HDMI-Anschluss bindet Ich glaube, da ist einfach alles ausverkauft, Gary Alter Code gerade für Superintenden Alert-Skript Kommt ja, wann kommt es raus? Im Mai sollen wieder ein paar kommen oder im April Vorglümander Danke für den achten Monat Vorglümander Äh, die Webseite Ja, die kann man eigentlich auch mal runternehmen In der Webseite braucht kein Mensch mehr Aber ja Ja, der Wandel ist auch ausverkauft Ist doch klar, da ist einfach fucking hell alles ausverkauft Also die haben alles richtig gemacht, glaube ich Und die machen sich dadurch auch so interessant Und ich glaube, das ist auch Nicht blöd Vielleicht gar keine riesige Stückzahl zu machen Wenn du irgendwas anbietest, das permanent ausverkauft ist Dann ist das erstmal interessant Oh, die Kassette, die habe ich auch, Ikea-Anus Das war so ein Werbeding Ich glaube, die war damals bei irgendeinem N64-Band Ne Ne, ne, ne Wo war die denn bei? Ist das assi Ja, klar, John Phillips Mir hat doch jetzt, äh, am Freitag Hab ich doch ein Paket ausgepackt Wo unter anderem dieser Rio hier drin war Von Blind Chicken Germany Sau krass Also Äh Packe ich auch live im Stream aus Sau krass Und die Playstation-Spiele sind in der Spiele-Sammlung jetzt auch drin Unter Ausrufezeichen Spiele-Sammlung Die neuen Und der Yoshi, der auch Und einige Playstation 2 Spiele Oh, ist das assi Brauchst du eine Light Gun? Für welches System? Wie viel ist Achso, ich brauche Achso, für die Playstation 2 Naja, eine Light Gun funktioniert nur mit einer Röhre, ne Das ist so schlecht hier Dieses Abbremsen da drin Ich hasse es Ich verabscheue es Ich muss die Blue Shame mitnehmen Ja, cool John Phillips Boah, Eila Aus der mysteriösen Cartridge Ja, die wurde hier nicht genug wertgeschätzt Das Ding ist Dass ich mir immer noch nicht sicher bin Wie legal sowas ist Ich hab's mir auch selber nicht angeguckt, muss ich sagen Sie liegt hier Sie liegt immer noch hier Boah, die Tür Bei den letzten hast du eigentlich Super Mario 3D World auf der Switch zu Ende gespielt Habe ich glaube ich gar nicht mehr zu Ende gespielt, ne Ok, das passiert, wenn ich L und R drücke Alles klar Boah, geil Ich spawne Shells Das muss ich unbedingt in meinem Hack auch einbauen Das muss ich unbedingt einbauen Das ist halt so geil Boah, es ist aber auch wild Ah, dann mach ich mal wieder auf der linken Seite Und man muss Y dabei halten Jetzt ist der Key-Kontroller unten rechts unvollständig Das stimmt Wir könnten es ganz stümperhaft Äh, ja, äh Okay, okay, hässlich Aber ihr seht eine R-Taste Okay, reverse Conlucky Filter ist nicht Ach, der ist gar nicht aktiviert Ja, das stimmt Oh, Moment Kann ich eigentlich immer lassen, oder? Jetzt mal ohne Kack Kann ich eigentlich immer lassen, die oberen Tasten Warum hab ich die jemals rausgemacht? Aber ich will es halt echt nicht so So knallig haben Ja Ja, ich wollte es halt eben nicht so ganz haben Ist egal, ich lasse es jetzt so Ich will es halt eigentlich nicht so mega wuchtig haben Da sie mir dem ganzen Jahr schon fast nahe gerückt Ah Zu früh, Respawn Loku, danke schön für den achten Monat Und die Unholy, danke für deinen Prime-Sub Danke schön Chef Hans, danke für den dritten Monat Ah, das ist wild, ey Was? Ach, du Scheiße Oh, um Gottes Willen Ja, guck doch mal Man sieht die L&R-Tasten schon Aber das ist halt auch Das ist halt eigentlich auch Ich will das lieber kleiner haben Die L&R-Taste Die braucht man halt einfach nie Ihr seht ja, wann ich sie drücke Äh, ihr seht ja, wann ich sie drücke Äh, weil eine Shell kommt So, das ist halt Wo muss ich denn hin? Er ist geil, ne? Die Unholy Ich sag's dir Ich freu mich auch auf Bravely Default heute Und wie gesagt Ich weiß Dass es nicht nur Dass es eher Viele Leute eher öde finden hier Äh Das macht mir aber nix Leute Ich lieb's einfach sehr Ich darf da nicht so hoch Alter Enter the Gungeon Ist so geil Also wer sich das nicht holt Enter the Gungeon Ich hab schon so viele Stunden reingesteckt Enter the Gungeon ist einfach mega Und es kostet gerade nix Rein Und ihr braucht nicht mal PS Plus Also es kostet wirklich nichts Enter the Gungeon ist so ein Äh Twin Stick Bullet Hell Roguelike Ja Würd ich schon sagen, ja Ja, ich hab Enter the Gungeon schon im Koop gespielt Ich hab Viele Sehr, sehr viele Spielstunden in Enter the Gungeon Dead Sets hab ich gespielt, ja Aber da gab's ja auch dann DLCs und so Da bin ich dann raus Muss ich da hoch Muss ich da hoch Jetzt hat's halt auch Switch-Interaktion, ja das hatten wir auch schon im Stream mal Ja, das ist ja Geschmackssache Also ich fand If an Enter the Gungeon ist Ein Premium Spiel Ein absolutes Premium Spiel Ah Bonkel Ich spiele da tatsächlich Äh, ich hab Ich hab gestern Zum Beispiel Äh, äh Ich spiele auf der Playstation 5 noch viel Offscreen Ich spiele auch gerne mal kleine Indie-Spiele oder so Die man nicht kennt aus dem Store Lade ich runter Ja, Dorfromantik ist auch geil Ähm Und spiele die durch Ich bin gestern hängen geblieben Auf Ups, hat er Moment mal Auf einem Spiel Das darf ich ja nicht erzählen Ich erzähl's auch nicht Aber ich bin wirklich hängen geblieben Ich hab' ich erzähl'n nicht, welches das war Und bin jetzt kurz vor der Platin Irgendwie Sieben Stunden gespielt oder so Bescheuert Aber ich sag nicht welches Quatsch-Spiel Aber ja Nein, kein Fortnite Ich sag mal ein Spiel, das 99% der Leute hier im Chat noch nie gehört haben Minecraft, genau Kann man da eine Platin holen? Cat-Quest, geil, Sweaty Cat-Quest, sehr geil Ne, das Boyfriend-Spiel wollte ich aber mal zocken Cat-Quest ist gar nicht schlecht Nein, nö Tauli, danke für deinen Prime-Sub Hentai-Simulator Ne, Pikus, da bin ich raus Ist die einzige Platin, die du besitzt Welche? Ups Boah, Alter, das ist schwer Tauli, dankeschön Goat-Simulator Ne Dead or Alive Ey, ich bin Streetfighter-Spieler Ne, Dead or Alive bin ich furchtbar Oh, Alter Nein, das ist nicht, überhaupt nicht peinlich Null Es ist überhaupt nicht peinlich Wo bin ich denn hier hin? Genau Kakazu hat geguckt, der kleine Flepp Shing heißt es Man konnte einfach in mein Profil gucken So ist es ja nicht Shing Shing Ja Einfach so ein Beat them up hack and slay Mit einer sehr coolen Mechanik Über den Store, Pikus Einfach mal geguckt, was da so gibt Wait Ich würde es nicht empfehlen Also an der Stelle Ich will für sowas gar keine Werbung machen Weil ich das furchtbar finde Das Spiel ist nicht gut Das Spiel ist echt trashig Ich würde es nicht empfehlen Das hat mich aber trotzdem irgendwie gefesselt Weil es eine geile Steuerung hatte Das ist ein Beat them up Also so ein Sidescroll hack and slay Ein beat them up Ein klassisches beat them up Aber das Interessante daran war Dass man halt Schwertkämpfer spielt Und mit dem rechten Stick Die Schwertbewegung macht Und das fand ich irgendwie interessanter Als nur 4 drücken Ach und dann hatte ich schon Bei der Hälfte keinen Bock mehr Aber dann habe ich gesehen Oh Moment Die Platin ist gar nicht so wild Ja dann Dammit Aber empfehlen würde ich es nicht Klingt irgendwie nice War es auch kurz Aber dann merkst du irgendwie Wie trashig es eigentlich ist Wie schlecht es aussieht Wie Wie trashig das Game ist Und dann Aber dann merkst du Oh Moment mal Platin Trophäe Eigentlich nur durchspielen Dann so ein paar Challenges Dann ein bisschen was auf Zeit Relativ simpel Ja Also ich habe ja schon so häufig gesagt Für mich hat dieses ganze Trophäen System So viel wert Gibt es irgendein Spiel Das mir Spaß macht Dann ist die Wahrscheinlichkeit Sehr hoch Dass ich da auch die Platin Trophäe Holen will Es gibt halt coole Trophäen Und es gibt Beschissen Und Ich finde sowas wie Uncharted Da wir eine Platin zu holen Oder so Ist halt Ich habe die Platin nicht Ich habe sie noch nicht Aber ich habe 80% Der Trophäen glaube ich Oder so Uncharted zum Beispiel Hat so eine beschissene Die ganzen Naughty Dog Spiele Die ganzen Naughty Dog Platin Trophäen Sind wild Weil dann hast du Irgendwie immer sowas Spiel das Spiel das Spiel In unter 2 Stunden 30 durch Oder so Da denke ich mir Bei so einem Naughty Dog Mammut Spiel Hä Nachdem ich das durchgespielt habe Habe ich doch nicht Bock Das nochmal zu spielen Und das dann in 2,5 Stunden So ein Uncharted Oder so The Last of Us Hatte das nicht auch So ein Geschwindigkeitsding Das tönt mich ab Axiom Verge Wollte ich mir sowieso mal angucken Und wie soll ich denn da warten Hä Ne ich habe gar keinen Uncharted auf Platin Ich bin jetzt auch nicht der krasseste Platin Jäger Also da gibt es andere Leute Wir können ja mal Ich wette hier im Chat Gibt es halt auch Kranke Ich glaube ich habe jetzt 46 Platins oder so Und das ist Ich weiß Manche sagen schon Oh Und dann kommen die Die haben 350 Oder so Ja aber das ist dann auch wild Also Ah Mist Ich habe 0 Ich habe 4 Ja 106 106 Ja krass Das sind 31 Knapp vor 32 Bei Remnant Ey Remnant würde ich auch so gerne spielen Aber fucking hell Warum läuft dieses Drecks Game Auf der PS5 In einem Frame pro Sekunde Also das habe ich nicht verstanden Remnant hat mir Würde mir auch richtig Bock machen 104 Platins Da wie stark Nein also ich finde Remnant Hier Es ist ein geiles Game Bin ich mir sicher Aber ist nicht spielbar Auf der Playstation Danke für den Enter Gungeon Tipp Äh ja Also erstmal Umsonst ist nicht zu teuer Sollte die sich jeder holen Aber wenn ihr es gespielt habt Dann werdet ihr mir dankbar sein Und sagen Okay Denzen hat recht Das Ding ist ja mega fett Und es macht süchtig Enter the Gungeon Bash Game Überhaupt Ja online oder Multiplayer Trophäen sind sowieso wild Ich hätte hier noch Bock drauf Auf die Platin Muss ich sagen Ne Haben wir ja hier im Spiel Im Stream gespielt Can't drive this Die geht wohl auch Weil du eigentlich nur spielen musst Ähm Das ist halt easy Die Frage ist halt Wie viel man spielen muss Und es gibt irgendwie So eine Multiplayer Trophäe Ähm Mali MM Hey Greetings man Hope you're doing fine Kaiso Action Hast du Crash 4 auf Platin Die ist bild Ne Ich hab aber Die Äh Crash Trilogie Auf Platin Immer der letzte Marley I I Can't remember If you Uh Said something About Are you planning The To To Add your hack On speedrun.com Junge Are we twisted it today Oh nice Awesome Oh 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 Alter Need video proof ich habe noch kein klatscher auf dem oberstenkel der kommt noch weil hallo platin da ärgere ich mich ja dass ich das auf der xbox angefangen hatte obwohl ich dann später erfahren habe dass es ja cross plattform safe state gibt quasi safe state vertrete ich speicherstand und weil hallo hätte ich eigentlich gerne noch mal gespielt auf der ps5 man ich mache es zu früh alter das ist wild hast du monster hunter rice gespielt ja echt mal zu ich möchte mal zu monster unter sagen junge das hat krank bock gemacht also monster hunter rice und ich hätte nicht gedacht dass ein 30 frames spiel mich überhaupt noch mal interessieren könnte also ich kann verstehen dass das gerade sehr viele suchten oh mein gott das ist aber hasse ist das assi also ich glaube mit monster der rice macht ihr einfach nichts verkehrt wirklich ob das jetzt ein promo ding hin oder her ist wer für das was ich jetzt sage relativ egal das ding war mega geil also monster hunter rice hat richtig spaß gemacht und ich glaube da kann man wirklich richtig schnell drin versinken und ich habe noch gestern beim einschlafen den ein oder anderen stream gesehen davon mein gott wenn da die großen monster kommen alter aber diese 30 frames sind halt mein persönliches logo ich weiß dass ich da super empfindlich bin und das auch nicht der maßstab sein sollte für eine bewertung finde ich weil das einfach auch ich bin da echt super pingelig wo meine finger ja aber das ist für viele egal ja ich kann das verstehen dass ich finde das auch so geil mit den seilkäfern da und so mein gott eine sekunde zu früh ja fette kartoffel vielleicht habe ich auch genau dieses phänomen weil ich fand es am ende als ich diese arena quest da gemacht habe gar nicht mehr schlimm das hat einfach nur spaß gemacht und dann wolltest du die ganzen mechaniken von den waffen schnallen und so alter das war einfach ultra nice ich kann nichts anderes dazu sagen dass das war wirklich geil und wenn der teil auf der playstation 5 kommt mit 60 frames dann schwöre ich euch bin ich aber am start wie soll ich denn da warten wie geht das ich muss da mal pause drücken das hat maximal 30 rival aber das ist ja auch ein scheiß spiel hat er nicht gesagt oder hat er nicht gesagt aber er meint es halt so das spiel ich lieber das spiel ich lieber immortal phoenix rising also wenn ihr mich fragt mich fragt ja keiner das große problem an warum ich es mich so schwer tue zu sagen breath of the wild ist schitte ist dass es halt ein zelda spiel ist nein und zelda ist halt hammer geil aber das spiel breath of the wild ist für mich nicht geil das spiel ich lieber phoenix rising wirklich gameplay technisch steckt das aber breath of the wild hardcore in die tasche aber es ist halt ein zelda spiel und zelda ist halt geil deswegen ich glaube ich bin auch der einzige mensch der nicht geisteskrankheit ist auf breath of the wild 2 ich meine ich das heißt ja nicht dass es so wie wir wie breath of the wild 1 das ist ein leidiges thema damit schon häufig darüber gesprochen auch jetzt auch gar nicht so aus breiten wieder aber das schlimmste an breath of the wild 2 sind die dungeons ich habe gar kein belohnungssystem ich habe nichts was mir bei zelda sonst gefällt dass ich ein dungeon mache da gibt es ein neues item und dadurch komme ich irgendwie weiter gibt es nicht ich habe noch nie in einem zelda so wenig interesse an kisten gehabt wie bei breath of the wild in den in den in den schreinen hast du ja immer diese optionale kiste da war nur kacke drin was du überhaupt nicht brauchst irgendeine dreckswaffe die nach drei schlägen eh kaputt ist es macht gar keinen spaß eine truhe zu öffnen in breath of the wild ja und das schlimmste sind natürlich die zerstörbaren waffen so das ist das allerschlimmste und dann und dann diese dämlichen dungeons und wo ist dieses geile gefühl dass ich plötzlich ein enter haken habe und komm da und da dann da weiter und stattdessen kriegt man diese komischen dummen skills diese komischen skills wo ich dann plötzlich einmal lebe oder mich ein oder wo ich nur hoch fliegen kann das war noch okay ja kisten nee fall okay kisten rupees naja aber wir sagen mal so bei breath of the wild gibt es ich sag irgendwie eine imaginäre zahl tausend kisten im spiel und 990 kisten haben müll drin wo will ich hin ne warte mal alle haben müll alle kisten es gab kein man hat sich nicht über eine kiste gefreut null es gibt keine freude in dem spiel und ich weiß es leider nicht mehr so genau aber wofür waren rupees in breath of the wild die ausrüstung die ausrüstung die fand ich halt auch totaler müll das einzige was nett war war diese kletter ausrüstung die hatte irgendwie so ein effekt aber ob ich jetzt 10% weniger damage krieg oder so weiß ich nicht ja doch herzteile sind doch geil aber herzteile gab es doch nicht in breath of the wild die hyrule schildkiste okay die ist in ordnung so kurz mal abgehatet über breath of the wild aber im endeffekt ist natürlich geschmackssache ich finde auch die overworld stink langweilig ich auch aber das ist geschmackssache manche sagen die ist total cool und mein helfer schreibt auch gerade mich hat die welt gepackt ich weiß zwar nicht genau was aber ja ist alles im endeffekt natürlich eine geschmackssache aber wenn ihr mich fragt wie ich das spiel finde wisst ihr jetzt wie ich breath of the wild finde ich finde die welt stinke langweilig aber das sollte ja auch so ein bisschen so sein so endzeit szenario auch irgendwie und so ne okay hartes level hier muss man einfach sagen zwei millionen und ihr könnt es euch wünschen übrigens am donnerstag es stand schon im intro und in der pause gibt es die ticket ziehung ne die ist natürlich sehr interessant weil die bestimmt unter anderem natürlich auch teil des contents in der nächsten zeit hier mein gott das level ey junge nirgendwo hh 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 hier 45 Minuten dran, das stimmt nicht, denn dieser Hack hat nur ein Exit für die, die dazugekommen sind. Aber 20 Minuten sitze ich bestimmt an diesem Teil hier. Kindergeburtstag! Ach komm, hell wie kreativ! Oh nein! Ach du heilige Scheiße! Ach du heilige Scheiße! Bin ich Sprite overload? Warum sieht der denn so mega scheppig aus? Alter, das ist hart! Das ist sau hart, das wird lange dauern. Das wird lange dauern. Das wird lange dauern. Das wird sau lange dauern. Boah, das geht so in die Finger! Alter, 14 Hits niemals. Wenn der 14 Hits braucht, mache ich jetzt aus. Ah, das ist hart. Weiß einer, ist es confirmed, dass der 14 Hits braucht, der Boss? Sagt mir wirklich mal, ist das wirklich so? Braucht dieser Boss, ohne dass sich eine Phase ändert, oder so 14 Hits? Ja, das geht so. Ja, das geht so. Ja, das geht so. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich. blablabla 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 war doch klar 14 hätte kein mehr gemacht ja blablabla ok aber ich habe jetzt gleichen rhythmus danke für 28 monate junge der hit ist halt das problem also das kann ich natürlich unendlich lange machen naja unendlich ist es schwer das geht so krank in die finger lk poste die granaten mensch einer 4000 jahre dabei auch schon crazy typ dankeschön alle die hits sind das problem nicht dass das juggeln da unten hier richtig sich wieder keine orte 1 oder t2 oder t3 sagt heiler das ist sauhart red kitzu dankeschön jata man kann ich die da nicht hinlegen so dass er alleine rein verliegt trick 17 er ist doch klar sind eigentlich nur sechs räume oder so also wie soll man die hits machen ich schneide es nicht okay 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 Wo soll ich denn dann hin? Muss ich groß sein oder kann ich danach noch Shells zünden? Wo soll ich denn da sein? Wo soll ich denn da sein? Tsushima ist echt machbar. Und die hat echt Spaß gemacht. Die habe ich zum Beispiel auch geholt. Ich muss groß sein, oder? Na ja, die Füchse? Was war denn an den Füchsen das Problem? Die Füchse waren eine der easysten Sachen. Die Wand nutzen, du meinst so? Boah, es ist sauschwer, das zu koordinieren. Ja, Gustav Tsushima Film in Planung. Boah, meine Finger, ey. Krank. Merke ich so heftig in den Händen. Moment mal, ich frage mich gerade, kann ich nicht einfach... Moment mal, ich glaube, das Steuerkreuz brauche ich gar nicht. Ohne Scheiß. Ich glaube, ich brauche die linke Hand nicht. Geht das mit dem Full Jump? Ja, das geht. Ich kann das mit einer Hand spielen. Achtung. Na gut, aber ist schwer. Aber theoretisch möglich. One Hand Challenge. Das dauert noch, sage ich euch. Der Fight hier, der ist wild. Nee, er macht auch keinen Spaß. Er tut einfach nur den Händen weh. Okay, Jintomic. Kann ich nicht sagen, so dran ist es. Lass die da unten liegen bleiben, ne? Und dann immer wieder den Spawn zerstören von der Nächsten. Das ist halt ätzend. Boah, Alter. Ah, immer der. Enter the Gungeon ist einfach krank, Apostel. Die ganzen geilen Synergien, die es später gibt mit den Waffen. Oh, ich sage, der dauert noch eine halbe Stunde. Ich sage es euch. Der Bossfight zerstört meine Finger. Ist der assi? Das ist ein richtig assiger Bossfight. Boah, Alter. Nein, keine... Es muss ja nicht immer für jede Sache eine Wette geben. Ich finde es auch nicht cool, wenn ihr sagt hier... Oh, Mots, macht mal eine Wette. Die gibt es sowieso gerade sehr häufig bei SMW-Hacks. Es muss nicht in jedem Level eine Wette geben. Oh, mein Gott. Das ist so scheiße, dieser Spawn. Wie willst du das machen, Alter? Nee, ich habe nicht alles freigeschaltet. Und alles besiegt. Nee. Das ist so shit, dass man dann die andere aufhebt und dann drücke ich L und dann gehen sie kaputt. Das ist so bescheuert, dass die da liegen bleiben. Oh. Das ist so dumm. Es wird halt... Es wird halt dauern, weil das immer wieder random passiert. Sag mal, wie macht der Zug? Noob, noob. Noob, noob. Da schon wieder. Da liegen bleiben ist halt shit. Das hätte jetzt auch wieder in die Hose gehen können. Da, schon wieder. Das ist so beschissen. Ich... Oh mein Gott. Das fühlt sich halt deshalb leider nicht gut an. Ja, guck mal, das gezielt zu machen ist halt, ist ja, wenn ich das versuche, passiert das? Nee. Lol, Picosch, du Kranker. Ich hab's nicht empfohlen, ne? Na, das ist so janker Shit, gefällt mir leider nicht. Also, das ist ja gar nicht jank, ich weiß ja woran es liegt. Mein Gott, ist das dumm, Alter, es ist so beschissen. Oh, da liegen einfach viel zu viele Shels unten. Schon wieder. Ja. Braille ist da, Leute. Ja. 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 Wow. Einfach mal im Mikro hängen geblieben. Hä, Finn MTG? positions. es kann doch keiner vorbeikommen der das jetzt besser spielt geht doch gar nicht also unrealistische frage er sieht es nicht da ist es doch naja also ich kenne jetzt niemanden in meinem umfeld der jetzt mal hierhin kommt und besser ist als ich also in meinem umfeld kommt jetzt keiner hier kurz hin und spielt das besser das wird nicht passieren da müsste man schon weit fahren aber ich weiß jetzt nicht also ich kenne niemanden hier aus essen und weiter fährt man jetzt ja nicht an dem sonntag das würde schon reichen ich kann was essen glaube ich nicht ist da costa glaube ich nicht dass das so ist der weg wäre zu weit und ich glaube auch nicht dass ein barb jetzt tausendmal schneller wäre wo sonst bist du denn her brian's gaming eine zweite ist super hart gregor cheesy dankeschön für den fünften monat wird gezogen den würde ich instant aufmachen es fühlt sich leider scheiße an wegen dieser stacke mit dem mit dem respawn also man man ärgert sich halt jeder vielleicht zweite dritte tod ist nicht so vorhersehbar naja schon wieder ich hatte die schelle in der hand und du weißt es halt nicht und du drückst dann natürlich weil du früh eine schelle sparen lassen muss und dann ist sie kaputt moment das kann natürlich helfen die seiten wechseln oh 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 Nein! TheFox87, danke für deinen Prime-Sub! Boah, Alter! Ich leg mich aus dem Fenster, das ist einer der härtesten Boss-Fights, die ich in der letzten Zeit gespielt habe. Geh, Alter! Geh, Alter! Geh, Alter! Mein Gott, das ist so beschissen. Was war denn nochmal der Endboss beim Morsel? Ich weiß es gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Oh, Octopass Travel ist eines der coolsten Rollenspiele, finde ich, die es gibt. Auch wenn da die Meinungen weit auseinander gehen. Auch so ein Buu. Ah, dann weiß ich. Sind sie immer ein Buu? Fast. Ja. Man muss groß sein. Boah, nee, den fand ich sehr unangenehm. Zumal es in den Fingern einfach unangenehm ist. Sehr schön. Netter Hack, muss man sagen. Netter kleiner Hack. Ups, naja, gut. Puckjam. Netter kleiner Hack. Congratulations! Time spent in Lunar Magic. 18 Hours, 15 Minutes. Genau, das war auch so ein Projekt, ne, und ich mache in 24 Stunden einen Hack. Big Shoutouts to SMW Community and buy Brazilian. Nice. Schöner Hack. Hat Spaß gemacht. Ach, krass. Ja, das würde ich jetzt auch rein starten. Zeit einsenden für Platz 1? Ne, das ist nicht Platz 1. Ich glaube, es gibt schon ein Fach Brechtless, oder? Ich meine, das sind 5 Räume. Jetzt Weltrekord in unter 2 Minuten. 2 Minuten? 2 Minuten? 2 Minuten? Wenn man das Deathless macht? 2 Minuten 20 ist das. Andi Toxin, Junge! Oder so! Andi! Dankeschön für 5 Sub Geschenke, Junge! Ich danke dir von Herzen. Das ist sehr schön! Das ist sehr schön! Dankeschön, Andi! Das ist nicht schön, dann hast du einen Fehler gemacht. So, äh, ja. Ich weiß noch nicht genau, was mich erwartet. Ähm, Super Big Shy World. Gibt's auf SMB Central, also eigentlich ganz gut. Äh, Super Big Shy World. Ich guck mal, wie viele Exits es hat. 29?! Nein, das will ich nicht sagen, Andi. 29 Exits?! Jesus Christ! Das ist viel! Ach, du heilige Scheiße! Ja, dann dauert es eben kurz, bis ich die Splits hier habe. Tierschgrün! Danke für die 5... Deine Cartridge-Uhr geht falsch. Geht nicht falsch. Kreisel. Tierschgrün! Unten rechts. Ach so. Ja, das interessiert mich nicht. Tierschgrün, Dankeschön für die Sub-Geschenke. Dankeschön, ich freue mich auf dein Paket. Ich bin gespannt. Ich liebe Pakete aufpacken. Also, das ist wirklich, äh, das Nonplusultra. 29 Exits. Ja, Hallöchen, ey. Okay. Ne, die Frage ist, wie viel Any%? sind. So. Zack. So, das Ganze heißt Super Big Super Shy World. Ah, tatsächlich, der eine Entry von Teddy Mason ist dann von Creator tatsächlich. hochgeladen am 20.03. 2021. 29. Exits. Bums. Ja, ich bin gespannt und freue mich. So, schauen wir mal rein. Ich glaube, man spielt einen Shy Guy. Ich weiß nicht, ob das jetzt schön ist. Power Rangers, Zeit zum verwandeln, Junge. Oh mein Gott, was ist das für ein hässliches Model. Oh Gott. Jetzt habe ich gesagt, ich spiele das auch noch. 29 Exits. So, ich schreibe das noch in den Titel. So, können wir eine Wette machen? Können wir nicht, leider, weil die dauert würde, ob der, ob der Creator kommt. Ich finde das so gut. Super Big Super Shy World. Zack. Äh, ist das schon das erste Level, oder was? Schon das erste Level? Nein, oder? Doch, nein. His last piece of pizza stolen and all of those within Skyland turned to Shyland turned to Shy Folk. The big Shy Guy sets out to stop this. Oh, heftige Lore. Okay. Okay, diese Overworld ist... Erstmal ist sie perspektivisch. Sag mal nicht ganz richtig. Willkommen zu Shyland. In diesem magischen Ort, der big Shy Guy will viele neue Herausforderungen. Good luck. Die nächsten Level in fünf Tries. Das nächste Level... Achso, nicht das. Denk dran, wenn der Timer... Ja, steht im Chat. Wenn der Timer abläuft. Ich würde sagen... Scheiß das. Ich würde sagen... Scheiß das. Und certain... Wow. Grüße. Die sieht so aus wie ich, wenn ich Lunar Magic designe. Ich glaube nicht. Vielen Dank. Das ist ja eine Frechheit. Das ist ja eine absolute Frechheit. Dankeschön. Willkommen. Wie gesagt, hier gibt es Super Mario World, so wie jeden Sonntag. Super Mario in... Super Mario World in einer Hackform. Das heißt, nicht das klassische, was vielleicht die meisten kennen, sondern... Super Mario Hacks bedeutet so viel wie... Ja, sowas wie Mods von Super Mario World. Also das klassische Super Mario World wird von Leuten aus der Community gemoddet, verändert, schwerer gemacht, deutlich schwerer gemacht. Ähm... Und... Ja, das werdet ihr hier sehen. Aber das kenne ich jetzt auch nicht, das ist blind. Von daher gehen wir mal rein. So! Okay, wow. Das ist unglaublich hässlich. Das ist schon mal hässlich. It's dangerous to dig through open trash. Wow. Wow. Okay, ja. It's dangerous to dig through open... Aber ja, okay. Klar. Killed natürlich. Macht Sinn. Das sieht fast sehr Adventure-mäßig aus. Weiß ich noch nicht, ob ich das mag. What the fuck? Also Custom Grafiken sind aber mal hart am Start. Scheiß Street. Okay, der Typ hat auf jeden Fall gerne gepixelt. Wow. Kaizo Light soll das eigentlich sein. Wow. Kaizo Light. Aber es fühlt sich gerade nicht so richtig Kaizo an. Wow. Das fühlt sich sogar eher so mittelmäßig an. Wirkt langweilig. Ja, ich finde es auch sehr lahm. Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt noch. Das fühlt sich gar nicht cool an. Wie geht denn dann? Das fühlt sich nicht ab. Und wenn es sagt, wenn es das Problem ist. Das fühlt sich nicht so wichtig. Das fühlt sich nun nicht ab. Das fühlt sich nicht ab. Leute, und ihr müsst mal schnallen, dass die Prediction natürlich immer erst dann greift, wenn der Timer abgelaufen ist. Es ist doch klar, dass das nicht gilt, wenn der Timer noch läuft und man noch abstimmen könnte. Alles, was da steht, gilt immer erst, wenn die Prediction geschlossen ist. Und nicht vorher. Das ist doch klar. So häufig liest man im Chat, ah, Mist, Fail, der Timer läuft noch. Ist doch klar, dass das dann noch nicht gilt. Wenn ich jetzt noch abstimmen könnte und schon fünf Tries vorbei sind. Wartet immer erst ab, bis der Timer. Das fühlt sich halt wirklich so kacke an, leider. Muss ich sofort sagen, also... Es ist sehr kompliziert, ja. Alter. Alter, das fühlt sich halt grauenhaft scheiße an. Es fühlt sich wirklich leider scheiße an. Hat null Flow, das Level ja. Leider ja. Hat wirklich komplett gar kein Spiel Flow. Ich bin mal gespannt. Ja, auf jeden Fall Viper spielt. So schnell bricht das nicht ab. Das erste Level war jetzt irgendwie ein bisschen öde. Aber die Mucke kann natürlich was. Oh, Level 1 und Level 2. Ja, ich glaube aber Level 3 heißt Level 3. Okay, darum geht es jetzt. Fünf Tries. Ich gebe mein Bestes. Remember what we learned last Level about certain enemies. Try jumping when they're at their lowest. Yoshi. What the fuck? Eins. Das ist halt kein Kaizo, ne? Das ist halt langweiliges Adventure. Na, ach, diese Tonnen, dass das Damage ist, ist halt auch. Nein, tut mir leid. Ich kann nicht. Also wir gucken uns das dritte Level noch an. Aber das ist für mich kompletter. Das ist, das hat null Spiel Flow. Das ist, was zur Hölle. Das ist, was zur Hölle. Ja, ich mach noch das Level und dann ist es leider RIP. Gefällt mir leider nicht. Hm-hm. Ich meine, die Custom Grafiken sind schon echt sehr nett, ne? Alles hier Shy Guy. Oh, komm schon. Shy Guy gemacht. Es ist auch mega lahm. Das Läden ist einfach furchtbar. Also deswegen sind auch Adventure Hacks nichts mehr für mich. Also ich würde mich halt nur aufregen über fehlende Flow und Geschwindigkeit. Dann spielt Super Meat Boy. Ne, ne, ne. Habe ich ja schon gespielt. Gute Games. Gute Games. Gute Games. Gute Games. Manchmal weißt du auch gar nicht, was Vordergrund und Hintergrund ist. Warum ist da ein Block unten? Ja, ist cool, ne? Boah, ne, das ist wirklich schwer auszuhalten. Das ist wirklich schwer zu ertragen. Das ist der Hack. Der ist wirklich, der ist nix für mich. Der ist nix für mich. Wie gesagt, ich will jetzt nicht zu krass schlechtreden, aber der ist einfach für meinen Spielstil nichts. Der ist halt einfach viel zu lahm. Viel zu lahm. Tut mir leid, Nafer, für die Arbeit mit der Mucke, aber das hätte keiner ahnen können, dass das so ist. Tut mir wirklich leid. Weil du die Mucke ja immer raussuchst oder rausholst. Aber das ist halt, das will man sich wirklich nicht antun. Super Moo World hatten wir noch. Wurde gerade empfohlen. Das ist relativ... Soll wohl auch eher simpel sein. Ne, Flash. Flash. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Auf Python, ja, weil er schlau ist. Oh mein Gott, die Kuh ist schon mal sehr schön. 20 Minuten bist du durch mit Moo World. Ja, ich kenne es nicht. Ja, aber ist doch okay. Wie viele Exits hat er denn? Ich guck mal. 16. Von Yendu. Okay, so einfach. Okay. Das klingt ja dann jetzt auch schon wieder ein bisschen dumm. Ja gut, aber dann ist er schnell durch. Dann kann man ein Häkchen dran machen. Ist ja auch okay. 16. Remove. Zack. Super Moo World. Super Moo World. 16 Exits. Von Yendu. 20-06-0-5-2022. Okay. Schafft denn den Hack in 20 Minuten. Deine Uhr geht falsch. Das ist die Uhr der Cartridge. Na ja, blind jetzt in 20 Minuten. Okay, das wissen wir natürlich nicht. Ich starte immer erst mit dem ersten Level. Das ist nicht Speedrun-Strategie, aber... Oh, Luigi, geil. Farber Luigi wakes up to what he thinks is a normal day, but he notices something just doesn't feel right in his nugget. He investigates. Der Rekord ist 6 Minuten. Mu-Bahn. Oh, no, Maggie Mu is missing. Go into the pipe for the tutorial and helper-blocks. Or go right to start your journey. Wir gucken uns das Tutorial an. Novox, danke für 13 Monate. Okay, regular jump, hey. Okay, nice. Mahlzeit zusammen. Deathblock, Helper-Switch, Helper-Switch? Novox, Junge, danke für 13 Monate. Achso, ich will keinen Helper-Switch. Ist das der Easy-Mode? Ja, 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 ist der Easy-Mode, ne? Ja, 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 ja. Okay, verstanden. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Hä, ist der so Easy-Mode? Okay, wir gehen mal hier rein. Pop Gardens. Oh, hi, my name is Pop. I will guide you in finding our friend Maggie-Moo as you make your way through. Warte mal, da ist der Checkpoint? Was? Was? Muss ich die essen? Hä? What the fuck? Ja. Okay. My Sunflower. Oh. 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 Der war fies platziert. Der war fies platziert. Nein. Oh. Kuck. Ja, macht jetzt auch nicht so viel Bock, um ehrlich zu sein. Direkt-Game aus mit dem Scheiß-Spiel. Hm. als ob da kein secret ist so verarsche ich mache mich auch nicht lustig über jeden der damit anfängt um gottes willen ist doch perfekt wie soll man denn sonst das ist doch perfekt zum anfangen the broken trees appoint pointy they will hurt you beware das war überraschend sind es jetzt stacheln ja ja aber ich also hätte irgendwie anders weiß ich nicht das sei jetzt nicht bedrohlich aus ja komm schon die hätten deutlich anders aussehen können die stacheln pure folter ja naja aber 20 minuten wird glaube ich trotzdem zu knapp oder wie viel exit sind okay links oder rechts going to the mines underground super nicht gesehen kaiser 3 gespielt nee diese alten gefallen mir nicht so gut aus heutiger sicht sind die schwer zu spielen aber rift world ich kann schon mal ein bisschen spoilern von bei kai so geht das geht es bald um ein level bei rift world und ich muss echt sagen rift world hat spaß gemacht zu spielen zumindest das eine level ja sehr fair den zweiten ja das ist leider auch nicht so was mir gefällt hier um ehrlich zu sein das ist ich weiß nicht also unabhängig vom schwierigkeitsgrad der ist jetzt auch nicht so überragend der ist jetzt auch nicht so überragend ja ja oh oh things are not always what they seem in this place so you can't take anything for granted halt okay okay so okay 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 Monster Hunter, ich würde gerne mal wissen, wie viele Leute das aus der Community spielen und ob man damit gemeinsam gut was machen kann. Ist das jetzt ein Secret Exit oder nicht? Ich weiß es nicht. Ein P-Palace, ich gehe davon aus. Lumos Palace. Ja, Rise, ich fand es auch, es sah mega krass aus. Es hat so Spaß gemacht. Ich brauche den Normal Exit, wieder kein Jump, ja, ich weiß. Muss ich dann hier lang? Ist das der normale Weg? Hä? Und den Grün kann ich auch hochheben? Wow, wirklich? Wow. 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 You're right. Amst du immer mehr? Ja. Wow. So, das stimmt. Okay. So, das stimmt. Okay. Bitte macht das mal. Klärt sowas mal außerhalb des Chats hier, Bonsai Beer. Das muss man jetzt nicht hier in dem Chat klären. Hachi, danke für Prime. Dankeschön für dein Prime-Sub. Die Level sind sehr schön. Finde ich auch optisch sind die fein. Ich finde sie spielerisch, weiß ich jetzt noch nicht. Ja, Moin. Da bin ich wieder. Oh, lol. Jo. Ja, wirklich. Ja, würde ich auch sagen, ne Fall. Man muss ja auch mal ein paar Sachen ausprobieren. Ist ja jetzt nicht verkehrt, aber das ist auch wirklich nichts für mich. Wow. Ja, das ist ja nicht verkehrt. Ja. Untertitelung. BR 2018 You have come so far, but the journey isn't over. Beyond this door, you will have a chance to save Maggie Moo. Oh, yeah. Wird spannend. Maggie Moo. Give me Maggie Moo. Da oben ist Maggie Moo. Maggie Moo! Ich komme! Maggie Moo, mach dir keine Sorgen. Maggie Moo, ich bin da. Hab keine Angst. Was? Er hat eine Hitchbox? Was? Oh man, warum? Oh man, warum? Lol. Äh, was? Das ist der eine Block an der rechten Seite, diese eine Reihe, die da ist, aber wo man nicht hin kann, macht einen wahnsinnig. Ich habe sie jetzt gerettet, sie ist explodiert, streng genommen ist sie explodiert, also gerettet habe ich sie nicht. Ich wollte sie hochheben, ich dachte ich kann sie tragen, Maggie fucking Mu, aha. Wow, okay, das ist mir zu grausam. Bin ich ehrlich. Hä, ja, wie soll das gehen? Ich hab's eingeschlafen. Was passiert hier? Credits. Super Mu World, GG. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also gut, dass es diesen Hack gibt und gut, dass man da auch gut rein spielen kann zum Trainieren. Aber ja, es hat mir jetzt nicht so richtig Bock gemacht. Wie viele Exits gibt's noch? Noch fünf, ne? Obwohl ein Schalterpalast ist ja keiner, ich glaub. Äh, ein Schalterpalast ist ja gar keiner. Ne, eben No Peanuts ist... Was ging um diese Kuh? In der Star World gibt's Schokolade-Level mit Motor-Skills und Gravity-Switch. Ja, ich würde gerne da hin. Die paar Exits mach ich jetzt auch. Boah, was für schöne Münzen. Das ist ne Frechheit, Pikusch. Ach man, jede Wette muss immer ausdiskutiert werden. Ist halt so schwierig. Na klar, da muss man... Die Frage ist, muss man immer alles so eindeutig formulieren? Ich mein... Es ist doch klar, wenn da steht, schafft er den Hack und dann bin ich in den Credits, dann ist er durch. Da steht oben immer die Anzahl an Exits, die der Hack hat. Das ist ja immer so. Das ist ja jetzt keine neue Regel oder so, die es gibt. Da oben steht ja einfach, wie viele Exits der Hack hat. Oh, lol. Man läuft nach links. Achso, mir fehlt der Palace. Was war denn der andere? Hab ich gar nicht gesehen. Eben, ich wusste ja auch gar nicht, wo es lang geht. Hier, ich hätte ja auch das machen können. Was wäre dann gewesen? So, das ist... Ich wusste ja gar nicht, was der richtige Weg ist. Okay. Okay. Okay, Rib. Ne, noch nicht. Ne, noch nicht. Der wird ja respawnen. ein bisschen weg sein. Oh, dacht ich, es ist komplett rip. Hallo? Fett, beeil dich, bitte. Oh, fies. Alter, der kommt aber wirklich richtig assi. Der ist bösartig platziert. Hätte klappen können mit so einem richtig ekligen Re-Grab. Was gibt's heutige zu essen? Das weiß ich noch nicht. Ist noch viel zu weiter hin. Jetzt wird es heut Abend was geben. Ob! 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 Wow. Genau. Ein hidden pearl. Oh Gott. Tischkante, danke für dein Re-Sub. Oh Gott. Okay, ich kann den wahrscheinlich greifen. Hä? What the fuck? Okay, da ist kein Wasser mehr. Okay. Ganz nettes Level, muss ich sagen. Oder? Oh, ich hab den Secret Exit vergessen. Nettes Läppischchen. Ich bin dumm, 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 oh. Okay. Das hat mir jetzt gut gefallen, muss ich sagen. Stimmt, da hab ich den Secret Exit vergessen. Salty Kisses. Ich glaub, ich weiß wo, hier wahrscheinlich. Hä? Komm schon! Wer hätte auch gedacht, dass hier das... Ey! Was ist das für ein Bait? Beim Suchen auch drauf reingefallen. Ops. Naja, ich hätte es schon gefunden, aber bitte nicht spoilern. Ich glaube, das ist auch nicht nötig. Junge! Der ist halt einfach auch zu hoch platziert an der Slope. Schulter, immer mal an der Slope. Der ist ja nur toll. Boah, ich verstehe das nicht. naja er ist für einen gesunden spiel flow zu hoch platziert ja definitiv da oben wahrscheinlich ich glaube da oben ja auch auch Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, ist kein Problem, Black Mesa. Aha, Green Palace. Die Zeitumstellung war so eine krasse Überraschung für mich. So eine Wolke. Die Jam-Quote ist halt unterirdisch, 0 von 2, glaube ich. Von 0, von 2 oder von 3? Eieieieieieieieieiei. 2, ne? Jam-Plus 86, ja. Peinlich, peinlich, peinlich. Peinlich, peinlich. Auf jeden Fall 0, das stimmt. Von was auch immer, aber es sind 0. Lalalala. Ja, du hast recht, Pikusch. War das jetzt hier? Ein Jump ist der Sprung nach dem P-Switch. Nachdem man den P-Switch aktiviert. Ein Sprung, nachdem man den P-Switch aktiviert. Und das ist ein Ein-Frame-Trick. Also, ich habe einen Frame Zeit, nach der Aktivierung noch abzusprengen von dem P-Switch. Neb. Star Road. Da ist der normale Weg. Das ist jetzt hier special. Sweet Drama. Oh, du heilige Scheiße. Low Gravity. Welcome to Space. You will feel more floaty, but there is no need to hold your breath. Oh mein Gott. Ich hasse das. Das ist... Wow. Ups. Ich will halt in einem Mal durch. Das ist so dumm. Also, Bravely Default 2 habe ich nie richtig gespielt. Ich weiß nicht, das habe ich nur kurz mal gespielt. Das wollte ich mal in einem Urlaub spielen. Habe ich aber nicht gemacht. Aber Bravely Default 1, auch großartig. Oh, es fühlt sich so... Oster mache ich kein... Wer macht den Urlaub aktuell? Oder meinst du streamfrei einfach? Nein. Bei mir gibt es kein Streamfrei an Ostern. Was ist das denn für ein komischer Jump? Nicht auf Malle? Nein. Ausnahmsweise nicht auf Malle. Ausnahmsweise nicht. Oh, wo? Ja, wie asozial ist denn ein fucking Shell Jump bei so einem Kack? Leute, da kommt eine neue runter. Oh. Nee, da bin ich einfach kein Fan von. Also, ich muss sagen, alles ist cool. Aber das, was die Physik von Mario verändert und so, finde ich halt einfach kacke. Ist nichts für mich. Nee, ich hasse es. Nee, das braucht wirklich keiner. Das braucht wirklich keiner. Weil das ist auch nichts für Anfänger. Oder das bringt einem Anfänger nichts. Diese Scheiße wirst du wahrscheinlich niemals mehr in einem Level irgendwo haben. Und wenn du das so speziell... Da hilft dir das auch nicht, dass du das mal gespielt hast. Das ist eine Kackmechanik. Ich finde, die grundlegende Steuerung sollte sich nicht unbedingt verändern. Klar, so Motor Skills finde ich cool. Das ist doch totaler Müll. Alter. Junge, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Oh, sind doch so viele Exits. Ja, weil ich die Peace-Schalter immer als Exit werte. Oh, jetzt habe ich auch gedacht, ich hätte Low Gravity. Oh mein Gott. Motor Skills. In diesem Level nur. Du kannst nur zwischen Regular Jump. Okay, nice. Motor Skills. Oh ja. Gut. Das... Das ist etwas tun. Ich wille halt一下. Ich finde, Bob-Oms sind gar nicht so simpel. Hey, ups. Sind gar nicht so simpel. Die sind immer irgendwie, die können immer fies sein. Ähm, so als, als ganz normales, als ganz normale Plattform, sag ich mal. Finde ich die schon immer unangenehm. Ja, finde ich auch. Alles am Schirm ist ätzend. Das ist auch in Ordnung, Luffy, finde ich. Ich splitte jetzt mal nicht, weil mir fehlen hier ein paar Splitze. Ich habe jetzt nur bis 16 gestellt, dann wäre es Ende. Sugar Rush. You will be able to switch between normal and reverse gravity using L and R on platforms. Oh, nice. Hey, ich habe gedrückt. Hallo. Ich habe gedrückt. Wo war er? Hä? Ach, das kann ich nicht, ja, ich kann das nicht in der Luft machen. Hallo. Ah, geht nicht im Jump. Geht nicht im Jump, ich Idiot. Ah, geile Mucke, oder? Moin, moin, den Sohn. Ha! Hey, was ist denn los? Das ist doch wohl nicht wahr. Also, meine Shell Jump Quote, also ist es heute nicht mein Tag. Ah, Mist. Hallo, Mr. Free Time. Cooles Level. Ja, muss, Curry Carl. Den muss man halt nur irgendwie tracken, das wird das Problem, ne? Also, ich habe keine Ahnung. Oh, jetzt habe ich wieder gesplittet. Oder kommt jetzt schon Credits. Ja, okay. Nett, nett, aber mehr nicht, fand ich. Hä, Team Sherry Community? Wo hast du denn den? Leak her. Aus welcher Fantasy World. Ja, das ist glaube ich, auch so. Aus dem Futschi-Putschi-Land hast du die Info, oder? Team Sherry Community. So, Haken dran. Wurde schon geleakt? Ich glaube nicht, dass das geleakt wurde, oder? Musst du vielleicht mal F5 drücken. F-G-A-H-Korn, danke für den 14. Monat. Und der Mic 88, ich danke dir auch für deinen 4. Monat. Rocky Steel, danke schön für 37 Monate, du bist schon so lange dabei. Grüße. Hachi, danke für deinen Prime Sub. Shadows, 5-6-1. Danke schön für 34 Monate. Und Norvox für 13 Monate, danke schön. Die Muck haut mich aber irgendwie aus dem Ladschiff nicht gut. So, okay, habe ich jetzt noch irgendwas cooles drauf? Ich will mal wieder einen geilen Speedrun, Leute. Ich habe Bock auf einen geilen Speedrun, der mich sofort abholt. So ein Invictus-Ding. So ein schönes Invictus-Ding. Ja, Eldorado war ja nice, ja. Ja, Team Sherry ist mir auch ausgelutscht. Tibbeth Takes a Walk. Das gab es tatsächlich auch, ne? Auf SMW Central. Auf Speedrun.com Ich sage es dir, Flamongo, finde ich auch. Es wird Zeit. Das habe ich aber auch schon gespielt. Äh, Quito ist halt, da ist es. Siehst du, die F5-Taste regelt. Ein halbes Jahr beste Unterhaltung. Alles in Ordnung, Zeichen. Prime Pool 2 nochmal. Ne. Dann lieber Invictus. Da wäre auch übrigens noch mehr drin gewesen damals. Heute würde ich bestimmt noch mal eine bessere Zeit haben bei Invictus. Was hatte ich jetzt hier drauf? Die habe ich alle gespielt. Okay, dann habe ich jetzt gar nichts mehr. Hä? Das geht nicht. Wir haben erst Viertel nach 20, nach 2. Kann ich nicht aushalten. Habt ihr spontan noch irgendwie was Geiles? Was habe ich denn hier noch drauf? Dann Stream aus. Grand Pool 2 wäre so krank. Ne, nicht nochmal. Diogenal Mario Speedrun. Fly me to the stars. Nope. Ach, Rift 2. Boah, Rift 2 kann anstrengend sein. Aber ich habe es ja gesagt. Rift 2 habe ich. Oh, da weiß ich nicht, wie lange man das aushält. Aber ich habe, und ich spoiler schon mal. Ähm. Rift 2 wird in Kaizu-Gitas eine Rolle spielen. Wenn du nicht stirbst, landest du auch nicht auf der Overworld. Hm. Äh, ja, spielt da eine Rolle. Und da habe ich gesagt, also ich habe, ich sage da, also ihr werdet das sehen. Ich sage, oh, Super Rift Road ohne Fast Restart. Ich will das nicht. Und dann spiele ich ungefähr eine halbe Stunde. Und es macht so Bock, Progress zu machen. Muss ich wirklich sagen. Also, ich weiß, dieser, dieser, ähm, ohne Fast Restart schon sehr anstrengend. Aber der Progress, der da kommt, macht schon Bock. Man geht ein bisschen anders an das Level an. Ist mal was anderes. Rift. Boah, da sind drei Versionen. Vanilla Music, No Music und Normal. Vanilla Music. Bei drei Jahre den Zengönung. So, packen wir mal drauf. Ich teste mal rein. Äh. Benutzt du Opera oder klackert die Wolken einfach so? Hallo? Was ist schöner als dieser Sound? Kann mir jemand eine Antwort geben? Äh, Antwort geben? Eine Antwort. Hä? Wo habe ich jetzt die SD-Karte? Achso. Also, eine Tastatur, die so nicht klingt, die ist nicht für mich zu gebrauchen. Da gehen nur die alten Commodore-Tastaturen noch drüber. Die sind noch geiler. Trip. Klonk. Mit dem Schädel auf dem Blechtisch. Geil. So. Übrigens, Leute, morgen. Freut euch auf morgen. Denn morgen gibt es ein bisschen Special-Stream. Zusammen mit dem Utz. Den ich ja wirklich sehr mag. Sehr guter Geselle. Werden wir hier dieses Ding ins Kirchen spielen. It Takes Two. Also, morgen wird es sehr gemütlich. Ähm, It Takes Two gemeinsam hier live vor Ort mit Utz und Bierchen. So ist die Idee. Ganz entspannt. Mit Chips und Bier. Und gemütlich machen. Vielleicht holen wir auch die Gelb... Boah, vielleicht holen wir auch die Sessel. Und machen es hier ganz krank. Klar, Blackio. Immer. Das ist wichtig. So. Okay. Riff World. Bestimmt schwierig. Geil. Über 100 Songs in dem Hack. Ja, weil da 1000 Versionen sind. Original Couch Stream. Boah, das wäre zu aufwendig. Das Setup mal eben im Wohnzimmer aufbauen. Obwohl ich im Wohnzimmer auch einen Rechner stehen habe bei meinem Fernseher. Den alten. Boah, das will ich jetzt noch nicht versprechen. Cool wäre es. Aber ich will es nicht versprechen. Doch. Ist er. Ist der Rohdearm. Hurackel. Isar. Wegen Musik Reset. Ja. Das ist natürlich schwierig. ich habe ja warum ich hier so lang war los dann mache ich doch locker bleiben locker bleiben locker locker so wie viel hex hat er shit 32 ex jetzt meine ich okay das ist musik die wir wollen naja was willst du da also vielleicht hat der utz morgen lust noch mal mit mir zu rein zu spielen so könnte es mir vorstellen 32 ex needs und freaking h 30 star erster 2021 geil endlich mit roll 2 bin gespannt jetzt haben echt also ich glaube kein heck wurde sich hier häufiger gewünscht als mit roll 2 das muss man ja auch mal sagen ich kenne nix davon leute ich mache kurz pipi hol mir neuen drink und dann gucken wir mal mit roll 2 an auf rocken steht da ja das ist nicht richtig ja 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 dann gucken wir uns das mal an ich will jetzt noch nicht hier callen dass ich das unbedingt durchspiele wenn mich das jetzt hardcore abtörend wie gesagt eigentlich hatte ich das gefühl hatte ich das gedacht und dann habe ich ein level gespielt eines der letzten ich kann ja schon mal sagen ich habe ein wasserlevel gespielt und das war hammer geil dass ich das sagen aber das war das glaube das war das beste wasserlevel das jemals gespielt habe also das wasserlevel war krank in dem heck das war geil das war so kreativ so kreativ ja das war nein das wasserlevel war hammer doch 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 das wasser ich glaube dass das vorletzte level des hacks mit plattformen unter wasser das war so geil ist so kann ich nicht anders sagen das war richtig geile mischung aus wasser und plattformen im wasser möglichst special so ich mach kurz pippie hol mir getränk dann geht es hier gleich mit dieser geilen mucke weiter und dann gucken wir mal rein bis gleich und das macht alles tausendmal leichter also diese folie hier ist kein spielzeug leute wenn ihr das jetzt bekommt achtet darauf dass hier hier das nicht auf ist ganz wichtig steht extra hinten drauf ist das grausig die mucke hier ja das sind so und so stand das ding halt und dann habe ich natürlich mit dem bild nach oben ja macht schon sinn also natürlich macht das sinn wir brauchen nicht drüber sprechen das ist hier was mir auch nicht gefällt muss ich mal leider sagen dass man jetzt schon echt eine weile spiel und es gibt kein boss ich finde das ist ja das war worauf man bock hat bei souls es kommt dann einfach kein boss weit das ist kein clicker der macht einfach 180 habt ihr das gesehen ne ich glaube ich stehe nicht in den credits frechheit ich teste den scheiß hier und stehe nicht in den credits crystals assi einfach assi das ist es halt ne das sind die leute nur nehmen 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 nichts geben das ist es das ist die moderne einstellung hier alles klar so ist es leider mittlerweile so ist es leider geworden was soll man machen ich denke es wohl auch du kannst mich austricksen mit deinem kaiser blocks hier ne denkst wohl auch du kannst denkst du jetzt wird ausgetrickst wir nehmen doch den ball du dummer dino spacken der schläft immer noch das ist ja alles es war perfekt mit der bombe es war perfekt mit der bombe vorher das ist ja vorbei diese ficker man ich reg mich auf das spiel Alter, das ist das Spiel. Vernünftiges Spiel spielen. Das Spiel ist... Den Bekämpfen, den Siegni will ich gleich holen. Hoffentlich bleibt er noch. Hoffentlich bleibt er noch. Bleib noch, Bowser, Junge! Junge! Bleib noch! Easy. Oh, hallo? Hallo? Reh? Leute, bevor es losgeht, ich muss eine Frage stellen, ob jemand diese Süßigkeit kennt. Ist der Lakritz hier? Der muss es ja kennen. Ist der Lakritz hier gerade hier? Leute, das geilste Lakritz, wenn man Lakritz mag, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kennt ihr diese Marke hier? Lakritz bei Bülow. Das ist so lecker. Das ist so krank lecker. Das kann man nicht aushalten. Also das ist... Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie lecker das ist, wenn man da reinbeißt. Keine Ahnung. In einem Laden. Hier gibt es das. Bei uns gibt es das in einem Laden. Das ist so lecker. Das ist unnormal. Und es gibt so krasse Sorten. Achtung, das ist Strawberry Cream. Der K... Nee, holt sich die Luna Magic Credits. Ich guck gleich mal. Bei uns gibt es ein Laden hier in Bochum gibt es einen Laden. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der heißt. Der verkauft die. Aber ansonsten ist es im Internet teuer. Keine Frage. Aber das ist halt auch was, was man nicht jetzt einfach so abends weg snackt. Vier Slots noch frei. Echt wenig. Das ist krass. Dass man nicht abends wegfrisst. Da isst man eins und dann ist das... Dann bist du erstmal super glücklich. Also ich muss wirklich sagen, das ist so lecker. Wo ist der Lakritzelt, wenn man ihn mal braucht? Guckt euch diese Kugeln an. Junge, die sind so lecker. Okay. Ja, in der Bochumer Innenstadt. Wer Interesse hat, kann mich mal anflüstern im Discord. Ich weiß nicht, wie er heißt. Hm, alter. Nee. Boah. Strawberry Cream und das ist Salt and Caramel. Krank. Ja, ist krank. Alter. Boah. Boah. Okay. Das ist einfach krass. Das ist so lecker. Und dann drin ist da drin. Ja, das ist... Die Kosten... Das ist sehr teuer. Das ist ein teurer Scheiß. Nein, nix, Sponsor. Nix, nix. Null. Seid ihr Panne? Das ist auch keine Werbung oder sonst was. Das ist einfach nur, weil ich es gestern gekauft habe und mich so darüber gefreut habe. Ich möchte das teilen mit euch. Ihr solltet es auch gar nicht kaufen. Ich möchte euch nur sagen, wie schön ich das finde und wie lecker das finde. Das ist zu krass, Steph. Ich sag's dir, du fällst um. Und dann ist da drin so ein... Das ist jetzt hier Strawberry Cream. Schmeckt von außen ein bisschen wie Joghurette. Und da drin ist so ein salziger Lakritzkern. Und in der anderen Sorte, die ich... Boah, da konnte man da was probieren. Wie hieß das? Banana. Das ist echt Top 3 der besten Süßigkeiten. Finde ich auch, Curry. Und da war in dem Lakritzkern, der sowieso schon salzig war, noch so eine Salmiak-Paste. Und dann hast du da drauf gebissen und es war wie so eine Geschmacksexplosion. Nein, das war krank geil. Dann beißt du in diese Creme von Erdbeer und schmeckt wie eine Joghurette. Und dann beißt du da rein in das sowieso salzige und dann ist das da im Jagd drin und du fällst um. Ist wirklich lecker. So, ist ein bisschen übertrieben jetzt vielleicht, aber ich wollte mal sagen, dass mir das wirklich gut schmeckt. Ja, im Internet ist nochmal teurer. Ich glaube, in diesem Laden hat das 7 Euro gekostet. Das ist natürlich teuer, aber es ist ja auch nichts, was man immer kauft. Das ist ja eher mal ein Geschenk oder so. Und das hau ich mir jetzt ja auch nicht morgen rein oder so. Sondern da isst man, da kann man beim netten, bei einem netten Abend mal jemandem so eine geile Kugel Lakritz anbieten. Geil! Du trinkst stehen gelassene Cola, du hast eh keinen Geschmack. Wir gehen jetzt rein in den Hack. Schnauze! Habanero, hab ich auch gesehen. Ah, da geht's schon los. Ja, aber das ist die große Dose, Curry-Car, ne? Na, schon teuer. Ach du Scheiße. Da muss ich durchpushen, ne? Okay, ja. Erdnuss-Fips. Dankeschön, Junge. 55 Milliarden Jahre. Dankeschön. Ich danke dir sehr. Und Hachi, danke für deinen frischen Prime-Sub. Ne, ich bin weiter runtergerutscht. Ich bin dumm. Am Dienstag SMM1 wegen Online-Abschaltung. Wäre schön der alten Zeit... Online-Abschaltung. Super Mario Maker 1 Online-Abschaltung? Ne. Das interessiert mich leider nicht. Also Super Mario Maker 1 war schon nett. Obwohl, man könnte fast mal reingucken, ne? Ja, Curry, verstehe ich. Ist ja auch nur so. Das ist zu teuer, als würdest du's... Achso, ja, ich wollte noch den Titel ändern. Ich halte nochmal den Timer an. Es ist zu teuer, als dass man's jetzt einfach so isst. Aber mal sowas da zu haben, finde ich immer schön. Für einen besonderen Anlass. Isst man ja nicht abends bei Netflix die Packung auf. So macht man das ja nicht. Äh. Ja, blind darf man ja nicht mehr schreiben, ne? Wie sagt man denn jetzt? Wie sagt man denn? Erstes First Player. Ja, so. Man soll blind nicht mehr schreiben, weil sich blinde Leute davon, ähm... Angeg... Oder... Wie sagt man? Findet es vielleicht nicht schön. Deswegen soll der Begriff blind nicht mehr so benutzt werden. Auf Twitch. Es ist, wie es ist. Ja, der Timer, das war ja kein Level. Das war jetzt ja Mist. Rest House. So, jetzt geht's los. Trouble Every Day. Wow. Point of Advice. Wie gesagt, wegen den alten Zeiten... Ja, ist schon eigentlich ne nette Idee. Erdnuss-Fips. Hast du schon recht. Okay. Also, ihr seht jetzt hier in Hack. Premiere bei mir. Ohne Fast Restart. Oh, vier. Oh, wow. Naja, man... Ihr werdet es sehen. Mir ging das so beim Spielen. Man... ...denkt mehr nach... ...und verschwendet... ...die Tries nicht so hart. Ich weiß nicht, ich kann das schwer erklären. Muss ich sofort obendrauf? Man... ...lässt sich... ...weiß ich nicht. Man grindet nicht so Panne rein. Aha, okay. Asozial. Aber wenn du nicht willst, ist das auch nicht schlimm. Ist ja immer noch dein Stream. Eben. Ja, ja. Aber die Idee ist eigentlich ganz nett. Ich muss mal gucken. Was heißt denn, wird komplett ausgeschaltet Mario Maker 1? Hat es überhaupt noch irgendjemand gespielt? Ah, RIP. Okay. Boah, weiße Schokolade... Du kannst auch diese Kugel mit weißer Schokolade... Ach, lass uns nicht mehr drüber reden, weil ich... ...sonst esse ich noch eine. Das ist auch super dumm, dass die jetzt hier stehen. Das ist halt totaler Quatsch. Na, oh, geiler Checkpoint! Wie gut ist dieser Checkpoint? Oh mein Gott, der ist ja wohl eine 10 von 10. Easy. Oh, das wäre vom Timer her nicht gegangen. Hm. Doch, man bekommt ihn. Aber im ersten Trial sehr wahrscheinlich nicht. Wie gut ist das? Okay. Sehr nice. Von der Sichtweise eines Zuschauers finde ich Fast Race Streaming Start sehr angenehm. Sie sind halt... Das Löffelchen! Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das ist... Ist natürlich anders. Ich kann das verstehen. Hä? Das passt doch gar nicht. Oder kann ich doch? Ich kann deswegen... Ist da der Bonsar Wille, ne? Ja, deswegen ist die Bonsar Wille da. Alles klar. In einem Zug durch, ja. Himuke ist ein Argument. Das sehe ich und fühle ich sehr. Und es geht in die nächste Runde. Das ist schon etwas anstrengend. Echt? Aber ich meine, das hat sie ja zum Beispiel... Ich werde mal den Chat liest. Ihr seid alle zu verwöhnt und verweichtigt. Das ist halt mehr klassisch. Aber ich würde jetzt auch sagen, dass das... Nicht, dass das anstrengend ist zum Zugucken, oder? Das ist halt ein bisschen langsamer. Die kommt trotzdem raus. Ist das so eine? Ja, so eine ist sie. Erdnuss, Dunkel, Junge. Ach so, spielen kann man natürlich... Spielen soll man die vorhandenen danach... Ja klar, das wäre ja auch ein Unding, wenn ich... Favoriten sowie Lesezeichen werden ab 31.03 dichtgemacht. Gib dann nur noch Fehlermeldung bei Anwählen. Wie soll ich da durch? Oder muss ich durch? Ich muss... Wahrscheinlich ist es nichts mit warten. Campador, danke für 500 Bits. Und Erdnuss, Junge, dir auch nochmal. Danke für deine Bits. Und eigentlich der netten Idee, Mario Maker 1 nochmal auszupacken. Aber dann wird man nur sauer, weil das viel besser ist. Man muss den ersten treffen. Ausgleichzeichen Add. Oh Gott, Noah. Nur Amiibo Level. Nur Sachen, die es bei Mario Maker 2 nicht gibt. Ah. ist Ordnung, Curry. Ist Ordnung, Curry. Frechheit Ja, war schon geil Meine eigenen Level würde ich gerne auch mal spielen In Mario Maker 1 Oh mein Gott, meine eigenen Level Dumm, oh RIP Ja, RIP Die wird man auch noch spielen können Klar, die runtergeladenen Alles kann Oh Mist Dankeschön, schulde Boy Auf Super Mario Maker 2 Nee, das ist Super Mario 2 Mario Maker 2 ist natürlich nice Könnte man bestimmt auch noch mal wieder machen, aber Es kackt halt so hart ab gegen die Hacks, finde ich Die machen mir aktuell einfach so viel mehr Spaß Ich muss ein Cycle warten, dann durch Hau rein Gromtuk, Schüssikowski Also für ein Chat lesen ist das sehr angenehm, muss ich sagen Ja 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 Das ist schon ein bisschen assi. 55% mögen keinen Lakritz. Krass. Ja, ist halt so wirklich... Boah, jetzt stehen die Dinger hier. Ich werde mir gleich noch eins reinmassieren. Eine Kugel. Und dann tue ich die weg. Weil sonst fresse ich einfach auf. Das ist halt totaler Müll. Einen esse ich noch. Und dann weg damit. Wirklich. Das muss weg. So, die müssen hier weg. Oh Gott, fertig, ganz offen. Ich wollte dafür nicht entwerben. Aber ich bin natürlich gespannt. Boah, alter. Wie soll ich denn? Du kennst die Tricks, ne? Ach, da hast du recht. Perikal. Hast du recht? Keine gute Position. Hast recht. Nee, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. ruhig drüber reden, ohne auf den Dolly zu bekommen. Ach, auf den Dolly bekomme ich nicht. Ich mache ja nichts. Ich sage ja nichts. Nee, deswegen meine ich nicht. Nee, ich will nicht Dauerwerbesendungen hier irgendwo stehen. Dankeschön, Erdus, für deine Flips. Danke für die Flips-Packung. Verstecke im Mülleimer. Ja, unten am Boden vom Mülleimer, ne? Ziemlich nice eigentlich. Guter Trick. Easy. Oh. Nicht mit mir. Nicht mit mir! Genießer hassen diesen Trick. Aber ich komme nicht ran. Ich komme nicht ran. Ist wirklich so. Brain ist da, Leute. Okay, nicest Level war das. Also wirklich ein nicest Level. Fünf Versuche. Oh, Leifreds, übertreib nicht. Äh, jetzt ist es Ripp, ne? Ja, das Timing ist Ripp, wenn ich nicht durchgehe. Für One-Shot. Hä? Ja, guck mal, wo der Rio-Aufstille ist. Genau deswegen habe ich meine Namen hier so gewählt, damit man durcheinander kommt und die Erdnussflocken am Kopf hat. Okay, macht Sinn. Und da sieht man, wie gut der Hack ist. Was ist der zweite Geschmack, den ich habe? Sweet Strawberry Cream und Salt and Caramel. Ich kann aber das mit Banane auch noch empfehlen. Und Mango, Mango. Mango ist so krank. Ne, Passion Mango. Passion irgendwas. Passion Fruit. Mango ist es nicht. Passion Fruit. Ja, ja, ja. Hab Passion Fruit bestellt. Ja dann, fette Kartoffel. Dann wirst du einfach, du wirst der glücklichste Mensch des Lebens sein. Herzlichen Glückwunsch, dazu schon mal. Es gibt viele Geschmackssorten. Ja, 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 doch. Ja, ich darf nicht warten. Jetzt ist RIP. Ey, das ist, ey, iStay, dieses Geschenk, das Herz, die Herzpackung ist so ein tolles Geburtstagsgeschenk. Wirklich, wenn du jemanden hast, der auf Lakritz steht, dann ist diese Herzpackung echt. Ich muss einfach Fulldown machen, ein schönes Geburtstagsgeschenk. Billigzeug, Chips. Also, Billigzeug finde ich bei Chips echt eklig. Es sei denn, es geht um Flips. Bei Flips finde ich, geht Billigzeug. Oh, ist das RIP? Oh, nicht schlecht, oder? Nicht schlecht, oder? Nein! Muss ich da den Shell-Jum schon machen? Oder brauche ich die Shell noch? Ich finde, so normale Paprika-Chips sind in Billig echt eklig. Aber Flips in Billig sind cool. Aber bitte nicht so Paprika-Chips, so für 29 Cent. Die schmecken einfach nicht. Genau, Luffy. Da hast du recht. Denn die zwei... Die besten Flips sind doch die, die auf einer Party in so einer Schüssel standen. Und am nächsten Tag, die du dann am nächsten Tag noch isst. Das sind die besten. Hä, brauche ich den da? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich die Shell da brauche oder mitnehmen muss. Doch, wenn die Flips irgendwie zwei, drei, also eine Nacht reicht schon. Auf dem Tisch standen. Geil. Ich kann den Chat aber richtig nice lesen, wenn man Overworld hat. Angenehm. Ich bin dir gerne, Billig, dafür bin ich da. Gregory93, danke schön für deinen Sub. Sag mal, wie macht der Zug? Noob, noob, noob. Alter, der Hack ist nice. Aber klar, kein Fast Restart. Aber mit wäre man auch sehr schnell durch, glaube ich. Und ich finde gut, dass es immer, wenn man zweifelt, wie funktioniert das eigentlich, dass die Universallösung ist, einfach beeilen. Mist. Bei Salzstein gehen Audi billigen. Das ist kein Unterschied, finde ich auch. Cheeseballs. Bah, Luffy, du Sau. Ekelhaft. Bah. Bah, danke, Kapostle. Ist ja wirklich eine Sauerei, was der hier schreibt. Bleibt nicht unter die Gürtellinie gehen, Leute. Ganz wichtig. Der Chat soll hier schon auch Niveau haben. Und wenn man Cheeseballs schreibt, und schreibt dazu, dass die auch noch schmecken, dann hat das nichts mit Niveau zu tun. Na, das ist so eklig. Bah. Und wenn du dann noch die Billigpackung nimmst, wird die Finger danach stinken. Erstmal reißt du die Tüte auf, erstmal stinkt die ganze Bude, und wenn du die dann noch isst, bah, du kannst dir deine Hände desinfizieren gehen. Aber erstmal stinkt die ganze Bude. War das richtig? Eine Tüte Flips einfach mal über 1000 Kalorien. Ja, wer isst denn eine ganze Tüte Flips? Macht doch keiner. Das ist ja totaler Quatsch. Ja, ja, man kann einfach durch. Für perfektes Timing. Sind Lays zum Beispiel okay, sind die billig? Ich hab, glaub ich, noch nie Lays-Chips gegessen. Die verbinde ich irgendwie immer mit Amerika und diesen XXL-Tüten. No, come on! Ach, die Subway-Chips hab ich noch nie gegessen. Ja, weil diese, allein diese Frage, die find ich ja immer schon ne Frechheit. Du bist bei Subway und isst Menü, und dann fragen die dich, möchten sie ein Cookie oder die Chips? Da denken wir immer, Junge, was fragst du mich da für ein Müll? Da ist doch shit, das Timing. Ja, so ist das, Kapostel. Das ist ne freche Frage. Sollen sonst ganz lecker sein? Beides? Nee. Ich finde, wenn ich ein Sub esse, dann hab ich halt gar keinen Bock auf Chips. Gar nicht. Und ich würde so weit gehen, wenn ich mittags ein Sub esse. 24 Stunden bitte keine Chips. Aber klar, ein Cookie, das geht natürlich. Aber Chips nach einem Sub? Das ist ja wie, als würdest du ne Pizza essen, und danach kommt einer mit Pringles. Also, ich würde das schaffen, ne ganze Tüte Erdnussflips am Stück zu futtern. Easy. Erdnussflips, mit deinem Namen muss ja auch. Aber Erdnussflips sind auch fast die geilsten Chips, die es gibt. Muss ich wirklich sagen. Okay, RIP. Okay. Okay, dann fahr ich da runter, alles klar. Super Paddle World, kenn ich nicht. Skerga. Ich war noch nie bei Subway, es ist lost am Zerstein auch, denn am Ende der Typ. Ist das richtig so mit dem P-Speed? Ach, Pommesbeeren, Krümeltorte. Richtiger Müll. Da kannst du auch Pappe nehmen und Salz drüber streuen. Das ist auch Pommesbeeren, finde ich. So schmeckt das. Das ist clever. Das Ding. Hallo, wann schießt du denn, du Schwein? Gerösteten Mais finde ich eklig. Ich finde auch dieses Reiskolbenabnagen finde ich eklig. Maiskolben. Habe ich Reis gesagt? Maiskolben. Maiskolben abnagen oder so überm Lagerfeuer sich so dem, da so. Toby Berry, ja, ist krass, ne? Die schmeckt halt einfach so käsig. Ey, dieser Jump. Ich guck euch das an, das Timing ist halt perfekt. Ja. Ja, genau! Wow! Maiskolben mit Butter und Salz? Bah, ekelhaft. Einfach ekelhaft. Guck mal, wie geil das gemacht ist. Wenn man das Timing nicht kennt, dann einfach durchrennen. Also, ob der da sein muss, weiß ich nicht. Drecksgame aus mit dem Scheißspiel. Ne, sofort drauf darf ich nicht. Hey, ich find's Hammer. Ich find das wirklich mega geil. Also, das Level an sich ist super geil gebaut. Man, das einzige, was überhaupt, was ich zulassen würde als Diskussionsgrundlage ist, ist es cool, dass hier kein Fast Restart ist oder nicht? Alles andere würde ich nicht erlauben. Okay. Asozial? Okay. Asozial? Das ist ne Frage, ob man das einfach nachpatchen kann. Man könnte es probieren. Aber man könnte natürlich auch den ganzen Heck zerschießen. Guck mal, wie geil das alles passt. Könnt von mir sein, der Heck. Ach komm. Tika Masala, geil, ne, ein bisschen schön, also indisch, geil. Naanbrot selber machen. Ah, dieser Kaizo-Block. Was ist das für ein Geräusch, welches? Dieses? Das war ein lecker, lecker, lecker. Was war denn die P-Speed-Anzeige da oben? Jetzt sehe ich sie erst. Was? 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 Was will es? Hä? Moment. Ich brauche einfach P-Speed. Hä? Was will es? Was ich wäre, wenn ich kein Streamer wäre, dann wäre ich Sozialpädagoge, weil das ist das, was ich gelernt habe. Oder Erzieher. Also, ich habe beides gelernt. Also, ich würde auf jeden Fall in diesem Bereich arbeiten. Was? 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 Ich soll mich nicht da drauf stellen, Xeroth. Ja? Hör auf zu lügen. Naanbrot. Ähm, ich habe hier neulich ein Butter Chicken Curry selber gemacht. Ähm, das ging so krass in die Hose. Das war richtiger Müll. Das konntest du eigentlich nur wegwerfen. Aber, dazu gab es Naanbrot. Und das war in der Herstellung, habe ich gedacht, okay, das ist totaler, das ist der absolute Reinfall. Wie soll ich das denn machen? So, der Teich war scheiße. Und so, das war Mist. Aber das Naanbrot war die Überraschung. Das war ultra lecker. Das Naanbrot war göttlich. Ey, wir haben jetzt gerade wirklich darüber gesprochen. Äh, ob ich Wasabi Chips mag? Wasabi Chips sind, boah, also Paprika Ecken sind geil, aber danach kommen Wasabi Chips. Ich finde, das ist fast eines der geilsten Sachen. Wasabi, Wasabi and Cream gibt es von Shio. Nicht lange her, da habe ich sie gegessen, ganze Tüte. Wasabi and Cream. Junge, Wasabi Chips. Lecker. Wasabi ist sowieso geil, finde ich. Einfach beim Sushi. Ich haue auch immer in die Sojasoße so viel Wasabi. Ich esse halt einfach ultra gerne scharf. So, das ist... Und Senf liebe ich ja sowieso auch. Also Senf ist die absolute... Ich liebe Senf. Ich liebe es auch auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Und dann hast du manchmal so Senfstände. Und du kannst ganz viele verschiedene Senfsorten probieren an so einem Stand. Und dann kaufst du dir irgendwie so einen super speziellen Senf. Und dann machst du den irgendwie auf eine Wurst zu Hause unter das Brötchen. Und dann freust du dich einfach. Also Senf finde ich auch eine geile Sache. Der Winner mit Senf habe ich noch nie gegessen. Ja, tue ich auch eigentlich nicht, Iselit. Aber es macht gerade Spaß. Es ist, äh, cool. Das war dumm. Es macht Spaß, weil man irgendwie anders an die Level geht. Ich versuche mich mehr zu konzentrieren, was ich gerade nicht tue. Weil ich die Zeit auf der Overworld für den Chat nutze. Aber das ist eine gute Sache daran. Ich glaube echt das größte Problem ist der, äh, Musik-Loop. Okay, na gut. Finde ich geil, Rockfaser. So richtig Senf, der in die Nase geht, finde ich Hammer. Dann schluckst du runter und dann denkst du so, uah, geil. Durch die Nase. Bautzner Senf, ja. Ist so ein Berliner Ding, oder? Senf mit Pommes? Ne, da würde ich verneinen. Kannst du oben bei der Rocket nicht direkt weiter? Hä? Nicht? Okay, wusste ich nicht. Dachte. Ah, Mayo. Also Pommes mit Senf, finde ich jetzt, klingt auch erstmal komisch. Obwohl ich wirklich sehr gerne Senf esse. Aber Pommes? Pommes mit Senf ist das geilste. Currywurst, aua, hau. Aber so, ich finde auch so einen ganz simplen Löwensenf, in Scharf, finde ich geil. Also, wenn man da was Leckeres isst, am besten natürlich auf einer Frikadelle. Du brauchst auch nur eine hausgemachte Frikadelle. Junge. Und dann einfach in Senf tunken und dann... Junge, das ist doch das beste Leben. Was sieht es mit Eis aus? Was magst du am liebsten? Ben & Jerry Cookie Dough? Finde ich schon sehr geil als Eis. Oh, das wird nix. Ja. Ist doch perfekt, Master. Ja, manchmal... Ich bin sehr anspruchslos manchmal, was mein Essen angeht. Traurigerweise. Genau, ich wollte ihn ablegen. Claudia! Melio! Lange nicht gemacht. Dankeschön für 28 Zillion Jahre. Wie soll ich denn zweimal auf den Drecksstein? Das ist in der Tat so. Konterbube. Du liest einfach nur hier, willst entspannt den Sonntag genießen, liest so ein bisschen den Chat nebenbei und wirst immer fetter. Ist immer fetter und fetter, weil du dir das alles durchliest und die Kalorien über die Fantasie von deinem Körper aufgenommen werden und dich platzen lassen. Du bist der einzigste Stern für mich im Leben, der mir lieben tut. Und Jacqueline auch. Genau so geht das. Du wolltest noch demnächst einen Kochstream machen. Du kannst noch eine schöne Frikadelle machen, dazu Senf. Ja, danach könnten wir auch Wasabi-Chips essen und dann kann ich einen Lotter-Chicken-Curry machen, das total scheiße ist. Hey. Machst du irgendwie Sport? Ich mach Sport, ja. Wie soll der Rotz gehen? Hallo. Immer montags, Elia. Immer montags. Scharfe Senf ist beste. Zu allem. Allem. Zu allem. Speedrunning, ja. Krassester Sport. Was ist das für ne? Das ist das halbe Jahr. Danke für die gute Unterhaltung. Weiter geht's. Weiter geht's. Danke, Tongo. Nicht, dass wir unterbrochen werden, ne? Schön, dass du direkt sagst, weiter geht's. Moin, Sen. Manu, Jay, danke schön. Nettes Läppischchen. Ja, was denn, Kiryu? Was denn? Was denn? Beende doch deinen Satz. Was denn? Junge, hart. Vikingkalle, danke für den vierten Monat. So weiter geht's. Jetzt, wonach ich mit Nachhilfe fertig bin, saß auf der dunklen Seite der Macht. Ich habe die Fragen gestellt. Jetzt geschmeidig Kaisa, geht uns angucken. Geil. Gruß aus Dorsten. Grüße nach Dorsten. Mein Gott, wie soll der Rotz gehen? Ist ein netter Gedanke. Ja, ja, ja. Kommen Sie nämlich, die großen Schnauzen, ne? Kommen Sie raus. Junge, wie Hardcore. Klempner ohne Skill, danke für fünf Monate. Habanero-Chips von Pepper King sind ein absoluter Geheimtipp für Schafliebhaber. Nichts zu danken. Habanero-Chips, ja. Die sind aber sehr scharf. Aber geil. Pflaumenfrosch-Subt rein. Geil. Geile Meile. Was ist ein Pflaumenfrosch? Meiner Meinung nach geht das nicht. Wie soll das klappen? Vempi, danke für 300 Bits. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Frosch, der Pflaumen mag. Ah. Also ein Fantasietier. Könnte ja tatsächlich irgendeine komische Frosch-Art sein. Wie geht dieser Rotz? An die Toxin, Junge! Dankeschön! Hypetrain voll machen, let's go! Dankeschön, Andi. Ich danke dir sehr für die Sub-Bombe und deinen ganzen Krankensupport hier. Insgesamt schon auf diesem Channel. Dankeschön. Und dann solltest du einfach mal ein bisschen weniger arbeiten, damit du hier mal mehr zugucken kannst. Self-Care, ganz wichtig. Noop, noop! Ich, wie? Weniger, nicht gar nicht mehr arbeiten, Andi, Toxin. Das ist der Schlüsselbegriff. Danke schön, Mann. Dankeschön, mach mal, Andi. Ey, Leute, übrigens. Kapostel, Junge! Kapostel! Oh. Richtige Bates hier. Mann, geil! Kapostel, Junge, danke für 300 Bits. Ja, 16 Uhr definitiv, Nafal. Definitiv. Witz zum Sonntag. Spätestens. Vielleicht sogar. Ging es um Lakritz, Lakritz? Mein Gott, Lakritzelt. Es ging um dieses. Das ist krank. Aber ich habe es nicht in Reichweite. Ein nehme ich noch. Komm, einen letzten. Einen letzten. Einen letzten. Dann kommen die weg. Hut discs. Ich nehme ich nächstes. Einen、ках mateix. Oh, der可以wan Bogd lucid Also, komm klar. ä、hvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvyvvvvbvvvvv vvvvvvvvv IKoj221. eben uns ab. Oh mein Gott. Das ist so krank. Wie bin ich hierher gekommen? Leute, wir fragen morgen mal den Utz, ja? Was der davon hält. Der ist ja morgen hier. Ach, Lakritz von Bülow. Hatte mein Vater auch schon aber den Sirup vergärt, denke. Heißer Scheiß. Dankeschön, Erdnussfips. Dankeschön für die ganzen Bits. Hitschler-Weingummi, geil. Hitschler-Schnüre. Alter, der Fokus ist nicht da. Ich brauche zu lange. Aber ich schneide diesen Part leider nicht. Mein Gott, was ist das für eine Rotze? Was soll mir der fliegende Fragezeichenblock bringen? Es stand schon eine Million Mal im Chat. Was soll ich denn auf dem fliegenden Fragezeichenblock? Der flieht zwei Blöcke nach rechts und dann wieder nach links. Will auch einen Pilz raus. Ein grüner. Ein grüner Pilz. Der gibt mir ein Leben. Der tut nichts weiter sonst. Schmeiß den Müll, Junge. Boah, Alter. Das macht mich aber richtig aggressiv hier. Eine Lösung die Einfluss des Kevin zu über可能 DX EVEN lie plus hart. Dann die einen Kumpel haben ihn mit sch sièbös und vor allem. Dann die zwei Blöcke. Dieまfte wären glas 지원steine. Dann die zwei Minuten rutschen. Schmeiß die? Tommi89, danke für 100 Bits. Schmeckt so krank, Lackrezelt. So krank, glaub mir. Das ist unnormal. Direkt Game aus mit dem Scheißspiel. Jahrestag, verrückt. Danke für die ganze Unterhaltung. Also ich verstehe es leider nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Lakritz und Minze kenne ich nicht. Die Kombi. Aber Minze in Kombination mit Schokolade finde ich immer ätzend. Wenn ich jetzt so an After-Aid denke oder so, das geht ja rein so in die Richtung. Finde ich eklig. After-Aid finde ich ganz ne Sauerei. Ne ganz eklige Sauerei. Ich verstehe nicht, wie ich da durchkommen soll. Kennt einer den Intended-Weg? Auf weitere Monate PS da ist ein fliegender Blockdance-Kapper. Lino, danke für den fünften Monat. Dankeschön. Ich finde, das Einzige, was noch schlimmer ist als After-Aid sind diese Erfrischungsstäbchen. Die sind richtig, die sind ganz krank. Brain ist da, Leute. Vielen Dank für euren Support. Ihr seid Wahnsinn, Leute. Ich verstehe es nicht. Ich mochte das Level bis zum Checkpoint. Moment, ich war in drei Minuten beim Checkpoint und jetzt bin ich 30 Minuten beim Part 2. Ich weiß nicht, ob das... Oh, mir ist trip. Oh mein Gott. Äh, nur weil der zweite Split 1 heißt. Das ist ein kleiner Fehler. Kann ich jetzt noch nicht... Äh, ist die zweite, das zweite Level. Das dritte Level heißt gleich Level 3. Äh, da werde ich aber heute wahrscheinlich gar nicht mehr hinkommen. Das wird bestimmt noch dauern. Ich finde diesen Sprung schon sehr, sehr, sehr verwirrend. Ich glaube auch nicht, dass das so richtig ist. Also, das fühlt sich einfach zu komisch an. Vielleicht muss ich ihn ablegen und nur nach links kicken oder so. Ähm, ich denke, dass eigentlich sowas gemeint ist. Und nicht von der Plattform nach links werfen. Das ist, glaube ich, nicht richtig. So könnte ich es machen. Oh ja, bin ich dabei in dem Fall. Also, der Hanuta-Riegel ist wirklich ultra fett. Okay, kleinen Sprung und dann da lang. Okay. Hanuta toppt es auch, finde ich auch. Ich glaube, das Riegel ist geil, aber der Hanuta-Riegel ist noch geiler. Okay. Okay. Ich kann nicht direkt durchfallen, glaube ich. Oh, echt eine Kopie, Curry Karl, das ist traurig. Unverhältnismäßig lange bin ich in diesem Level, dieses 1 zu 1 Obstacle da oben hat mich komplett zerstört. Ich kann nicht direkt durchfallen, glaube ich. Okay. Oh. Oh. Bullrich, danke für deinen Prime Sub. Dankeschön. Ach, Rufo war doch einfach nur die schlechtere Fruchtzwerge. Oh, jetzt nicht. Oh. 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 Kann ich das Kekse? Das finde ich ist wirklich wirklich, wirklich, wirklich keine schöne Mechanik. Hallo! Boah, der Musik-Loop ist halt echt, das ist ein bisschen schwierig, ne? Das ist das, also ich sag mal, dass ich auf die Overworld komme, ist nervig, aber ist gar nicht so abtören, wie ich es erwartet hätte, tatsächlich, aber dass die Musik abbricht, ist schlimm. Das ist wirklich das, das ist das Schlimmste daran. Ähm, ich mache auf jeden Fall gleich noch Level 3, also bis, bis 16 Uhr, weil ich glaube, so lange wie jetzt in dem Level werde ich am nächsten jetzt erstmal nicht hängen. Kommen bestimmt noch schwerere, aber, ähm, aber dann ist nichts für mich. Auf Dauer stört mich das doch zu sehr. Die Musik! Ey, Alter! Wenn man darauf achtet, ist es schon... Uff! Aber ich glaube, das sind wirklich, die Level sind von der Qualität, das ist das 10 von 10, glaube ich. Team compromised. Den kannst du ja genau sagen, dass bestimmsel tocken gibt! schung sp puesto also Turmje нам w Norddeutsb Bei uns erlaubt aus dem Zeitpunkt, was er von auf dem Weg gebracht, er solltest sich Schwick's geil, aber wenn ich die Wahl habe, immer KitKat Schanky, ich finde, oh, das ist ein geiler Schokoriegel. Ja, man könnte wahrscheinlich das dazu patchen, aber das mache ich natürlich nicht, ist ja nicht mein Hack. Hat man sich ja was mal gedacht. Aber ja, auf Dauer nervt es schon und ich glaube echt, das größte Problem ist die Musik. Was bei diesem Hack nicht passieren wird, und das ist eine Sache, die mir fehlt, also ich glaube, das ist saukrass geil, die Level sind bestimmt 10 von 10 und mega, aber was nicht passieren wird, dass man hier so abgeht bei einer geilen Mucke. So wie man das, also, das gibt's ja hier häufig im Chat, dass wir sagen, Alter, wie geil ist denn die Musik und alle flippen aus. Das passiert hier niemals, egal welcher Song hier drin ist. Und ich finde, immer das Intro da ist jetzt auch ein bisschen schwierig, sag ich mal. Wie ist denn, ich finde die Musik, die Musik, die Musik zu nehmen? Wie ist denn, ich finde es? Wie ist das? Wie ist denn, ich finde, wie ist der Moment? Was ist die Musik... also eine musik in der version ohne musik das ist ja schon sehr strange oder ich tue mich hier sehr schwer zu mir hier stimmt mich schwer kann das so sagen zu privat mario kart gespielt habe ich im stream ich glaube ich habe noch nie ich leh mich mal aus dem fest ja also ja noch nie ist jetzt auch falsch allein schon im kino aber ich habe nahezu noch nie mario kart außerhalb des streams gespielt nach leck mir an der füße für mich der schnellste mann im www was geht das schnellste mann nur der schnellste ja das ist ein kotz der will also ich sage auch das was was in der fall sagt ich glaube die musik egal wie geil der track ist der nervt das nervt und das ist das was ich gerade meinte man wird niemals diesen moment haben dass man sagt die mucke ich gehe ich komme nicht klar weil die so geil ist das passiert nicht weil man ist einfach nur genervt ja das ist auch angemessen und der schönste was mache ich denn ich haio pie wie heißt das lied aus dem letzten level von team shell das weiß ich nicht ich finde das nicht gut aber immer der anfang hier weiß ich nicht ob das so geil ist das so geil ist Leck mich doch am Arsch! Was mach ich denn? Boah, ich pille Pop! Junge, ich hasse das Game so Hardcore, ne? Wirklich! Keksen, danke für deinen Resub im 37. Monat! Krank! SuperNT? Was gibt's da Neues? Das weiß ich nicht, ich hab nix mit denen am Hut. Ich würde empfehlen, dem Twitter-Kanal zu folgen und ich glaube, die letzte Info war irgendwie April oder so. Hey Junge, bleib doch einfach weg! Brauchst ja länger hier als für die Morse Level. Ja, definitiv! Offensichtlich ja. Aber ich glaube, das ist auch für den Stream schwierig, weil ich ja nicht jetzt über den Tod nachdenke, sondern instant Chat lese. Ich glaube, das würde viel machen, wenn man das für sich spielt und immer wieder kurz nach dem Tod halt nochmal überlegt, was kann ich anders machen, damit das nicht wieder passiert. Ich glaube, das ist ja auch eigentlich der Plan, warum man hier kein Fast Restart reinpatcht. Aber das mache ich ja gar nicht. Zeit für ein Lakritz-Kügelchen? Ne. Wow, wirklich? Hallo? Wow! Oh, ey mein Gott, ist das Rotze! Auf jeden Fall, Pixel, ja. Habe ich wirklich Interesse dran. Ich vernachlässige Sega zu sehr. Ups, das wird nichts. Oh, oh, was ist das denn für ein böser Clip-Lakritz-Helt. Wow. Wow. Ja, ja, ich iss, ist nichts für mich. Es ist auch nichts für ein Stream. Dieser Hack, weiß ich nicht. Für mich, ich finde es nicht so cool für einen Stream. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich so lange in einem Level sitze, um ehrlich zu sein. Ich dachte, es geht ein bisschen schneller. Aber geht es nicht. Oh, lol. What the fuck? Ja, das ist auch mein Plan, Pixel. Das ist auch mein Plan. Oh! Mein Plan, Uncle. Jetzt gerade spiele ich aber auch echt Ja ja es ist halt auch so ein Frustration und Deathloop drinnen hier Kotzkrampf Chris Lee Dankeschön für den zwölften Monat Aber ich glaube trotzdem dass die Level geil sind also das fühlt sich ja auch geil an hier Ist die am Ende die Pipe ja ist ein bisschen mäh aber ist schon nice Ich will gar nichts also man kann nichts schlechtes über den Hack sagen Ich mag halt einfach nur dieses Musikding einfach auch gar nicht Das war bei Casio auch so schlimm Nicht wirklich oder Easy Direkt Game aus mit dem scheiß Spiel Ist das jetzt cool? Der letzte Sohn ist jetzt neun Tage alt daher leider kaum noch live dabei Aber Pflichtabo muss sein Black and Velvet ich danke dir Grüße an den Klo Neun Tage ist ja noch nicht so alt Was kann er schon? Kann er schon Sprüttensalto? Kann er schon sprechen? Kann er schon Tricks? Hat er Tricks schon drauf? Hat er schon Abitur? Ja Zweite binomische Formel Ja die ist aber auch schwer A Quadrat plus 2 AB Die ist auch schwer ne Zweite binomische war immer schwer Nettes Levelchen Kelle danke für vier Monate Eigentlich easy level Wir machen das noch bis 16 Uhr Okay Töften Junge Töften pöften Super retro in Hande Was ist das? Das ist glaube ich so ein all in one Ding Prinzenrolle Keks ganz in den Mund Oder abbeißen? Hä? Junge Abbeißen? Wer steckt sich denn den ganzen Prinzenrolle Keks quer in die In den Schnabel Okay ich schreibe auch noch einer These notice me Schreiben zu viele ich Döner auch? Abbeißen oder ganz rein? Wecken wer wird Schüssikowski Ja das Jagapostel ist ja klar Dürüm ja Stimmt Dürüm kann man ganz rein machen Aber Döner nicht Oh ja sehr fair Das ist ein nettes Level wieder Schönen Sonntag euch allen Denzen Super Retron ist wie Super NT Glaube ich halt nicht Weil das auch so eine Software Emulation ist Oder? Ich weiß zu wenig über Super Retron Als dass ich da jetzt irgendwas sagen könnte Marshall Dankeschön für deinen 15. Monat Und Pöften Danke für 21 Monate Ja finde ich auch Beruga Deswegen ist das hier auch nichts Für diesen Stream Mit der Overworld Das ist einfach hier nicht passend Abknabbern Ich wollte schon sagen Also wenn da jetzt mehr gesagt hätten Reinstecken Den ganzen Keks Dann hätte ich mich aber auch Wirklich gewundert Finde ich auch Kirschgrün Ich mag das wenn das unten Dieses durchtriefte Fladenbrot Voller Fett Und letzten Fleischresten Das finde ich gut Was will es? Wer macht hier nochmal die Status Das macht der Nafal Hier geht es immer um Essen Da braucht man keine Statistik Einfach 100% Da muss man jetzt nichts aufschreiben Für oder so Es geht einfach in jedem Stream um Essen Aber sonntags am meisten Weil ich jetzt ja auch Jetzt ist ja auch der Punkt Wo ich tierischen Panischen Todeshunger habe Also Sonntags Ich stehe auf Um 9 bin ich heute aufgestanden Hab gefrühstückt So Und jetzt esse ich ja nicht mehr Außer natürlich diese Lakritzkugeln Bis 20 Uhr Und da sagt mein Körper Irgendwann so um 17 Uhr Junge Das ist nicht richtig Wegen Essen bin ich hier Mario finde ich doof Steht auf Schöne Zusammenfassung Nafal Generell auf Eklige Sachen Generell steht auf Abgestandene Kohle Alte Flips Und Dönerfett Na ja aber was esse ich denn In einer 15 Minuten Pause Ich war sogar heute Morgen Schlau Und hab mir Ich mach mir Aufbackbrötchen Sonntags eigentlich In der Regel Und hab heute Extra eins mehr gemacht Ups Oh nice Troll Hallo 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 Nicht wirklich oder Hallo Ah danke Junge Das Level finde ich jetzt wieder mega geil Craftkind hallo Ich grüße dich Ey Leute wir müssen jetzt mal übrigens die nächste Challenge Ernsthaft Es geht auch um Um ein Showcase Run Es Wir müssen mal wirklich eine ernste Discord Umfrage stellen Ob ihr interessanter fändet Punch out auf dem NES blindfolded Oder punch out auf der Wii blindfolded Ich möchte eins davon blindfolded spielen Definitiv Das muss kommen Und da brauchen wir irgendwie mal eine Gute Umfrage Ah Blindfolded Ja natürlich Blindfolded Das kann man doch sagen Ja das bringt jetzt hier im Stream nichts Ey man Erinnere mich mal dran Dass wir darüber schreiben Das Popinski Tattoo brauche ich ja Das brauche ich pünktlich zu meinem Zu dem Grind Den Blindfolded Grind Für den Punch out run Da brauche ich das ja Das muss ja sein Mist Ich denke nur nicht dran Bin dumm Ja NES Wäre schon auch ein bisschen cooler Weiß ich nicht ob es cooler ist Weiß nicht Es ist anders einfach Mehr retro Ah Popinski Tattoo ernsthaft Natürlich ernsthaft Nein überhaupt nicht Nee Fall überhaupt nicht Wii no hit kommt jetzt Punch out no hit ist natürlich Erstmal Aber ich würde gerne Während Wow das wäre krank Oh das wäre Crazy shit Das wäre ja richtig krank Boah dieser scheiß Fuzzy Der da einfach aus dem Nichts kommt Ja Die auch in Europa kam Die Mike Tyson Punch out version raus Die wurde später erst Wurde die quasi Verändert zu Und dann hast du Ich weiß gar nicht wie Es heißt immer noch genau Nee es heißt dann nur noch Ich weiß nicht Wie hieß er denn Der letzte Gegner Dann nochmal Dream Also ne Er hatte irgendeinen dummen Namen Nein Das war dumm Mr. Dream Ja ja genau Ab dem Oberabend Also so ein Popinski Tattoo Mach ich mir natürlich Nirgendwo hin Wo man es offensichtlich sieht Das ist ja wohl klar Oder Mann Junge Bleib einfach im Himmel Ich sag mal Ist ja nicht das schönste Motiv Und da sehe ich Irgendwie eher mal so Linkes Bein Oder so Warum fällt er denn so langsam Da wo keine Sonne scheint Guck mal Hier Kommt der Checkpoint In 8 Minuten Das Level hat mich Gerade zerstört Vom Bluesflip Brauche ich einen Flipper Eigentlich tätowiert Toby Berry Oder Da brauche ich ja Irgendwas Flipper mäßiges Das muss ich auch machen Geht ja gar nicht anders Oder ein Taxiteller Geht ja gar nicht anders So den Checkpoint will ich noch Das ist so kacke Das könnte von dir sein Noah Hey Es ist halt Level 2 Ist halt einfach Würde ich jetzt auch mal sagen Eine Zilliarden mal schwerer Als der hier Als das Level hier Nein 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 Ich habe gar nichts Gar nichts Vom Andi Von Looseflip Tätowiert Ne Ne Wir haben uns auch jetzt Nur über Twitch Kennengelernt Und über diese Flipper Geschichte Oh Junge Gift please Taxiteller Tätowiert 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 Ja, der Typ ist super Mich freut auch wirklich, dass so viele Leute Immer wenn ich mal gucke Die ich hier aus dem Chat kenne, sind ja schon auch hängen geblieben Das finde ich schon sehr nice Also ich sehe eigentlich Immer mal jemanden hier aus dem Chat Ist ja alles aktuell ein bisschen schwierig Mit so großen Dingern Terminplan, hm, geht das Dann hast du wieder zu, bla bla Nicer, äh Secret Exit, oder? What the fuck Schimansky Teller kenne ich nicht Oder sind sie doch die Flipper-Mauts Ja, finde ich geil Okay, ein, zwei Tries noch Secret Exit oder Death Trap Na, ich gehe mal von Secret Exit aus, oder? Ich war noch nie in Japan, finde Komm, wenn ich jetzt sterbe, wäre es ja wohl ein Joke Du kommst einfach nur da raus Und bist wieder am Anfang wetten Es ist, also Die Trolls sind echt nice Aber das finde ich einfach nur nice So, einmal noch zum Checkpoint Und der Checkpoint ist einfach weg Also das finde ich halt wirklich saustark Ich mochte auch den Checkpoint-Troll im ersten Level Mit der Bonsai-Will Aber man sieht, wie gut man die Level spielen kann Wenn man sie einmal geschafft hat, ne? Das ist schon bemerkenswert, finde ich Das ist saugeil Das Level ist saugut Das ist so Okay, drei Versuche noch Bullrich, danke für 100 Bits Die Trolls sind nicht von schlechten Eltern Überhaupt nicht Zwei Ich weiß nicht, ob ich den weiterspiele Ich denke nicht Nein, nein, nein Das ist einfach mir zu scheiße mit der Mucke Die Mucke ist leider Das Totschlag-Kriterium Obwohl ich merke Ich bin mir einfach sicher, dass der Hack super ist Spielerisch Ich bin mir sicher Ist das Trolls oder Trolle? Naja Und ein Versuch noch Die sind von sehr guten Eltern In der Kritzelt Auch gut Auch gut Guter Kaiser-Block Da weiß jemand, wie man gute Level baut Bin ich mir sicher Das mit Fast Restart Ey, und der Hack wäre eine 12 von 10 Oh, das war dumm Okay, letzter Versuch Naja, wer bin ich denn, Iselin? Ist doch nicht mein Hack Ändere den doch nicht einfach Und spiele ihn dann Nein, den werde ich nicht Ja, ich glaube, wenn du den Speedruns Ist ja auch geil Weil da stirbst du ja jetzt nicht 100 Mal Und dann hast du dieses Problem mit der Overworld nicht Das ist bestimmt richtig nice Den zu Speedrun Ha! Okay, letzter Versuch Na, die Trolle sind doch nice Okay, allerletzter jetzt Und dann mach's aus Nett, irgendwie nett Hey Junge, ich hab Ne, das war nix Ich hab mich nicht festgehalten Ich schwör's euch Jetzt aber Okay, das ist natürlich kein Versuch Aber das ist wirklich keiner Ich mach immer Witze darüber Aber das ist nun wirklich nix Okay Gut Dann werde ich jetzt Den letzten Versuch machen Und dann wechseln wir das Game Und dann Bravely Default Ne große Pause gehabt Ich hoffe aber auch Um ehrlich zu sein Dass es nicht mehr noch 4000 Jahre geht Das Game Dass es schon langsam Ähm Zu einem Ende kommt Nicht, weil es mir nicht gefällt Um Gottes Willen Aber Weil es sich doch zieht Und ich weiß auch Dass viele es nicht unbedingt spannend finden Zum Gucken Deswegen wär's schon schön Wenn es so langsam Aber sicher Richtung Finale ginge So Okay, letzter Versuch Und dann gibt's den Switch Auf die Switch Junge Ich liebe das Game Ja, viele lieben es Aber ich glaube Mehr lieben es nicht Aber es ist auch sehr speziell Ne So Dieses ganze Menü-Ding Und so Ich kann verstehen Dass das nicht unbedingt Für jeden ist Sich so mit den Klassen Zu beschäftigen Und so Also das geht's doch nicht So komm schon Fünf Minuten und Level 4 Was ist denn Was ist denn damit falsch Also ich will es nicht sagen Aber Da steht in den Feldern auch noch Da sind solche Buchstaben Wenn man die in der richtigen Reihenfolge Aneinander reiht Dann ergeben die Worte Und die haben meistens eine Bedeutung Und da könnte man noch was zu der Zeit erfahren Zusätzliche Informationen sozusagen Sodass die Zeit nicht einfach nur da ohne Ohne Infos steht Sondern da steht tatsächlich noch was Achso das ist Level 3 Das meinst du Ja das ist richtig Das ist dann ein Fehler auf meiner Seite Das ist richtig Stimmt weil ich den Scheiß So müssen wir es machen Weil ich den Scheiß Secret Exit Ähm Als Exit genommen habe Dabei war das einfach nur ein Troll Okay komm schon Jetzt ist gut Den sind Ansprache ganz umsonst Aber die war trotzdem gut Naja komm es stand auch dumm im Text Oder im Chat Ich glaube es stand schlecht formuliert im Chat Mich trifft keine Schuld Okay Mich trifft keine Schuld Ja damit das schon mal klar ist Ja und Stimmt's oder meistens nicht Meistens immer nie oder So wir gucken nochmal wie das jetzt formuliert war Na okay ne Mich trifft die Schuld Ich nehme mal das Zeug Cool Cooler Hack glaube ich Aber ohne Fast Restart Ist schon auch ein bisschen Abturn oder Ohne dich spoilern zu sein wollen Der Hack ist super Du solltest ihn nicht abbrechen Aber ich habe für 3 Level jetzt 1,5 Stunden gebraucht Ich würde sagen im Schnitt bleibe ich bei Das zweite Level war Lang Ich würde sagen so 30 Minuten brauche ich bestimmt für jedes Level 30, 40 Minuten 40 vielleicht Weil es wird ja bestimmt noch ein bisschen schwerer Das ist mit den ganzen Exits schon hart Ist ja kein P86 Ja ich meine das wird nicht so lange dauern Aber hat ja noch mehr Exits So Leute Ich mache jetzt kurz Pippi Ne um ehrlich zu sein Wenn der jetzt leichter wäre Nur dann würdest du ja meine Träume nicht erfüllen Das wäre ja mega dumm Also wenn der jetzt leichter wäre Als der Und du machst da deine 1000 Exits Da habe ich ja gar keinen Spaß Das wäre ja schade Also ich träume ich nicht davon Erstmal Lakritz-Snack Ich komme ja gar nicht an die ran Ich habe die ja weggestellt So dass ich gar nicht rankomme Deswegen werde ich keinen Lakritz essen So kurze Pippi-Pause Danach gibt es Bravary Default Ja Mal gucken wie weit wir kommen Ich peile tatsächlich jetzt mal an Das mal irgendwie Richtung Finale zu bringen Und ich sage mal so Wenn wir heute nicht durchkommen Dann am Dienstag Komplett Dann wird am Dienstag Bravary Default Hardcore durchgezogen Mach das Lakritz-Snack Welche Sorten waren das nochmal? Strawberry Strawberry Cream Und Salty Caramel 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 So kurze Pause Gleich geht es weiter mit Bravary Default Ich freue mich drauf Bis gleich Ich esse keinen Ich komme nicht dran Wie gesagt Es steht doch groß Leider nicht mehr Aber ich brauche die Rakete Wenn ich die Rakete da kaputt machen könnte Dann könnte ich sie auch schon hier kaputt machen Ich brauche die Rakete am Ende Oh Ich kann sie nicht kaputt machen Ich bin fact Ich kann sie nicht nicht selber Das Nether König Aber ich bin Ich bin Die Rakete Deswegen Sie wie sie Danke, Danzyn für die super Unterhaltung. Was? Was ist das? Da war ne Wand vor der Pipe. Was war das denn für ein schräger Troll? Okay. Ich hab uns geschnallt. Guck mal, diese Plattform. Ja, Mann! Oh! Das kommt einfach zu spät. Hallo! Perfect Mount! Ohne Eingabe. Bitte nachmachen. Die Elfenflöte. 24 Attack. Hast! Laber doch nicht! Haste, Leute! Wichtigster Zauber der Generation. Das ist ¡He. Wichtigster Zauber der Generation. Kevin's I think that's a Yatta going out Hey, what the fuck Wow, ist das krass. Das ist Genialität gemischt mit absolutem Schmutz. Trav-Kind, ich konnte es nicht mehr erwarten, dass du kommst, endlich. Danke, endlich ist es soweit. Danke, Mann. Ich habe die ganze Zeit gezittert von Nervosität. Aber jetzt ist es soweit. Danke. Aber ich glaube noch nicht mal, dass Ü60 das mag. Das ist Quatsch. Das ist verarsche. Das mag keiner. Mancherie tiptop. Boah, ekelhaft. Wirklich. Also Leute, wenn ihr wirklich so drauf seid, dann verlasst jetzt den Channel hier. Da muss man auch ein bisschen mal durchgreifen, finde ich. Ich bin ja sehr tolerant, aber irgendwo ist die Grenze. Ja, man kommt doch gar nicht in die Pipe. Ja, wir können es so lassen, weil man kommt nicht in die Pipe. Man kommt in die Pipe. Ich denke, ich muss da rein. Oh, ich will mich selber ohrfeigen. Warum sollte ich denn plötzlich in so eine Röhre gehen? Warum macht es Sinn, dass ich... Was passiert in meinem Gehirn? Ich weiche hier in dem Level 50 Röhren aus. Und irgendwas in meinem Gehirn sagt plötzlich, ich soll da in die Röhre. Ich verstehe es nicht. Ich will reingucken in meinen Kopf. Das ist der Instinkt eines Kleppners. Das kann sein. Hey, gib mir Rupees. Was zur Hölle? Dieses Spiel baitet so hardcore rein mit den dämlichen Thronen und dann ist da immer nur ein Abfallprodukt drin. Warum? Der Feuerball, habt ihr gesehen? Der war fucking drin! Mein Gott! Was für ein Scheiß! Mir fehlen die Worte. Was für eine Kacke. Was für eine Kacke. Nur wenn wieder irgendein Hayopai denkt, warte mal, mach doch kein so. Da muss man doch am Ende immer Troll machen. Ja! Dadurch wird es auch mega dein Level. Spin. Zauberstab? Mit Rillkralle. Elfen flöten, laber doch nicht. Die beste Cola steht auch schon drei Tage offen. Aber ist eiskalt. Der doch ist wirklich so. Die beste Cola steht drei Tage auf, aber eiskalt. Eiskalt, eiskalt. Oh, eiskalt. Ich wäre auch der Erste, der die Sorte kauft, wenn die offiziell rauskommt. Ich würde die wirklich kaufen. Ich würde die Kacke. Ja, so ohne der Reiser oder was. Nein, das ist weg. Ey, Cola oder Konsequenze. Aber Kall. Alter, da schüttelt es mich direkt, ey. Ey. Ey, geil, alte Cola. Aus Versehen aufgelassen. Dann stand die drei Tage irgendwie vor der Couch, dann nochmal in Kühlschrank. Ja, es ist ein bisschen scheiße, Inkel. Wenn es keinen Patch gibt, ist es random, ja. Kein Boot, nee. Kein Boot. Ja, hätte ich gestern machen müssen. Habe ich vergessen. Ich brauche aber auch kein Boot. Ich bin der, dummerweise bin ich ja in der Höhle. Das heißt, um jetzt das Boot loszuschicken, hätte ich aus der Höhle porten müssen. Nur um das Boot loszuschicken. Ich weiß nicht. So, wir waren mitten in diesem Dungeon und ich glaube, kurz vor einem Boss, ne. Und da habe ich ausgemacht. Jetzt muss ich mich natürlich erstmal kurz wieder reinfuchsen. So, wir haben, glaube ich, die neue Klasse bekommen hier. Wie hieß sie? Hellblade? Ja, ne. Sound ist zerstört vom Spiel. Hä? Ist nicht schlecht wegen überragender Kraft. Ich glaube, dieses... Knackt und knarzt. Okay, Moment. Das können wir fixen. Immer noch? Bei mir war es normal. So, wie war das? Oh, die sind schon auf Boss-Modus gestimmt, ne? Ich glaube, ja. Ich habe schon auf Boss-Modus hier ausgerüstet. Ja, ich habe zum Beispiel auch den Scheiß weg. Ja, ich habe schon auf Boss... Ich war ready für den Boss. Okay, dann gehen wir rein. Erster Versuch. Ach, Schäffler, moin. Wow. Deine Zwillinge, Sophie und Felix, Grüße gehen natürlich raus. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Nicht schön. Honesty, danke für zehn Monate. Wir müssen alle vier Kristalle an ihren angestammten Platz zurückbringen und dafür sorgen, dass ihre Kraft wieder aufgefüllt wird. Hinter einem Wasserfall in der Nähe von Helzionia ist ein Weg verborgen, der uns nach Musa führen wird. Sobald wir dort sind, könnt ihr mir den Rest überlassen. Moment, hier war ich, ne? Das ist falsch. Wisst ihr, euch kann gar nichts passieren, versprochen. Schließlich beten Gwilin und ich für euch. Was will man mehr? Moment, oder habe ich den Boss hier gemacht und ich muss zurück in die Stadt? Adam war also die ganze Zeit unter Ednas Kontrolle. Unglaublich, dass es so weit gegangen ist. Dafür wird sie büßen. So war ich hier stehe. Genau, Edna war die Schwester von Gloria... Von Gloria... Äh, von... Ähm... Adele. Und die hat Adam kontrolliert und den haben wir besiegt und der ist dann gestorben. Und da haben wir die Klasse bekommen. Ich glaube nicht, dass Holo gerade nun, da Adam Ford ist, noch irgendwelche anderen Königreiche angreifen wird. Roddy und die anderen können die Friedensabkommen und was weiß ich nicht alles aushandeln. Wir müssen uns um die Kristalle kümmern. Das heißt, ich muss raus? Ist das richtig? Dann hätte ich ja doch das Boot easy losschicken können. Muss ich raus? Ich glaube, ich muss wirklich raus, ne? Ich glaube, ich muss raus. Toll, da hätte ich das Schiff ja losschicken können, ja. Naja, toll. Dann haben sie jetzt die falschen Klassen. Dann habe ich gerade... Okay. Ich glaube, ich habe gerade nämlich diese Klasse bekommen. Hellblade. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage. Hellblade klingt erstmal sehr sinnvoll für ihr 99.999 Milliarden Damage Temposchlag, ne? Genau, genau. Also ich sollte, glaube ich, Gloria zum Hellblade machen, oder? Wegen des Passivs. Überragende Kraft. Ich glaube, ja. Äh, was trägt die denn hier? Schwerter natürlich. Eisbrand. Äh, ein Dolch brauchen wir hier nicht. Kann sie schön zweihändig tragen. Oh, das will ich jetzt eigentlich... Da brauche ich gar nicht so wild verändern. Sie ist eh nur zum Leveln jetzt da. Das brauche ich gar nicht verändern. Naja, genau. Weil der Drache mich gerettet hat. Was ist denn das für ein Passiv? Stellt am Ende jeder Runde 8 TP und MP wieder her. Im Austausch dafür werden die BP bei einem K.O. auf Minus 3 gesetzt. Das finde ich so gut. Also wirklich. Hab ich denn hier, ähm... Ne, hab ich gar nicht. Naja, gut. So, das heißt, wir müssen jetzt... Ich hab... Hab ich jetzt immer noch... Ne, und der Rotmagier muss natürlich auch weg. Ah, ja, 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 ja. Moment. Moment. Also, Orakel ist noch nicht ausgemaxt, ne? Äh, Bastion. Doch, Bastion ist fällig. Und Geisterrufer wollte ich ausmaxten. Oder ist er schon? Ist er doch, ne? Ja, wegen der beiden Passive. Das war krank. Was wollte ich denn dem Elvis noch für ein Passiv geben? Ich glaub, sie hab ich zum... Wegen der MP-Regeneration... Zum... Hexer noch gemacht. Und ihn... Oh, was wollte ich denn da noch mal machen? Weithändigkeit eigentlich für alle gut, ne? Ich glaube, da ist echt nur das Letzte das Beste, oder? Ja, klar. Das Letzte ist gut, der Rest ist Schrott. Aber das Letzte ist halt schon cool. Ich glaub, ich geh echt auf Weithändigkeit. Das ist halt für alle gut. Komm. Der hat komplett falsches Outfit jetzt an, aber das ist scheißegal. Weil ich runshotte eh alles mit, äh, Seth. Und im Prinzip brauchen die nichts. Die brauchen ja eh nichts machen. Doch, doch. Ich hab gesagt, das sollten alle haben. So, was hatte ich jetzt hier? Äh, rigorose Haltung. Ach, jetzt hab ich nicht den AOE-Shit. Ach ja, Mist. Muss ich noch reinpacken. Das Passiv ist nicht richtig. Stimmt, Elvis sollte White Mage gelevelt werden. Du hast recht. Du hast absolut recht. Elvis sollte White Mage lernen. Aber wozu? Doch für Erzengel. Du hast recht. Du hast recht. Dankeschön. Und sie ist überladen. Warum? So. Äh, ja. Und wir brauchen hier AOE wieder. Konterkenner. Heiserner Wille ist jetzt nicht so wichtig. Da brauchen wir... Was war das? Zügellose Wut, ne? Oh. I really, really... Professor Badtime, I really love this game. It's one of the best RPGs I've played in the last years. Wolltest du nicht einen Paladin machen? Doch, doch, doch. Wollte ich. Genau. Wow. So, ich glaube, jetzt kann ich... Ich kann das wiederholen. So, rigorose Haltung. Und dann... AOE. Und dann kann ich das gleich immer sparen. Ich mach auf zweifacher Geschwindigkeit. Und Seth grindet doch eh alles kaputt. Es ist egal, was die equipped haben. Die sollen nur die Jobpunkte abkriegen. Und ich glaube, wirklich ein Elvis als White Mage ist halt noch krass als zweite Klasse. Wenn der dann noch retzen kann, dann mach ich Bastion und White Mage. Ja, dann ist doch GG. Der Chat vergisst nie, ja. Ne, ich muss reisen, ich Idiot. Ich muss in die Stadt und dann mach ich Fast Travel. Das macht deutlich mehr Sinn. Ja, ja, ja. Und dann geh ich hinter... In Halcyonia hinter den, ähm... Wasserfall. Nee, ich muss in die große Stadt. Oder kann ich hier auch Fast Travelen? Ah, ich weiß es nicht. Könnte sein. Durchaus möglich. Oh ja, geht. So. So, und dann... Ja, Hellblade ist cool. Auf, 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 äh... Gloria. Das Passiv ist halt krass, dass man über 9999 machen kann. So, da hinten muss ich rein. Okay. Ja, die Gegner mach ich jetzt natürlich mal nicht. Weil die bringen ja gar nichts. Naja, obwohl zusammengetrieben. Hier hatte ich doch dieses Rare... Oh mein Gott. Diesen Rare Monster. Die geben doch auch ordentlich Sachen, ne? Da lohnt sich's eigentlich. Sind die noch da? Äh, respawn die? Ist das wieder am, am Strand? Dieses Rare Monster da hinten? Ja, ne? Lohnt es sich, das nochmal zu machen? Oder ist das Quatsch? Na ja, es macht keinen Sinn. Der hat ja irgendwie 100.000 HP, ne? Ja, das ist Quatsch. Dann müsste ich jetzt wieder die Klassen ändern und so. Kann ich die denn nicht zusammentreiben? Weil das lohnt sich dann eigentlich immer, ne? So eine kleine Horde hier. Ah, nervt aber zu krass. Ist egal. Ja, das sind jetzt auch die ersten Gegner hier, ne? Hier, das lohnt sich, glaube ich, schon. So eine Zweiergruppe. Die Rare Items kann man auch klauen, okay. Ich mach mal hier echt die Geschwindigkeit höher beim Trash, oder? Ich kill ja eh alles. Oh, zack. Beim Trash und bei Nicht-Rare Mobs mach ich die Geschwindigkeit wirklich einfach jetzt ein bisschen höher. Weil ich mach halt nichts anderes als AOE-Spam mit Seth, der einfach alles killt. Fängt der eigentlich noch Tiere? Ne, ne? Habe ich gerade gar nicht drinne. Ich will Tiere fangen. Oh, da ist sogar noch eine Truhe. Was ist denn das? Hier war ich ja noch gar nicht, oder? Große Job-Punkte-Kugel, ja lol. Was ist denn das? Mach das mal, Rockfather. Oder war ich hier doch? Ich glaube, ich war hier doch. Große Job-Punkte-Kugel. Was will ich jetzt am ehesten vollkriegen? Frage ich mich gerade. Auf Seth etwas? Was will ich am ehesten vollkriegen? Fortgefangen. Zwei Waffen vom Assassinen hat er nicht. Ne, aber ich habe doch gar keine Passiv-Slots mehr auf ihm. Ich finde, das ist sowieso schon so schwer. Ich würde die Job-Punkte-Kugel lieber woanders jemand anderem geben. Der ist doch schon ausgerüstet, Seth. Das ist der so... Vielleicht echt, äh, Elvis? Aber solange sie das jetzt leveln... Ich muss es erstmal jetzt ja gar nicht geben. Aber ja, Erzengel ist natürlich need auf Elvis. Wodurch greift Seth alle an? Durch ein Passiv, äh, vom Gladiator greift Seth alle an. Äh, er ist deutlich langsamer dadurch, aber seine normalen Angriffe haben AOE-Effekt. Und wie man sieht, ist das sehr stark. Sehr gut. Ordentlich XP hier auch. Zwei Waffen vom Assassin wäre natürlich auch noch krank, ne? Aber was soll ich dann wegtun? So, dass ich jetzt die Tiere fange, klar, das könnte ich noch... Macht nur Sinn auf Gloria. Meinst du, die große Job-Punkte-Kugel, um an das Ulti zu kommen? Ich glaube da... Äh, nicht das Ulti, sondern... Ähm... Das... Den letzten Skill auf Level 12, der ist, glaube ich, schon echt neat auf Gloria. Ich behalte sie mal. Die Kugel. Wird ja nicht schlecht. Kommt ein Boss, dürft ihr durchaus sagen. Sagt mir das mal. Es geht nur um das Umskillen. Das dürft ihr immer spoilern, wenn ein Boss kommt. Hallo? Oh. Alter, er zerstört halt komplett, ne? Und wie viel XP? Also keine... Nicht viele Job-Punkte, aber XP sind halt krank. Da geht's lang. Hm? Wie viel Damage macht denn Gloria? Sie darf gleich auch ruhig mal kämpfen. Er lernt, Weihe, das ist gut. White Mage, muss hoch. Hier gibt's wahrscheinlich gleich eine Truhe oder so. Die Fall. Warum sind die dran? Wow, 1000 Damage. Ich fang noch weiter Tiere. Was hatte ich denn dann bei... bei Gloria? Hatte ich... Helfenmantel? Boah, plus 20 ausweichen. Gewicht minus 9. Hatte ich... Was war denn mein Plan? Beastmaster... äh... Dieb? Ich glaub ja, oder? Das war mein Plan. Wegen der Stats und die Tiere, die ich fange. Und mit Dieb einfach Damage machen durch den Super-Tempo-Schlag. Ich glaube, das war mein Plan. Der Bier-Affe, Moin. So, komm. Diabolus... Was ist das denn hier? Verbraucht 25 der maximalen TP, um regelmäßigen Abständen drei mächtige physische Blitzangriffe auf ein Ziel. Äh. Mächtiger Magischer, nicht der limitärer Angriff gegen sämtliche Gegner. Aber ich will mal gucken hier. Ich will mal ihren Damage sehen. Komm, Gloria, mach mal was. Wow. Hier, so macht man Damage, Gloria. Das ist halt so eine Grind-Bastelung hier. Tierfleisch. Oh, das ist hier natürlich praktisch. Obwohl ich das, glaub ich, auch Ätzen finde. Warte, ist ja unten noch eine Truhe. Weil ich ja eigentlich nur mit Seth in der ersten Runde alles wegkloppe. Und wenn er dann bei drei BP ist, ist das halt Schitte. Lieber so. Ich will keine Horden. Octopass Traveler ist im Game Pass. Also wer das nicht spielt, ist selber schuld. Hier ist ein Monster drin. Meteorit. Das kann auch reinhauen, diese Items. Die können auch richtig reinkloppen. Leviathan29, danke dir für deinen Sub. Sehe ich jetzt gerade. Für deinen Prime-Sub. Dankeschön. Glaub ich, dass es Builds gibt für die Items. Der Dieb hat ja allein schon einen Passiv, wo die dann irgendwie 50% mehr Damage machen. Mondscheinschild. Oh, das könnte mit Spell-Damage sein. Also ich denke, das ist ein leichtes Schild. Also sehe ich hier irgendwie bei ihr. Gewicht 17. Nein, das ist nicht leicht. Magischer Angriff geht aber hoch. Wow, 21. Wo gibt's denn das? Okay, das ist sehr nice für Adele. Aber sie braucht halt Gewicht. Also Kraft. Ja, die Glücksspieler-Klasse, die brauche ich ja wohl noch, ne? MP-Regeneration. Das wollte ich auf dem Black Mage. Sonst nix auf Adele, ne? Glaub ich. Am Ende jeder Runde werden 5 MP wiederhergestellt. Das finde ich sehr nice. So, das wollte ich auf Adele haben. Die hat ja 999 in ihrer Main-Klasse. Und sonst wollte ich vom Hexer auch, glaube ich, nix auf ihr. Ne, ich spiele ja eh Orakel. Und das ist auf Max, ne? Ja, Orakel Red Mage. Das heißt, welches Passiv könnte ich noch gebrauchen? Wo war denn dieses AOE-Passiv? Das war doch auch beim Gladiator, oder? Oh, da bin ich sogar schon. Ne? Ne? Warum habe ich sie denn hier gesch... Warum habe ich einen Gladiator aus ihr machen wollen? Wo ist denn das AOE-Ding? Bin ich jetzt blöd? Ist das 8. Ah, hier, ne? Volle Kraft. Hat sie? Hat sie das auch schon drin? Warum hat sie denn volle Kraft nicht drin? MP-Ersparnis? Was macht denn nochmal MP-Ersparnis? Das wäre natürlich auch gut. 20 Prozent. Ja. Ja, was anderes sehe ich jetzt gerade nicht. Ja, Beidhändigkeit würde halt auch wieder... Obwohl... Ja, es ist halt immer gut, ne? Konterkenner wäre auch gut. Das stimmt. Das stimmt. Was ist denn MP-Booster? Ja. Konterkenner. Ist das gut? Weiß ich nicht. Oder das? Aber... Ne, das brauche ich einfach nicht. Was ist denn hiermit? Hm. Kritische Treffer verursachen 30 Prozent. Für Doppelstab? Ja, ne? Ich gehe mal hier drauf. Das machen wir. Das wird jetzt ganz wild. Das wird jetzt ganz wild. Doppelstab und Crit. Zwei Waffen für Doppelstab ist bestimmt fein. Oh, das war nicht richtig. Weil dann sind die Stats... Die Wirkung wird nicht reduziert. Das heißt, die Stats kommen drauf. Das ist schon krank, glaube ich. Das ist ja saugeil dann. Doppelstab, beides Stats. Da hast du ja so viel Spell-Damage. Konterkenner. Ja, weiß ich nicht, ne? Auf diesem Weg sind wir Sir Sloan und ich damals nach Helsionia geflohen. Es fühlt sich an wie gestern, aber seitdem ist so viel passiert. Tja, jetzt kannst du endlich nach Hause. Ja, ich hoffe, dass Sir Sloan über uns wacht. Das tut er bestimmt. Wow, was ist mit der Map los? Wow. Na komm, hier sind doch wahrscheinlich kranke Items. Hier ist das Mana-Schwert locker im Gras, oder? Ja, also alles andere würde mich traurig stimmen. Krit-Monster, ja. Oh, was ist das? Eine Stadt? Naja, viel los ist nicht. Aber ja. Das einstmals glanzvolle Reich Musa. Hm, das ist... Ich meine, es ist... Willkommen in Musa. Ich fürchte, es ist niemand mehr übrig, der uns begrüßen oder die Gastfreundschaft zuteilwerden lassen könnte, für die wir so berühmt waren. Aber ich zumindest freue mich sehr, dass ihr hier seid. Niemand hat den Angriff überlebt. Ich bin die Einzige, die noch da ist. Aber ich werde nicht zulassen, dass andere Königreiche der gleichen Verheerung einheimfallen. Ich werde nicht zulassen, dass unsere Welt zerstört wird. Es ist noch nicht alles verloren. Solange wir die Kristalle haben, gibt es immer noch Hoffnung. Gehen wir weiter. Hallo? Sind doch gar nicht alle tot. Nicht hier rein. Loot! Gib mir Loot! Ja, hier ist aber nicht so viel los. Ich sehe eine Truhe. Ich habe eine Truhe gesehen. Und ich kam bestimmt hinter dem Berg. Aha. Falkenmesser. Uh. Wir gucken einfach nur mal. Das klingt gut für... Oh yes. Oh yes. Ripper. Ist natürlich auch krass wegen dem extra Damage bei Humanoiden. Chance auf Crit 15. Chance auf Crit 15. Ei, 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 ei. Damage, Leute. Wir brauchen Damage bei Gloria. Und dem super Temposchlag. Der muss halt zerstören. Ich denke nicht Pit-Pey, um ehrlich zu sein. Jetzt muss ich hier wahrscheinlich die Kristalle einsetzen. Aber das sind keine Gegner. Oh, was ist denn hier los? Oh, hier sind Gegner. Oh, nee. So war es. Ey, das hasse ich ja. Das hasse ich ja. Alter. Set ist einfach der Killer. Oh, reicht's nicht? Oh, ist... Doch. Kalbierter Schaden durch Schwerte. Tenere Trance. Todes was? Todes was? Ding. Todesschwert. Ich bin dabei. Todeserreger. zusätzlicher Effektverwirrung. Physischer Angriff. Also der hat 86. Das Ruhenschwert hat 87. Hat aber keinen zusätzlichen Effekt. dann tausche ich doch das Ruhenschwert aus, weil das blind, das blind, ja blind ist doch gut, blind machen. Maximale MP geht runter, ja. Wow. Das ist jetzt der normale Schwierigkeitsgrad, der Trash. Die Trash-Fights sind so leicht. Ähm. Die Trash-Fights sind einfach sehr simpel. Jetzt habe ich aber auch eine Klasse gebaut, die extra für Trash ausgelegt ist, die da genau dafür da ist, in den ersten vier Zügen alles zu vernichten. Aber die Boss-Fights sind überhaupt nicht simpel, die sind sehr nice. Okay, also das braucht hier wirklich kein Mensch. Meiner Meinung nach. Elixier, was macht denn Elixier? MP und HP komplett voll? Das würde ich von dem Elixier erwarten. Ja. Oh, das ist ein, ist das ein Rare? Ich glaube ja. Nee, kein Rare. Aber er war rot. Oh ja. All eyes on me. All eyes on me. was kann sie denn so drei schnelle physische angriffe ganz normaler gegner rein knochenbrecher das ist ja wirklich furchtbar hier mit den teleportern was soll das wenn sie doch einfach verbunden lassen können die wege das sehe ich jetzt gar nicht aber so ein feuer ding ich gehe mal von einem feuerboss aus ich lehne mich mal aus dem fenster da wäre das eisbrandschwert bestimmt krass dann was haben sie denn hierbei gedacht und dann lernt schleier nicht so wichtig das sieht aber nach einem boss aus oder ist das ein bossfight oder ist das normaler trash dürft ihr spoilern weiß ja ist ein bossfight okay weil sonst ist es ja ja ich glaube ich würde echt eisbrand nehmen wer hat denn das ich nehme glaube ich eisbrand so okay ja gut da müssen wir jetzt um basteln aber es geht ja relativ zackig wir machen hauptklasse bestienbändiger und deep second ne so das heißt sie kriegt jetzt einen fetten bogen und äh hier hat sie physische sachen ne tempo okay das ist gut die fähigkeiten ändere ich ja eigentlich bei gloria auch nie zwei waffen crit im pr sparen ist okay konterkenner kann ich hier noch irgendwas sinnvolles gebrauchen was ist denn kritische unterstützung das ausführen eines kritischen angriffs kann ein pbp gewähren das ist ja auch ultra achso ich bin auf elvis okay wir lassen das mal so gut er wird zur bastion und white mage second ne so den muss ich jetzt komplett anders ausrüsten so und sie wird zum red mage orakel ne so braucht sie jetzt noch was anderes sie hat magischer angriff 207 das ist gar nicht so viel ne sie kommt hier mit dem schwert höher tatsächlich magischer angriff plus 87 macht es auch aber das macht sogar 90 ich würde mal so machen für mp so wie viel hat sie jetzt noch platz neun gewicht ein gaia schild geht auf jeden fall noch ein anderes schild wird schwierig oder na hier magischer angriff geht aber hier nur hoch taifun schild kommt wow hässlich so ich glaube so sind wir equipped achso und die und die passive müssen noch bei seth weg ja jedes mal komplett umbauen finde ich auch dass das ist ein bisschen ätzend da hätte man so machen können dass man so sets hat zumindest muss eine zügellose wut weg und dafür würde ich konterkenner rein tun und bestien flüsterer brauche ich auch nicht ja mir fehlt ich doch ein passiv könnte ich noch gebrauchen ne ich sollte den ninja skillen hier mit zwei einzelnen waffen das macht sinn weithändigkeit jetzt ach obwohl ich wollte doch eiserner wille oder ja okay volle kraft kann auch weg das stimmt volle kraft macht auch keinen sinn und dann machen wir hier multitask aber ich mache eh kein auto hit ja mist also ich kann schon noch passive gebrauchen definitiv man sieht es ja ja zwei waffen wäre gut definitiv ach ja ja komm konter hätte ich rein machen können ja ist jetzt egal oh ich habe mich auch nicht geheilt default ach so jetzt die geschwindigkeit wieder runter machen 100.000 hp oh gott schwäche gegen blitz so jetzt wird es interessant wir machen erzeugt eine barriere die mehrere ziele physischen angriffen schützt so nein ich wollte doch orakel nicht bastion ich bin doof orakel white mage wollte ich doch spielen default erhöht die bp drei rund lang um zwei statt um eins oh wieso denn jetzt zweimal bolle so ich würde gerne elementar schwäche nein ich würde gerne extra element blitz gloria auf ihren bogen geben und dann will ich blitz damage machen den ich jetzt ja gar nicht habe wow dann kriegt sie hasst gar ist jetzt alles nicht gut geisterrufe meine ich ja nicht orakel ja so gloria hat jetzt blitz element doppelt und hasst gar und jetzt macht ihr den super temposchlag der müsste der mensch machen würde ich jetzt mal sagen war okay 40.000 schaden äh ja ja ich weiß noch nicht ob sich das lohnt mit dem beast hunter damage das ist eigentlich quatsch ich musste phantom spielen so war das ne ja es ist jetzt nicht perfekt es ist halt es ist jetzt so wie es ist äh 180 er macht hier tausendmal default könnte man blitzangriff machen habe ich ein irgendein tier mit blitz alle wie viele tiere habe ich denn die junge dir eine schad ein tor verfehlt ahja oh jetzt gibt es aua zum glück habe ich die weil ho 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 ja ja mir ist es vorbei was spiele ich denn auch ohne einen white ich spiele es gerade auch so komisch mein setup ist nicht schlau also gar nicht ich muss halt erstmal wieder reinkommen weil so geht es nicht ja so geht es nicht so wir machen auf jeden fall wieder ein bollwerk super wichtig voll weg ist absolut neat so 76 das muss es doch schon sein oder ja ist es ist es hei 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 er hat ja lektis also das umbauen ist echt gloria phantom deep gloria phantom deep war das so warum wollte ich denn gloria als phantom haben was hatte die denn für ja ich kenne auch den zweiten das zweite passiv noch gar nicht ne was ist denn das erste jeder physische oder magische angriff der eine gegnerische schwäche ausnutzt verursacht mit 50 ja das wollte ich halt haben hier mit dem crit ne ja 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 ich muss hier phantom maxen und ist schnell für den super temposchlag ja 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 und hier hab ich geisterrufer wollte ich spielen ne und der ist auf max geisterrufer white mage wollte ich machen und bei adele wollte ich jetzt gerade auf worauf wollte ich denn da gehen auf beidhändigkeit oder ja auf beidhändigkeit für zwei stäbe elvis überladen ja ist klar der hat jetzt ja auch die ganzen harten sachen an hier aber es ist eigentlich auch nicht so wichtig was der an hat der hat halt hier auch die kranken rüstungen an den ziehe ich ja eh gleich wieder oben also ist egal den brauche ich jetzt nicht so kurz speichern naja das mach ich auch dann mach ich das nämlich mit den crits bei gloria wie gesagt phantom muss erstmal ausgemaxt sein auch hier ach neue lanze ja die kann jetzt ja gerade eh keiner tragen boah sind das jetzt so vier rohr oh es ist viermal so ein teleporterraum mit verschiedenen elementen das könnte ich mir vorstellen höre mich an die unter menschen wandelt die seele deiner schwester ist verloren vom nexus verschlungen nichts ist mir übrig aus einer bitteren und endlosen abscheu so du auch versuchst sie zu erreichen deine worte stoßen auf taube ohren sie verspürt nichts als hass und obwohl du dies weißt entscheidest du dich dazu weiter zu machen natürlich tue ich die frage ist die frage ist macht es jetzt eigentlich sinn das phantom zu leveln oder brauche ich eigentlich dass ich mehr als 9999 damage machen kann brauche ich das nicht eher auf der anderen seite brauche ich hier nur noch ein level ab fürs maximum beim phantom naja irgendwie sowas werde ich auch machen trinidad jetzt hat jetzt level ich erst das phantom aber sie brauchen natürlich hier den damage wie sagt man dass sie mehr als 9000 ja über 9k braucht sie auf jeden fall ja finde ich halt auch ah tatsächlich das ist jetzt echt sowas hier wow ja ne wie viel braucht sie denn noch oh nicht mehr viel 500 die sollte ich jetzt holen dann hat sie da schon mal das zweite passiv was auch immer das ist das wird ja wahrscheinlich auch kein scheiß sein jetzt muss ich die fähigkeiten wieder umbasteln junge vor allem von setz bei allen anderen lasse ich das jetzt so wirklich verändere bei den anderen nichts mehr aber ja setz brauche ich jetzt natürlich ja 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 Was sind das für Labyrinth-Dinger? Jetzt sind die halt zu schnell. Ja, das Phantom muss ich voll machen. Definitiv. Ich mach gleich die Kampfgeschwindigkeit ein bisschen höher. So, ich hoffe nochmal auf ein schönes Schwert und ein schöner Dolch. Ach, sie hat ja auch gerade ... Stimmt, das mit dem Bogen war richtig dumm. Was habe ich da zusammengebaut? Ja, die sind halt so schnell, dass sie vor Seth drankommen. Die sind halt so schnell. Guck dir das mal an. Die sind halt tausendmal dran. Oh nein, jetzt ist Seth mit ... Oh oh. Okay, ich darf definitiv nicht ... Seth verwirrt werden lassen. Das muss ich verhindern. Das heißt, er braucht zügellose Wut, ne? Alter, man muss auf so viele Sachen achten. Äh, auch nicht zügellose Wut. Wie heißt das? Was nehme ich dann weg? Eiserner Wille ... Krass ey, man muss einfach auf eine Million Dinge achten. Die sind halt einfach zu schnell, die Phantome, das ist ja krank. Das ist ja krank. Ich bin großartig. Den Dungeon finde ich aber irgendwie ein bisschen schwach, muss ich sagen. Elvis, Level 8, das ist sehr gut, hier wir achten auf Gloria, die braucht ihren Level-12er-Skill. Das gefällt mir auch nicht, das ist so ein bisschen sehr lahm, über 1000 Labyrinthe irgendwie, nicht sehr kreativ. So, die braucht ja nur bis Level 9 für zwei Waffen, ich glaube das waren 9. Truhen sind jetzt aber wichtig. Ist das dumm, dass die jetzt so schnell dran sind, immer. 90. Tengu, das sind diese Damage-Items, da bin ich noch nicht so richtig überzeugt von, aber wie gesagt, ich glaube auch, es gibt krasse Builds damit und dann. Hat es ihnen da noch Spaß gemacht, Roy? So, noch 200 braucht sie, 200 Job-Punkte. Da bin ich mal auf das zweite Passiv von Phantom gespannt, das kenne ich ja auch noch nicht. Kassat Fade, man, Dankeschön für den sechsten Monat. Alter, die ist halt zu häufig dran. Shit, das ist der richtige Weg. Na, als ob es hier nicht noch Truhen gibt. Gulasch? Ja, ich glaube, eine Truhe geht noch. Außerdem hätte ich gerne einen Phantom-Max-Skill, also das muss sein. Was auch immer es ist, es wird ja nichts Schlechtes sein. Es wird ja irgendein Buff jetzt da sein. Und da ich Phantom-Dieb dann auf ihr spiele, macht das schon Sinn. Es sind noch zwei Encounter, glaube ich, über drei. Auch ein Mini, danke für 300 Bits. Dankeschön. Ja, das glaube ich dir. Okay, cool. Das macht ja auch Spaß, sehr stark zu sein, Roy, ne? Oh Mini, danke für deine Bits, man. Gloria lernt so, endloser Albtraum, sehr gut. Jetzt bin ich auf das zweite Passiv gespannt. Garantierte Wirkung. Verbraucht 40 Mana, um dafür zu sorgen, dass alle Fähigkeiten-Effekte, die normalerweise nur mit einer prozentualen Wahrscheinlichkeit ausgelöst werden, garantiert auftreten? What? Ist das gut? Fähigkeiten-Effekte, nicht Waffeneffekte, ne? Aber du könntest jetzt vergiften und sowas. Wir stehlen und Monster fangen? Echt, die stehlen? Kritische Treffer plus bei Adele, das ist schon mal gut, das packen wir gleich rein. Monster Hunter Rise habe ich hier gespielt, ja, im Stream. Ich habe ja schon gesagt, es ist jetzt, ich habe ja schon beim Spiel gesagt, es wird nichts, was ich hier im Stream grinde, dafür ist irgendwie... Ich suche nochmal eine Truhe. Dafür ist nicht genug Zeit, weil das ist kein Spiel, das man mal eben so spielt. Na, da kann ich lang. Aber... Äh, ja, es ist geil gewesen, ich fand es mega geil. Kleine Erklärung, Waffeneffekte gehen auch. Wenn du ein Schwert mit Blind prockst, ist es zu 100 Prozent. Echt? Okay, das klingt aber dann sehr stark. Okay, das klingt aber dann sehr stark. Ja, verstehe ich schon mal, ja. Ja, verstehe ich schon mal, ja. Ja, verstehe ich schon mal, ja. Aber der Fang geht ja dann ganz krank, oder? Oh, eine Riesenachse. Ich habe leider niemanden, der Axt trägt. Ja. 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 Ja, aber wenn ich mir jetzt das vorstelle auf, äh, auf Seth mit Osmose, äh, dann ist der doch niemals, hat er doch unendlich Mana, oder nicht? Ja, weil wir gehen jetzt zum Boss Libes. Ja. Ja, aber es wird kein QUEEN ohnesserカ式, hat er ohne!! Ja, ne, 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 ne. Es ist keine Ne, 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 ne. Wollte ich nicht doch Orakel spielen? Ich weiß das nicht mehr. Ich bin verwirrt. Ich bin immer verwirrt. Ich bin immer verwirrt. Es sind einfach zu viele Sachen. Nur wegen Erzengel wollte ich ihn denn dann wirklich als... Brauchte ich kein Tank? Habe ich wirklich gesagt, ich mache einen Geisterrufer? Und als Zweitjob White Mage? War das mein Plan? Und die Nebenjob Spezialität? Was ist das denn nochmal? Die als erstes genannte Spezialität des Nebenjobs des Benutzers wird aktiviert. Ungefähr 30% Chance, dass jeglicher erlittener Schaden halbiert wird. Ja, ist ja nicht schlecht. So, das muss raus. Eisener Wille bleibt mal drin. Ein bisschen Flüsterer kommt raus. Boah, das ist so komplex. Warum ist denn der überladen? Wie viele Mana hatten der? 6000 noch. So, und Adele? Boah, Mann. Mann, Mann, Mann. Ist das alles wild. Und sie hat noch diese richtige Ausrüstung an, oder? Ja. Ich glaube so. Nein, ach so. Boah, es ist halt aber auch so wild. So wollte ich es machen und Phantom off. Und jetzt kriegt sie zwei Dolche in die Hand. Falkenmesser. Falkenmesser. Och, der ist schnall. 390, Junge. Die ist halt komplett broken. Kritische Treffer, zwei Waffen, Konterkenner. Okay. Ja, sie braucht halt... Sie braucht halt die Fähigkeit, mehr als 9999 Damage zu machen. Will ich jetzt mal sagen, oder? Weil ich glaube, da kommt sie jetzt ran. Als Phantom. Sie wird die 9999 machen. Schwertsschwäche, das ist natürlich fein. Oh. Kann es sein, dass ich ihn heile? Ich mache mal einen normalen Angriff mit meinem Wasser. Ne, okay. Feuerschwäche. Oh, ich mache erst mal die Geschwindigkeit. So, wir machen jetzt erst mal hier einen Husker auf sie. Wir machen einen Husker auf Seth. Und wir machen ein Extra-Element. Was war? Feuer. So. Na, er hätte auch Extra-Element bekommen können, ne? Ja, das war dumm. Wieso habe ich nicht auf Seth auch ein Extra-Element gemacht? Dumm. Geister-Magie. Da kann ich jetzt noch einen zusätzlichen machen, ne? Das war doch so. Ich kann jetzt noch einen zusätzlichen Geist holen, der heilt. Ja, tatsächlich. Ultrakrank. Ich freue mich besonders über Brady-Betro 2, weil es einfach nur mega ist. Alter, danke für den Support. 150 Euro? Alter, ich danke dir von Herzen. Das ist ja mega krank viel. Dankeschön für die Donation. Eliminator. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Schon den Z gezahlt. Danke für deinen tollen Streams. Ich freue mich besonders über Brady-Default 2, weil es einfach nur mega ist. Alter, danke sehr. Wirklich. Krass. Dankeschön. Was ist das? Einfach so aus dem Nix krank. Danke. Junge. Ja, es macht easy die 999. Das heißt, es sind jetzt einfach... Alter, das sind einfach 80.000 Damage, die sie macht. 80.000. Dankeschön, Eliminator. Das ist irre. 80.000 Damage. Krass, 150 Euro. What the fuck? Und dann, ich finde das immer so bemerkenswert, wenn es Namen sind, die man vielleicht auch nicht immer liest im Chat. So, da denkt man doch, ey, krass, was ist da passiert? Wie nett. Vielen Dank. Und Mini verschenkt erstmal ein Zap-Zap. Richtig so. Und unterstrich Mini 75 gibt es At-1-2-1-1-1-4-T-0-R. Geheftigen 147 gibt Zaps in der Channel. Guckt euch die ganzen Geister an. Alles wird geheilt. Mana. HP. Das ist halt so krass. Hadella hat ein HP. Vielen Dank. What the fuck? Dankeschön, Eliminator. Wirklich. Krank. Krank. Okay, habe ich irgendwas gegen, äh, nee, nee. Soll ich mal Rot-Magie versuchen? Sollen wir mal spammen? Desaster. Moment, wenn ich ihm das Element... Moment mal, Desaster, das wird auch Damage machen. So ist es ja nicht. Desaster macht Erde Luft. Er hat schon Luft als Schwäche. Das heißt, wir geben ihm die Elementarschwäche Erde. Und jetzt spammen wir mal Desaster. Er hat jetzt Default an. Mal gucken, ob das trotzdem Damage macht. Nee. Okay, das ist richtiger Schrott. Okay, da spule ich mir kurz vor. Also irgendwie finde ich Zauber in dem Game ein bisschen underrated, oder? Oder? Ich meine, er hat jetzt Default... Ey, wie viel Mana man auch kriegt. Die Geister sind so krass von Elvis. Und die sind einfach passiv dabei. Das ist heftig. Guck dir das mal an, was die jede Runde machen. Ja, Ripp, ne? Moment, dann hole ich aber kurz Adele wieder. Wegen XP. Das war der Fight. Ja, super Temposchlag. Etwas broken. Und die Frage ist, wie viel Damage mache ich, wenn ich mehr als 9999 machen kann. Jetzt Adele tot. Toll. Fackelbeil. Ich ändere nur die Jobs. Alles andere lasse ich jetzt einfach. Ach, ich scheiß drauf. Weil ich werde eh mit Seth durch den Trash gehen. So, da brauche ich die anderen Klassen nicht. Erfolge noch einmal meinen Rat. Du, der du so viel gelitten hast. Ach, ich finde nichts, dass ich gelitten habe. Jedenfalls nicht mehr als die anderen. Und wenn es schwierig wurde, haben wir uns alle gegenseitig geholfen. Und es waren nicht nur meine Freunde, die mir geholfen haben. Wir haben unterwegs so viele Leute getroffen. Leute, die bereit waren, für das zu kämpfen, was richtig ist. Leute, die den Mut hatten, Widerstand zu leisten, anstatt ihr Schicksal einfach zu akzeptieren. So wie auch du dich einmal geweigert hast, das deine zu akzeptieren, als dir die Wahl angeboten wurde. Du bereust diese Wahl nicht? Nicht für eine Sekunde. Wenn ich auch nur einer Person helfen konnte, bedeutet das, dass ich es richtig getan habe. Ob einer Person oder tausend, das spielt keine Rolle. Es war die Sache wert. Und selbst wenn es manchmal schwer war, es gibt viele, die es um einiges schwerer hatten als ich. Wenn ich ihnen auch nur einen Schritt auf ihrem Weg erleichtert habe, bin ich schon zufrieden. Ich bereue nichts. Dann lass uns beten, dass am Ende des Weges die Hoffnung wartet. Du hattest die Wahl. Dir wurde ein neues Schicksal angeboten und du hast die Herausforderung bereitwillig angenommen. Gib jetzt nicht auf. Okay, keine Sorge. Ich bleibe bis zum bitteren Ende. Red Mage spielt bei einem FF4 auch immer. Ja, Hades Magie ist halt eigentlich immer super stark. Hades Zauber ist halt krass. Wenn du da jetzt noch mit, vielleicht wenn ich mit Doppelstab kämpfe, mit Crit Plus und der war ein Default. Man weiß halt nie, wie viel Damage Reduction es dann eigentlich gibt. Dadurch, dass sie 8 Zauber hat, könnte sie im Prinzip auch 80.000 Schaden machen. Theoretisch mit einer vollen BP-Ladung. Also, ja. Also, ich werde das Zauber hat. Okay, next. Ja, ist natürlich krass, Roy. Aber wenn du alle deine Werte hochgepusht hast, natürlich auch klar. Und dann Level 6. Ich weiß gar nicht, wann kriegt sie denn zwei Schwerter? Wann kommt das passiv? Ich habe noch die große Kugel, die große Jobpunkte Kugel. Achso. Oh ne, auf 11. Ach du Scheiße. Ja, okay. Dann dauert das ja auch noch. Shit. Was ist das wieder für den Müll hier? Oh, hat der eiserne Wille drin? Entzugsangriff. Der muss halt auch auf 12. Der braucht halt Erzengel. Das ist schon wichtig. Der Rest ist auch wieder bei White Match. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt brauche. Oh, das ist halt echt wild verwirrend. Wir gehen erstmal rechts lang. Eins am anderen abgrasen. Weil jetzt macht es echt Sinn, hier an die Truhen zu kommen, weil Waffen sind jetzt ja wirklich... ...überhaupt nicht unwichtig. Von Buffen und Debuffen? Na, ich nicht. Ich bin da kein Fan von. Dunkle Flut und noch... Was war das denn? Ober... Irgendwas. Lebensring. Ui, das klingt tanky. Das klingt tanky. Ich sag 2500 HP. Mein Call. 3300. What? Alles klar. Heilkraft geht hoch. Das ist perfekt. Genau das, was er braucht. Ja, man sieht ja, also die Items sind schon richtig stark jetzt hier. Also es lohnt sich, die Räume abzulaufen. Außerdem brauche ich ja auch die ganzen dämlichen Jobpunkte. So, dadurch, dass ich jetzt gerade nur die Klassen verändert habe, gar nicht umgekrippt habe, geht es gleich auch easy, das umzustellen. Unseries Sam. Dankeschön für den 13. Monat. Ich glaube, jede Klasse ist irgendwie OP. Das habe ich glaube ich schon herausgefunden. Das ist halt krass. Die Builds sind halt crazy. Aber das macht das Spiel ja auch aus. Man darf nicht... Bei manch anderen Spielen würde ich sagen irgendwie... Hä? Das gefällt mir nicht, dass man so krass OP sein kann. Aber dieses Zusammenbasteln von Klassen und Skills... Ich finde, das macht ja auch extrem Bock... Hä? Dann zu merken, oh, das funktioniert. Das funktioniert alles miteinander. Und dass du dann sau stark bist, ist doch auch irgendwie geil. Ich weiß nicht. Ich finde das bei dem Spiel nicht so schlimm wie bei manchen anderen Games, wo man dann irgendwie OP ist oder so. Oh, ich bin schon lost. Level 7. Ja, sehe ich nämlich einfach auch so. Also... Manchmal kann es ja auch... Kann es so ein Spiel auch kaputt machen. Ah, die sind halt so schnell. Oh, was ist das für ein scheiß Debuff? Oh nein. Scheiß Debuff, der mich keine BP benutzen lässt. Wow, das macht ja gar kein Damage. Wow. Wow. Ich mache halt gar kein Damage, weil die jetzt ja alle, die das falsche Equip haben. Das ist ja krass. Ich weiß gar nicht, ob ich hier durchkomme. Durch den Fight. Was ist das denn? Was ist das denn? Ach, ich hätte doch heilen können, ich Idiot. Stille, Schlaf, Lähmung, Furcht, Verwirrung. Tobs, was ist das denn? Ich weiß nicht, was das für ein Debuff ist, wie der heißt. Da lohnt sich schon fast Flucht, ja. Ja. Ich glaube, die haben den noch, ne? Amor, boah, schlimm. Haben die den noch? Ne. Wo geht es jetzt lang? Bin ich blöd? Da geht es nicht lang. Hä? Das ist mal Rackling. Level 7. Ach, bis Level 12 ist noch weit. Shit. Ja, geil. Dragon Hunter, es ist aber auch fantastisch. Okay, ich bin echt verwirrt, was den Weg hier angeht. Aber das ist doch eigentlich auch komplett was für dich. Perry, also das wirst du ja wohl spielen. Das ist ja komplett auch was für dich. Komm, komm, komm. Einfach mal 100 Jobpunkte. Nehmen wir. Ey, Dieke, krank. Dein ganzer Support hier. Ich danke dir sehr. T2-Sub wirklich stark. Dankeschön. Drei Jahre schon beste Unterhaltung. Kleiner als drei. Das ist verwirrend. Dankeschön. Ey, ist das ein ätzender Dungeon hier. Aber da geht es zum Boss. Hier noch eine Truhe vielleicht? Oh ne, da geht es glaube ich nur eine Etage weiter. Da komm, das ist ja super versteckte Truhe hier. Da muss ich doch jetzt mindestens das Mana-Schwert drin haben. Ja, Second-Layer habe ich auch nur ganz kurz angespielt. Das wollte ich immer in meinen Urlaub spielen am 3DS. Bin ich aber nicht. Aber Bravely Default 1 habe ich geliebt. Also hier muss jetzt das Mana-Schwert Minimum drin sein. Oder das Master-Schwert. Alles andere ist zu wenig. Ja, das spricht ja auch fürs Game, ne? Dass man das immer so unterschiedlich spielt. Es ist ein Bonbon. Schokolade. Nein, hier muss Mana-Schwert Minimum. Lächelorden. Weiß nicht, ob ich das brauche. Chance angegriffen zu werden. Minus 30. Das ist natürlich nett. Aber ich finde, wenn da sonst keine Stats drauf sind, fühlt sich das für mich nie gut an. Also ich glaube, ich würde das nie equippen. Das ist natürlich geil. Und kann es natürlich auch einem Healer geben oder so. Aber dadurch, dass es so viele AOE-Angriffe gibt, weiß ich nicht. Da denke ich mir, da habe ich lieber ein bisschen mehr HP. oder mehr Heilkraft oder Spell-Damage, was auch immer, als das. Louis Powers, danke für deinen Sub. Frisch reingesubbt. Ey Matze, was geht? Den ganzen Weg nur für ein Lächelorden. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Okay. Und ein paar XP. Jobpunkte. Ordentlich Gegner, das ist gut. Ja, irgendwie Tempo. Genau, Tempo finde ich auch viel besser. Auf einem Heiler. Level 7 und Delia ist Level 8. Schon mal gut. 12 Monate. Wow. Dankeschön, Louis Powers. Warte mal ab. Vielleicht findest du es hier doch noch Kacke. Kann ich hier nach links? 1. Das ist ätzend. Xerion, Moin. Ja Mist, aber bevor wir hier zu einem... Das fühlt sich ja eher nach so kleinen Zwischenbossen an hier. Eigentlich hätte ich natürlich gerne noch das, äh... Dass sie mehr als 9999 machen kann, Gloria, ne? Aber wie soll ich sie auf 12 kriegen? Das geht nicht so easy. Ja. Jetzt bestimmt auch nicht dumm. 70% mehr. Aber das hätte man am Anfang dann holen müssen. Ja. Macht auch Sinn, glaube ich. Hätte man am Anfang kurz rein grinden müssen, dass alle Jobpunkte plus plus haben und dann... Aber es nimmt auch echt Slots weg, ne? Ja, okay. Hier, das ist so secret. Hier gibt es das Mana Schwert. Aber zwei Slots weg ist schon auch nicht ohne, ne? Wenn ich mir überlege, wie ich jetzt schon immer struggle. MKO115, danke für deinen 400 Bits. Elvis hat Erzengel gelernt, hey. Oder drei Slots für 70 sogar, ja. Hä? Hä? Moment, hier war ich doch schon. Oh mein Gott. Ich bin so verwirrt. Was ist das für ein Scheiß hier? Na komm. Nicht nochmal da lang. Ja. Hier ist nix. Durchs in der Runde. Warte. Können wir sie ihm hinfügen? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das denn? Ja. Ist das? Passt einfach. nicht besser, ja er ist ätzend. Oh mein Gott, ich dachte jetzt kommt hier oben die Plattform, wo der Boss ist, aber nein. Schönen Sonntag ihr bei Nausen, kleine Alta Jaro, danke, wünsche ich dir auch. Will man da unten gehen? Alter, das ist zu viel. Will man oder will man nicht? Der Damage geht aber jetzt ab. Nein, naja, die Alta sind halt nicht ohne. Oh, okay, wieso? 8, 8, äh, 8, 10, 8. Wieviel gibt denn die große Jobpunkte-Kugel nochmal? Jetzt dürft ihr kurz sagen, 750, wow, das ist echt krass. Drachen-Leder-Kopftuch erhalten. Oh, zaubern. Magischer Angriff 4. Effekt nach dem Ausrüsten. Stille und Verwirrungsimmunität, das ist glaube ich auch sehr nice. Stille Immunität auf dem Healer macht schon Sinn, oder? Ja, klar, wenn man das ausgerüstet hat. Dann macht es mehr Damage. Aha, da oben ist schon mal der Speicherpunkt. Jetzt muss man nur noch hinkommen. Nicht mehr Damage, sondern mehr XP. Okay, da geht es zum Boss. Hier noch vielleicht ein kleines Item oder so abstauben? Nein. Aber ich glaube, Gloria hat leider gar nichts beim Freelancer. Nicht mal 20% mehr. Da sieht man, da ist natürlich eine Ansage. Ah, das ist ja mega krass. Okay, nice. Ander? Also, ich weiß nicht. Okay, da ist ja mega krass. Okay, da ist ja mega krass. Okay, das ist ja mega krass. Okay, aus 3 Jahren. Und jetzt werden wir uns da hier wieder auf die Seite machen. Ich habe ein Eis. Aber da ist ja mega krass. Jetzt kann ja mega krass. Ja meine, ich nehme ein Antichrist. Und jetzt werden wir mal da das Wasser. Und jetzt kommt doch irgendwie nach unten in der Mitte. Und jetzt. Ich weiß garante, das wäre ja auch sehr gut. Ja, was ich da dann habe, das weiß ich halt nie. Wie gesagt, ein mehr könnte ich schon nehmen. Naja, das ist so. Ähm, gebe ich jetzt ja den Hut auf den Caster, macht schon Sinn, ne? Kann er eigentlich auch ausgerüstet lassen, Elvis. Ja. Ah, sie hat auch noch ordentlich Gewicht über. Magischer Angriff geht aber durch nix hoch. Sie hat halt ein bisschen wenig HP, finde ich. Wie viel Mana hat sie? 8,49. Braucht sie das? Oder gebe ich ihr lieber noch einmal irgendwas für HP? Oh, magischer Angriff geht hier um sechs runter. Ich glaube ja, ne? Ich gebe ihr noch was für HP. So, kurz speichern. Da mache ich mal eben Pipi. Und dann, äh, ja. Next Boss Fight, würde ich sagen. Kurze Pause, jetzt zwei Minuten, jetzt weiter. Ich bin wahrscheinlich entgegengelaufen. Oh, um Lull, 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 Lull. Hey, nice. Morgen um 15 Uhr kommt meine Roomtour. Wenn ihr darauf Lust habt, könnt ihr das bei Ebay, wollte ich gerade sagen. Könnt ihr bei Ebay gucken. Gleich das auf Ebay hoch. Joa, klopp ihm doch eins über die Rübe. Ich drücke die Drextaste doch. Wirklich, obwohl ich ihnen dann ihre Freiheit nehme. Und damit ist das Spiel aus. Es bleibt bei Nein. Dann danke fürs Spielen. Was zur Hölle passiert hier? Mario? Das ist so schlimm, das Spiel. Ich habe Schiss. 12 HP. Wenn sie stirbt, wird es teuer. Ist jetzt kein Level Up. Da muss ich das Bonbon nehmen. Ah, wetten jetzt beim nächsten Gegner kommt Level Up. Wetten ist es halt klar. Es wird halt so klar sein. Das war so klar beim nächsten Gegner. What the fuck? Also es ist jetzt nur ein Bonbon. Ist ja nicht schlimm. Aber beim nächsten Gegner? Wenn es jetzt wenigstens drei gewesen wären oder so. Also es ist so lächerlich. Kommt die schlimmste Welt, aber auch die coolste. Aber auch die schlimmste. Aber auch die coolste. Aber auch die coolste. Aber auch die coolste. Hast du es digital oder? Digital. Das wäre der Müll. Wenn du den Code noch hast, kannst du bei Nintendo als geklaut melden. Aber ich werde überhaupt keine emotionale Berührung, wenn das mir jemand geklaut hätte. Das wäre mir völlig egal. Das heißt, wäre extra anrufen, wäre super wenig authentisch. Ich würde nirgendwo anrufen, wenn mir jemand Mario Kart klaut. Wenn ich zu laut, Dennis, ist das schon mal passiert? Ja, das war die Konsole. Das lag nicht am Mario Kart, dass ich dir angerufen habe. Oh, aber ich bin nicht blöd. Nein, ein Frame Startup. Okay, aber ich hätte sowieso Respekt vor deinem EXP haben müssen. Ja. Nein, nicht da lang. Geh rein in den Mülleimer! Frustriert. Xerion, Heiermann für den Avatar! Ey, morgen früh, ich sag's euch. Ich mach mir einen Avatar. Ey, dankeschön, Xerion. Das ist mein Style hier. Rage-Densen. Jawoll, reg dich auf, Junge! Ja, Mann, Junge! Reg dich auf! Jawoll! Komplett ausrasten! So, ich bin fertig, jetzt. Alles gut. Ich möchte nicht mehr. Ey, aber ein Hals wär halt echt noch in Ordnung für... Reh! 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 So! Okay. Sieht sehr tanky aus. Huah! 152.000! figuring das nicht! Ich glaube ich kann es einfach so machen. Bei schwäche deb пох und auch noch? Ja, okay. Okay, was ist passiert? Na. Was habe ich denn noch für Geister? Das ist natürlich auch krass. Das mache ich mal drauf. Das mache ich mal drauf. Bei Stärkung von Gegner kontern. Okay, Wasser. Super Tempo, schlag jetzt mal drauf. Oh, Reflect. Oh Gott, oh Gott. Wir machen jetzt erstmal... Wasser hat er ja sowieso noch drauf, ne? Als Schwäche bei Seth. Bei Schwäche kontern. Das heißt, ne, bei Buff. Eigentlich nicht so schlau, was ich jetzt hier mache. Was macht denn so ein Trepell-Rar? Ausprobieren. Eigentlich müsste er jetzt dazu schlagen. Wegen des Buffs. Oh ja, Reflect, ich Idiot. Okay. So, Schwäche, Wasser hat er ja, ne? Jetzt mal angenommen, ich mache hier so ein Vierfach. Der müsste doch eigentlich Damage machen. Physischer Schaden reflektieren. Das ist nicht schön. Das ist ein ekliger Buff. Möchte ich jetzt mal sagen, oder? Einfach so ein Dornen-Buff. Das ist aber mal ganz asozial. Ich werde noch ein Tag. Ich möchte noch ein Dornen-Buff. Nouf ich die D extra element ne element schwäche was habe ich denn bei rot magie wir machen mal element element schwäche wind jetzt machen wir mal hier ein bisschen damage mal gucken ob das überhaupt was bringt wie gesagt ich finde magic ja irgendwie mäh was mag dankeschön für den dritten monat was zur hölle ist das ja super ja sie ist ja dann eh ja was ist das für ein schild physische angriffe das ist doch dumm oh mein gott das ist ja ein richtig ätzender boss kann ich das nicht irgendwie umgehen reflekt wow physische abwehr könnte ich natürlich pushen damit sie nicht so viel kriegt beim konter leider nicht wow das finde ich jetzt aber ein belastend was ist das für ein drecks gegner da wird meine strategie einfach nicht alles auf super tempo schlag die geister von elvis wie krank sind die eigentlich aber die entfernen auch buffs kann das sein also nicht nur debuffs ich glaube auch buffs verschwinden ich glaube auch ich glaube auch ich glaube auch Naja, aber nicht solche. Das ist ja kein Buff im klassischen Sinne. Ich würde ja gerne zweimal wenigstens machen. Jetzt mache ich sie voll, dann geht zweimal der Super-Tempo-Schlag zumindest durch, denke ich. Weil 3500 Damage hat sie bekommen. Das ist halt auch krass, ne? Bleibt das oder wird das denn entfernt? Dieser Bezauber. So, jetzt müsste er aber zweimal Super-Tempo-Schlag gehen. Ja. Nice, Dodge des Todes. So, das ist schon mal gut. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Damage. Ja, Trinita, das gefällt mir auch nicht so gut, muss ich verstehen. 15.000 Damage. Ja, wir spielen es jetzt locker runter. Jetzt kein Hack-Mack mehr machen hier. Alles. Ja, das wird jetzt entfernt, oder? Jetzt nicht, aber das ist natürlich krass, wenn der Buffer entfernt wird. Das ist ja total dumm. Ja, aber ätzender Boss. Ätzender Boss. Richtig ätzender Boss. Und sie kriegt XP durch den Buff. Sehr schön. Das war ein ätzender Boss. Das Reflect-Ring. Oh Gott. Könnte stark sein. So, jetzt ändern wir nur wieder die Jobs. Und die Fähigkeiten bei Seth. So, okay. Einer danach noch. Boah, das ist ja echt ein Nerv-Dungeon, ne? Muss man ja mal sagen. Das ist ein Nerv-Dungeon. Der zieht sich ja unendlich. Oh nein, oh nein, oh nein, ich war fast übersprungen. Du bist also immer noch so fest entschlossen wie eh und je? Natürlich. Ich habe nichts vor, ihr Erbe zu verraten, aber das ist keine Wahl, die ich unter Zwang treffe. Ich wähle diesen Weg gerne und aus freien Stücken. Die Bewohner dieser Welt sind in Gefahr. Als Regentin von Musa muss ich ihnen beistehen. Schließlich ist keiner meiner Landsleute mehr hier, um es an einer Stelle zu tun. An meiner Stelle zu tun. Deine Entschlossenheit ist offensichtlich. Es bleibt nichts mehr zu sagen. Da muss ich nun weiter. Der Welt zuliebe. Und für alle, die sich mir auf meiner Mission angeschlossen haben. Wunderbar. Ein Raum noch. Was hatten wir jetzt? Feuer? Wasser? Wasser? Erde. Mit so einem Elektroraum? Ja. Wombat, ich denke weit, weit. Das ist jetzt Richtung Finale geht es hier. Also ansatzweise würde ich das jetzt mal so. Ich empfinde das so. Wie viele Zelte habe ich? Zwei. Da bin ich jetzt kein Fan von. Das ist eher so die Erde hier. Das ist genauso unübersichtlich. So, wir spulen wieder vor. Bei Trash. Ich finde, da kann man es mittlerweile machen. Ich finde das in Ordnung. Mit dem Vorspulen. Adele. Blattwende. Ja, zwei Level-Ups braucht sie noch. Vielleicht kriege ich jetzt hier bei dem Trash vor dem Boss ein Level-Up. Aber auf die Elf komme ich glaube ich nicht. Aber Adele, ja, dann hat sie zwei Stäbe und macht immer noch kein Damage irgendwie, ne? Finde ich halt auch irgendwie schwierig. Oh, Konterkenner hat er nicht drin, ne? Könnte ich gleich mal reinmachen. Seelen-Tau. Verhilft dem Träger zu einer erheblichen besseren Beherrschung der Angriffs-Magie. Okay. Das klingt gut. 200 Mana ist natürlich auch krass, ne? Tue ich mal weg das Mana. Spell-Damage können wir nicht ignorieren. Alright. Wow, wieviel. Shit, ja, ich muss unbedingt... Muss unbedingt, äh, Konterkenner reintun. Ist sonst zu assi. 17 Jobpunkte gibt er mir? Hä? Okay, da kann ich aber auch dann sein lassen. Ich vergesse immer, wo Konterkenner her ist. Es ist auch einfach, Zwergenmonster, wirklich, es ist wirklich ein überragendes Spiel. Es ist ein überragendes Game. Die Story ist nicht das Highlight des Spiels, würde ich mal sagen. Oh, war das eine Waffe? Was habe ich bekommen? Nee, war keine Waffe, oder? Es waren zwei... Ah-ha, okay. Weiter Weg für das hier. Flotte Scherpe. Oh, gibt das Tempo? So klingt es. Verlangsamungsimmunität. Manchmal denke ich mir so, ist das so wichtig? Mr. T87, danke dir für deinen Sub. Dankeschön. Aber knapp, die gingen knapp nur kaputt. Oh, 17, 17 Jobpunkte, Typ. Ja, verschwinde ich meine Zeit dran. Äh, habe ich Konterkenner nicht drin? Was? Ich glaube, deswegen dodge ich, ne? Welcher ist deiner Meinung nach der beste Fall? Ich fände sie Teil schwierig. Also, ich würde jetzt für mich erst mal noch sagen, so ein 7, ne? Wohl 10 war halt auch krank, ne? Schwierig. Ich finde die ganze Reihe gut. Ich mochte auch ein 15. Aber 7 fand ich schon, hat die geilste Erinnerung so bei mir hinterlassen. Wer lernt Quarz klingen, Level 9, na gut. Sie muss Level 12 werden. Let's do this! 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 Creadorino. 66. Level up. Boah, 53 bin ich mittlerweile. Ja, die Story ist halt wirklich so Klischee. JRPG, nix geiles, aber auch irgendwie jetzt auch nicht so super lahm oder so. Ist ganz nett. Da ist noch eine Truhe. Das war auch ein weiter Weg. Hey, Dani, moin. Schönen Sonntag wünsche ich dir auch. Monster Hunter war mega geil, Dani. Mega geil. Hast du es dir geholt? Ich fand Monster Hunter ultra geiles Game. Die 30 Frames sind das einzige, das irgendwie da ein bisschen kacke ist. Ich hab schon gesagt, im Stream, weiß ich nicht, das wird halt, ist mit zu grindig das Spiel. Das kannst du nicht mal eben nebenbei spielen. Ja, well, doch wer schön auf der Playsee 5 läuft ja mittlerweile auch richtig sauber in 60 Frames und 4K und so. Und dann hab ich mich auch nochmal interessiert dran, muss ich gestehen. Aber ja, das ist kein Spiel hier für den Stream, weil das so grindig ist. Ich würde das gerne mal mit dem einen oder anderen gemeinsam spielen. So, das kann ich mir vorstellen, aber das machst du nicht mal eben eine Stunde abends oder so. Das ist halt zum... Dann hast du den Monster Hunter Kanal, dann kannst du das machen. Aber, weiß ich nicht. Jetzt kommt ja noch China, da freue ich mich sehr drauf. Dann kommt jetzt Outriders am Donnerstag. Da freue ich mich auch drauf. Da habe ich mal wieder Bock drauf. Ein schöner Loot-Shooter. Da sage ich nicht nein. Wow. Phantom, Adele ist gleich 10. Doch, dann kommen die zwei Waffen ja auf 11. Das ist also realistisch. Vielleicht nehme ich dann doch die große Job-Punkte-Kugel für Adele. Okay, da sind wir. Boss Fight. So, wir ändern wieder die Jobs. Das ist halt ein bisschen lästig, ne? Schade. So, Phantom Dieb spielen wir hier. Hier gibt es... Geister, Rufer, White Mage. Und unten Red Mage, Orakel. So, perfekt. Dann ändern wir noch die Skills von Seth. Das kommt weg und das kommt weg. Heiserner Wille macht vielleicht Sinn, ne? Ne, volle Kraft brauche ich nicht. Ja, das ist Quatsch. Volle Kraft ist Quatsch. Dann lieber noch hier, äh... Krafttraining ist drin. Was brauche ich denn dann noch? Habe ich jetzt doof? Konter? Ah, da fehlt mir das. Also Boss Fight Build? Ah, wir nehmen jetzt mal Konter. Da fehlen mir noch ein paar Sachen. Wie viel Älter habe ich? Ich will eigentlich nicht wieder... Ja, ich hab noch. Nicht wieder, äh... Ein Zelt, das nennt man nur noch zwei. So, okay. Jetzt bin ich gespannt. Das hier ist das Switch-Exklusiv-Spiel. Und solche Spiele braucht die Switch einfach auch. Okay, irgend so ein Gift-Heini. Gut, Objekte. Wir machen mal eine Lupe rein, ja? Uiuiui. Achso, erst mal die Geschwindigkeit wieder runter. So, was haben wir? Erde, Holy, Axt und Stab. Familie und Tod. Das könnte ich... Könnte ich also auch mit... Mit, ähm... Heiliger... Mit Heiligen-Zaubern killen. Wir machen erstmal Ulti und Buff. Ich denke, das ist schlau. Das Gift sollte nicht so wild sein, weil ich ja den Geisterruf am Main habe und die ganzen Geister aktiv sind. Das sollte ja immer weggehen. Das glaube ich. Viper spielt. Das Game ist für viele nix. Aber das ist mir ja wurscht. Okay, ich kann natürlich so Holy-Damage machen. Kann ich mal ausprobieren auf Elvis, wie viel ich da mache? Okay. Magische Angriffe kontern, okay. Oh, die Mana-Liech. So, das heißt, ich gebe Seth auf jeden Fall mal... Ähm... Seth. Wir machen drei. Machen mal ein Husker. auf Gloria. Und machen... Extra-Element... heilig... für... Gloria und Seth. Weil der Fight wird auch jetzt durch physischen Damage, glaube ich... wieder... zerstört. Mass-Effekt ist nichts für mich. So, jetzt gibt's Todes-Damage. Ja, äh... Eins, zwei, drei, vier. Ja, wer hätte das gedacht? Das sind also... 40.000 plus den nächsten Proc in 80.000 Damage. Ja, gut. 80.000 Damage. Ui, 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 ui. Das haut aber rein, Damage-Technisch. So, wenn jetzt Seth dran ist, mache ich... Jetzt hat er mir den Debuff geklaut. Das ist natürlich das Problem. Das ist natürlich das Problem an Elvis und den Geistern, ne? Das ist eigentlich Shit. Vielleicht ist da ein Tank doch sinnvoller. Weil jetzt habe ich nicht mehr die Schwäche. Ich hau trotzdem krank drauf jetzt. Wir machen jetzt einfach Vierfach-Heap, volle Kanne. Action. Und auch 4.000 Damage. Das sind sogar 5.000. Also machen wir insgesamt 20.000. Ja, aber Gift-Auto wegnehmen, ist mir egal. Hätte ich jetzt mehr Damage, wäre er tot. Halber Schaden Wasser, jetzt ist das Schwert wechseln, ne? Ist egal. Ich glaube, ich mache echt doch ein Tank da. Ich weiß nicht, was mit den Buffs klauen ist Shit. Ich meine, ich müsste... Oder ich gehe auf Debuffs beim Boss. Das würde natürlich gehen, ne? Warte mal. 7, 14, 1... Okay, zweimal kann ich es machen. Reicht ja schon, oder? Ja. Okay, nice. Hä? Halbierter Schaden durch Dolche, weil er die Schwäche nicht mehr hat. Oh no, komm schon. Dann packen wir die Elementarschwäche Wasser auf den Boss, weil dann hat Seth doch... Mit seinem Wasserschwert macht er Damage dann. Oh, Default, jawohl. Ja, wow. Ja, ja, ich weiß, Juri, haste recht. Er wird gar nicht drankommen. Ja, das ist dumm. Die Heilgeister stören mich, das muss ich wegmachen. Doch, Widerstand gegen Wasser gesunken. Reicht. Trotz des, äh, Defaults. Nice. Oh, Eurythosbogen. Ich glaube, ich finde den Tank ganz cool mit Bollwerk und so. Das fand ich schon geil bei der Bastion. Bastion fand ich schon stark. Bollwerk, einfach OP. Ein Buff für alle, ein physischer Damage wird negiert. Krank. Oder? Bastion war schon krass. Die Kristalle wurden geschaffen, um das grundlegende Gleichgewicht der Schöpfung aufrechtzuerhalten. Der Nexus der Nacht wurde verbannt, damit diese prekäre Balance fortbestehen kann. Ist es das, was du anstrebst, Harmonie und Gleichgewicht? Und tja, darüber habe ich mir nie große Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein. Ich habe diese Reise angetreten, um das Buch zu entziffern, das Lady Emma zurückgelassen hatte. Dann bin ich rein zufällig Gloria begegnet und ehe ich mich versah, erhielt ich mich, äh, unterhielt ich mich mit dem Erdkristall. Dann führte eins zum anderen und ja, hier bin ich. Also war alles ein Zufall, nichts davon war gewollt? Ach nein, so würde ich das nicht sagen. Ich meine, das Leben besteht doch aus komischen Zufällen, oder? Man setzt sich ein bestimmtes Ziel und wird dann abgelenkt. Aber ich stehe zu jeder meiner Entscheidungen. Den Weg, der mich hierher geführt hat, habe ich frei gewählt. Und durch deine Wahl hast du dir den Weg zu eigen gemacht. Ja, das stimmt, mehr oder weniger. Mach dir also keine Sorgen, wir werden tun, was du von uns verlangst. Wir werden den Nexus der Nacht wieder verbannen und die Welt retten, aber ich kann nicht dafür garantieren, dass wir dabei nicht doch den einen oder anderen Umweg machen müssen. Das spielt keine Rolle, alle Wege führen zum selben Ziel. Ich interessiere mich ebenso wenig für die Methode wie du, solange das gewünschte Ergebnis erzielt wird. Ja, ein Kristall nach meinem Geschmack. Okay, dann lass uns mal losziehen und diesem Nexus der Nacht eine Lektion erteilen. So, alle Steine sind drin. Jetzt geht die Tür auf. Wie gesagt, spoilert, nur wegen der Klassen kommt jetzt direkt ein krasser Bossfight. Ich könnte mir vorstellen, jetzt kommt ein Bossfight, oder? Ein wilder. Ja, das ist doch klar. Was mache ich jetzt? Bleibe ich jetzt? Was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt auf... ...auf Bastion mit Elvis? Bastion und White Mage? ...oder Bastion und Geisterrufer. Dann habe ich halt gar kein Rätsel, ein Null. Ich teste mal Bastion und Geisterrufer. Ja, ich mache das mal so. Vor allem mache ich dann auch ein bisschen Damage, ne? Boah, Alter. Die Heilkraft. Guckt euch mal die Stats an. Guckt euch mal die HP. Was zur Hölle? Was ist das für ein... ...für ein Biest jetzt? Heilkraft muss halt hochgehen. Komm. Ja. Ja, guck mal. Das ist doch viel geiler. Das ist doch Style, oder? Ich finde ein bisschen kacke, dass Gloria nur 450 Mana hat. Um ehrlich zu sein. Jetzt muss ich nur die Skills noch mal ändern. Was haben wir denn hier? Wow. Geborener Entertainer kann schon mal raus. Nebenjob-Spezialität. Ist gut. Was ist denn die... Was ist denn der Special vom Geisterrufer? Default Schild. Ah ne, vom Geisterrufer. Kann ich hier gar nicht sehen, ne? Wenn eine Fähigkeit herbeigerufener Geister anwesend sind, werden Effekte, die den sofortigen Tod bewirken, sowie Statusleiden, die das Ziel handlungsunfähig machen, verhindert, solange der Benutzer mindestens 20% seiner TP besitzt. Das ist geil. Das ist geil. Das muss sein. Das würde ich auf jeden Fall drinnen lassen. Was haben wir denn hier? Erhöht das BP-Limit um 1, sodass insgesamt bis zu 4 BP gesammelt werden können. Das Ausführen eines kritischen Angriffs, das dauert länger, bis der Benutzer erneut die Arrei, aber das, das weiß ich nicht. Das, das hat so lange gedauert. In den Händen getragene Ausrüstung hat keinen verlangsamenden Effekt mehr, sondern gewährt einen Tempobonus. Osmose-Angriff brauche er halt auch gar nicht. Default gewährt keine BP, aber hebt sämtliche Statusleiden? Ne. Physische und magische Abwehr steigt mit den BP, sind aber dafür auch schwächer als normal, wenn sie BP und 0 sinkt. Macht es möglich, in jeder Hand ein Schild zu tragen. Das ist halt auch krass, aber... Ja, das können wir noch machen. Ja, dem fehlen jetzt auch geile Passive irgendwie, ne? Finde ich jetzt echt nicht so Hammer. Das dauert... Das Ausführen eines kritischen... Ja, das ist alles nicht so geil. Naja, gut. Vielleicht ist es doch gut, mit BP das zu erhöhen. Wir werden sehen. Okay, jetzt schauen wir mal. Jetzt wird es ja wahrscheinlich eh erstmal wild. Hauptsache, es wird nicht wieder alles weggebufft. Also meine Buffs entfernt, das ist ja totaler Scheiß. Zur Ruhe statt der Kristalle geht es hier entlang. Was zum... Oh, sieht so aus, als wollte uns das alte Buch noch etwas zeigen. Ich hätte noch die Crits bei Adele aktivieren können. Kritischer Schaden wird erhöht. Shit. Oh. Was ist das? Der Nexus der Nacht, der Ursprung allen Unglücks, die Verkörperung des Bösen. Eure Majestät, ich... Schöpft Mut, Sir Sloan, wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Haben wir nicht lange auf diesen Moment gewartet? Unsere Zeit ist endlich nah. Ja, wir sind alle im selben Boot und wir werden dieses Ding schlagen. Für das Wohl aller Lebewesen, für den Frieden kommender Generationen müssen wir es schaffen. Hass und Zerstörung dürfen nicht den Sieg davontragen. Dafür sind wir schon zu weit gekommen. Stimmt's nicht, alter Freund? So ist es, treue Emma. Wir sind die Auserwählten der Kristalle. Dadurch, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen, wurden so viele gerettet. Ich selbst eingeschlossen. König der Feen, uns Menschen ist verglichen mit eurer Art nur ein kurzes Dasein vergönnt. Es ist dankbar, äh, denkbar, dass der Nexus sich noch zu euren Lebzeiten wieder erhebt. Sollte es dazu kommen, so müsst ihr dafür sorgen, dass neue Helden des Lichts auserwählt werden. Kein Problem. Das war Lady Emma. Und wer war bei ihr? Der König vom Musa? Die Feenkönigin war auch da, wenn mich meine Ohren nicht getäuscht haben. Das muss vor 50 Jahren passiert sein, als mein Großvater und seine Kameraden gegen den Nexus der Nacht kämpften. Der König war die Person, die wir nicht sehen konnten, dafür zu sorgen, dass neue Helden auserwählt werden. Damit meinte er uns, richtig? Ja, und wir werden ihn nicht enttäuschen. Wir müssen unsere Pflicht erfüllen. Der Nexus der Nacht darf nicht erwachen. Ich bin bereit, wenn du es bist. Ich werde Edna aufhalten. Koste es, was es wolle. Hey, nun schau nicht so besorgt. Ich werde keine Dummheit machen. Wenn diese Sache vorbei ist, werden wir alle zusammen feiern. Du wirst schon sehen. Okay. Muss ich jetzt mit allen reden hier? Ich wollte dich etwas fragen. Ich weiß, dass der Kristall zu dir gesprochen hat, aber warum hast du mich wirklich auf meine Mission begleitet? Das hättest du nicht müssen. Du warst durch nichts dazu verpflichtet. Klar, das vielleicht nicht, aber zum einen hat Sir Sloan mich darum gebeten, aber zum anderen wollte ich, glaube ich, auch etwas bewirken. Er ist geil, ne, Bilciano? Cool. Passive habe ich geändert. Panthus. Ja, ich hätte einfach wegschauen können, aber ich wähle den schwierigen Weg. Ich muss es tun. Die Leute sprechen von Schicksal, aber das Gerede darüber... Ach so, jetzt! Du hast recht. Ich weiß nicht warum, aber ich verspüre den Drang, dagegen anzukämpfen, zu versuchen, trotzdem etwas zu verändern. Kein triftiger Grund, schätze ich. Du hattest den Mut, deinem Schicksal zu trotzen, gegen den Strom zu schwimmen. Ja, das stimmt wohl. Und dabei hast du dich als ziemlich hilfreich erwiesen. Wow, das klang ja fast wie ein Kompliment. Du könntest auch einfach Danke sagen, weißt du? Oh. Was ist denn, Blattwände nochmal? Das ist eigentlich auch sehr stark auf Seth, ne? Einem Angriff auszuweichen gewährt ein BP mit Konterkenner, ist das halt... Oh. Das wirkt echt, als wäre das jetzt hier finaler Bossfight. Auch die Frage, bist du bereit? Ihr habt euch aber Zeit gelassen. Mir wurde schon langweilig. Edna. Edna, warum bin ich nicht überrascht? Edna, du bist tatsächlich gekommen? Ich muss schon sagen, das war ziemlich dumm von dir. Tja, ein zweites Mal werde ich dich nicht entwischen lassen. Lass uns vorbei. Das kann ich leider nicht. Der Nexus der Nacht wird gleich aufwachen. Oh, ich kann es kaum erwarten. Ich kapiere es nicht. Warum willst du das? Komm schon, du hast doch gesehen, was passiert ist. Halte einem oder zwei dummen Menschen ein Kristall vor die Nase, verteile dazu noch ein paar Asteriske und bumm. Sie zerstören damit ein ganzes Königreich. Menschen sind so unzugänglich. Sie haben es verdient, ausgelöscht zu werden. Edna, was redest du denn da? Musa gibt es nicht mehr, daran können wir jetzt nichts ändern. Aber ich werde nicht zulassen, dass das Schicksal, das mein Königreich befallen hat, die ganze Welt befällt. Wenn du dich uns weiter in den Weg stellst, haben wir keine andere Wahl, als entsprechend mit dir zu verfahren. Die Kristalle müssen an ihren rechtsmäßigen Platz gebracht werden. Viele große Worte, Prinzessin, aber wie immer völlig fehlgeleitet. Du wirst diese Kristalle nicht zurückbringen, im Leben nicht. Ich werde dafür sorgen, dass die Menschheit ausgelöscht wird. Nja. Ist das wirklich, was du willst? Was? Diese Bitterkeit, diese Wut, das bist nicht du. Der Nexus der Nacht treibt dich dazu. Er leitet dich auf den Weg, der zu Traurigkeit und Hass führt. Aber ich weiß, wie du wirklich bist. Halt einfach den Mund. Okay, wir kämpfen jetzt wahrscheinlich gegen sie und wir besiegen sie, aber im letzten Moment wird noch der Nexus der Nacht wach. Und das ist der finale Endboss. Das ist mein Call. Halt den Mund, halt den Mund, halt den Mund. Du glaubst, ich würde benutzt, ha? Wenn hier irgendwer anderem benutzt, dann ich. Komm, Nexus der Nacht, setz deine Kraft frei, sprenge deine Fessel. Das ist Milo Milo. Niemals verzeihen. Niemals vergessen. Oh, keine Sorge, das habe ich nicht vor. Ich werde dafür sorgen, dass sie bis aufs Letzte ausgelöscht werden. Angefangen mit diesen Dummköpfen hier. Menschen ekeln mich an. Sie alle verdienen den Tod. Ihr musst nur die Asteriske an sie verteilen, den Rest haben sie übernommen. Ihre Selbstsucht hat den Kristall die Kraft entzogen. Ihre Arroganz hat das Siegel gebrochen. Sie wurden ausgelöscht und das haben sie sich alle selbst zuzuschreiben. Okay. 179.000. Scheiß Schwächen hat sie natürlich auch. Die hat wirkliche Scheiß Schwächen. Wir können mal ein Licht der Gerechtigkeit ausprobieren. Mal gucken, was das an Damage macht. Okay, Tempo De-Buff. Weiß. So, Moment. Jetzt mal easy. Wir machen Extra Element Elektro. Auf die Dolche. Und Extra Element auf das Schwert. Und wir machen Husker auf Gloria. Da spule ich mal vor. So. 999. Das sind 80.000 Damage. Aber sie kriegt BP, die Sau, ne? Etwas gefährlich. Sie macht Default. Okay. Na toll. Das ist nicht so gut. Dann nutze ich jetzt den BP für ein Äther. Das ist wieder slow. Aber die haben noch Wollwerk drauf, die anderen. So, ist Seth noch mit seinem Raff dran? Stummer Sturm. Oh, Wollwerk ist silenced. Oh, Silenced ist natürlich... Okay, er hat noch den Buff. Ich würde jetzt mal mein Schwert ändern. Das Eisbrandschwert. Würde ich wegpacken. Und würde lieber... ein neutrales Element nehmen, oder? Ich denke, ja. Und jetzt können wir mal hier... Vierfachschlag mit Elektro machen. Oh, yes. Das sind auch 10.000 Damage. Niemals vergeben. Niemand wird vergeben. Menschen sind wertlos, nutzlos. Sie müssen vernichtet werden. Ja, ich kann ihn nicht vergeben. Niemals. Deswegen werden sie alle töten. Werde ich sie alle töten. Okay. Elvis ist dran. Wir machen nochmal ein Bollwerk. Oh, das wird jetzt wehtun. Oh, die ganzen Resistenzen runter. What the fuck? Boah, was war das, Alter? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? What the fuck? Oh mein Gott. Was war das denn bitte? 56.000 nur noch. Die Frage ist... Mach ich... Nein, das ist nicht schlau. Jetzt macht sie default. Ich brauche den... Ich brauche den... Ich glaube, ich brauche den Elementarschutz halt, ne? Also ich brauche hier extra Elementblitz auf dem Dolch. Und einmal Äther. Hat ihr noch default drin? Nicht auf Gloria, bitte. Auf alle achte Scheiße, ey. Was ist so helle? Oh shit. Das kann ich vergessen, so. Komm, wir testen mal einen super Temposchlag ohne Schwäche. Macht auch 10.000, das ist gut. So, jetzt, 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 jetzt kann ich was machen. Und zwar mache ich, glaube ich, weil... Weil das ist ja kein physischer Schaden. Ich habe halt jetzt kein Heal, ne? Das ist halt shit. Ich habe halt kein White Mage. Aber einmal würde es ja... Müsste es ja jetzt, äh... Geschützt werden. Müsste ja... Oh, jetzt macht sie default. Shit. Ich habe halt kein Heal. Komm, einmal AOE. Damage müsste doch aus... Müsste sie doch aushalten, oder? Das müsste doch jetzt schützen. Wieso schützt das nicht? Ich habe keine Ahnung. Verstehe ich nicht, um ehrlich zu sein. Verstehe ich nicht. Ich muss jetzt alles auf Gloria machen. Ich muss jetzt alles auf Gloria machen. So, jetzt muss er nur überleben. So, jetzt muss er nur überleben. Ich muss eigentlich... ...ein Elixier auf Elvis machen. Der muss überleben. Der muss jetzt die Angriffe überleben. Oder? Moment. Der Damage müsste reichen. Der muss die... Der muss einfach die Angriffe überleben. Ich hätte erst das Elixier machen sollen. Der Damage reicht. Er hat 9000 HP. Er muss überleben jetzt. Fuck. Hätte er das überlebt, wäre der Kampf vorbei gewesen. Hätte ich gewonnen. Okay. Ich glaube, dann grind ich. Ich glaube, dann grinde ich... Ne, ne, ne. Ich hatte sehr Lack mit dem Retz. Ich brauche mehr als 9999 Damage. Ich glaube, das ist es doch schon, oder? Wenn das... Wenn Gloria das hätte... ...wäre doch alles gut. Ich kann halt gegen diese Super-Kombo nichts machen. Also ich hatte da jetzt ja echt Glück... ...dass ich... ...ah, White Mage wäre halt schlau gewesen, ne. Wo kann man denn am besten Job-Punkte farmen? Ja, als Tank mit zwei Schilden hätte... ...würde wahrscheinlich schon reichen, ne. Ah, das ist wohl wahr. Der hat ja eh keinen Angriff gemacht. Ich glaube, ich versuche es noch einmal. ... Nein, nein. Das verhindert nicht, dass Gruppenangriffe gemacht werden. Leider. Ich versuch's jetzt so nochmal, aber es war halt sehr lucky, dass da der Retz genau im richtigen Moment kam, bei dem Vibe. Das ist halt das kleine Problem. Ich versuch jetzt mal mit Elvis, ob ich da noch irgendwas jetzt, ob sich das hilft. Dingo, moin. Aber ansonsten muss ich leveln, sonst wird's zu wild. Hat sie jetzt den, ja, den Skritt Plus braucht sie ja im Prinzip auch nicht, aber hat sie. Okay, nächster Versuch. Gewusel, Junge. Danke für 39 Monate. Ah, Mist. Ich bin nicht happy. Vor allem mit Adele nicht. Adele ist nützlos. Die macht Hastka und, äh, ja, gut, nee, Quatsch. Die ist nicht nützlos. Die macht die Elementarschwäche, ne? Nützlos ist sie gar nicht. Das macht keinen Sinn. Äh, extra Element Holy. Na, wir machen Blitz. Wir bleiben bei Blitz. Das hat gut funktioniert. Und dann gebe ich ihm auch noch Hastka. Ja, komm. Euch spult vor, weil das dauert. Die Buff-Runde dauert da einfach. So, jetzt machen wir auf jeden Fall einen äh, den, den Heilgeist. Wie heißt der? Der Retzgeist. Wie heißt der denn? Er wird automatisch wiederbelebt, wenn er K.O. geht. Das finde ich sehr gut. Das machen wir. Dann machen wir ein Bollwerk. Und das reicht. Ich hoffe, Gloria kommt jetzt noch dran. Sehr gut. Dann gibt es jetzt erstmal Damage. Okay, Default. Wieder Slow auf Elvis. Oh, ne, 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 ne. Erstmal muss ich meine Waffe wechseln, ne? Ja, ich habe noch das Eisschwert. Das ist doch kappes. Wir nehmen die Blendklinge. Ich gebe ihr BP damit, ne? Das ist das große Problem. Weil guckt euch mal die BP an, wie ihr sie jetzt kriegt. Jetzt kommt gleich wieder der Vibe-Angriff. Aber Damage war krass diesmal. Jetzt hat sie komplett 3 BP. Jetzt gibt es die Zerstörung. Ja, jetzt ist Fripp. What the fuck, ey? Aber sie müsste wieder aufstehen? Hey, Konter. Warum steht sie nicht auf? Sie hatte doch den Geist. Hey, das ist halt zu krank. Das ist halt zu krank. Also. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Das war's für heute. Da war Wall jetzt sehr gut. Das macht trotzdem 999? Krass, habe ich gar nicht damit gerechnet. Dann hätte es jetzt finishen können. Shit. Ich dachte, weil sie nicht den Buff hat, macht es nicht 9999. Shit. Shit, shit, shit. Jetzt ist sie wieder low und gleich kommt der Vibe-Angriff von mir mit 3 BP. Wieder dasselbe Spiel. Krank. 11.000 Damage, das müsst ihr ja doch hinkriegen, oder? Jetzt habe ich halt nicht die Schwäche, aber das müsste doch trotzdem gehen. Komm nicht näher, ich werde dich töten. Endlich bin ich wach. Bin ich am Leben. Es ist zu spät. Der Nexus erwacht. Es ist zu spät. Boah, direkt der nächste Fight? Ja, dann bin ich am Ende. Wenn jetzt direkt der nächste Fight kommt, dann... Das ist also der Nexus der Nacht. Boah, es ist so schwer zu glauben, dass so etwas existiert. Seine Brust, ein Spalt bildet sich darin. Tretet bitte zurück. Ich werde die Kraft der Kristalle wiederherstellen. Gloria. Hört mich an, Kristalle. Hört mich, Hüter der weltlichen Harmonie. Feuer, Wasser, Wind und Erde. Hört mein Gebet und gewinnt eure Kraft zurück. Hört mich an und verbannt den Nexus. Bitte erhöht mein Gebet. Vielleicht doch nicht sofort der Kampf. Ja, sieht ganz danach aus. Warum bist du so kalt? Was hast du getan, Mädel? Wenn wir die Kraft der Kristalle wiederherstellen wollen, gibt es nur einen Weg. Ein Opfer muss gebracht werden. Ich selbst muss mich opfern. Also hattest du das von Anfang an so geplant? Du wusstest, dass das passieren würde? Mein Großvater opferte sein Leben vor mir. Und jetzt gebe ich meines hin. Warum hast du uns das nicht gesagt? Warum? Weil, wenn ich es hätte, würde ich mich stoppen. Of course, ich würde. Of course, ich würde. Entschuldige mich. Bitte. Ich habe nie gedacht, dass du wirklich verabschiedst. Ich habe wirklich nicht gesagt. Ich habe nicht. Hä? Hallo? Ohne Gloria kann ich leider nichts mit niemanden besiegen. Gloria ist die Killermaschine. Hallo? Retz? Ja. Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Doch es gibt sogar, das weiß ich schon, es gibt sogar New Game Plus in dem Game. Muss man etwa auf New Game Plus hier nochmal durch? Für True Ending oder so? Oh mein Gott. Na gut, aber auf jeden Fall sind wir Richtung Finale. Oh, das war jetzt sogar aus Versehen, dass ich Ja gemacht habe, um ehrlich zu sein. Das war Versehen. Als ich meine linke Hand an den Controller gemacht habe, habe ich den Stick gedrückt. Ja gut. Wäre aber wirklich so. Ja. Ja. Und das ist ein ganzes Blick. Ich habe noch nie wirklich gesehen, bis jetzt nicht. Nicht wirklich. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Also was soll das? Ist das nicht einfach super künstlich dumm? Ich meine, warum gehen das Spiel nicht einfach weiter? Warum soll ich denn jetzt laden? Soll ich jetzt... Hä? Welches lade ich denn jetzt? Das ist ja vorher. Jetzt bin ich doch da, wo ich vorher war. Hä, lol, wie schlecht. Irgendwie total unnötig. Total. Irgendwie super weird. Hallo! Brain ist da, Leute. Hallo! Ja! Das Buch zeigt uns sonst immer Szenen aus der Vergangenheit, aber das war doch etwas anderes, oder? Ist es wahr, Gloria? Wird es so enden? Ich... ja. Es geht nicht anders. Damit der Nexus der Nacht verbannt werden kann, muss ich mein Leben opfern. Seine Macht ist unermesslich. Selbst mit Hilfe der Kristalle kann der Nexus nur für begrenzte Zeit gebändigt werden. Bei voller Stärke können die Kristalle das Böse bestenfalls zwei Jahrhunderte lang in Schach halten. Vor 50 Jahren gab mein Großvater sein Leben hin, um ihre Stärke zu erneuern. Er tat seine Pflicht als Monarch der Blutlinie von Musa. Aber dann wurden die Kristalle gestohlen und ihre Segnung missbräuchlich verwendet. Inzwischen ist ihre Kraft fast schon wieder aufgebraucht. Das bedeutet ein weiteres Opfer, und zwar viel früher als erwartet. Und du hast das von Anfang an gewusst? Ja. Und mit der Bürde, die ich tragen muss, habe ich mich längst abgefunden. Mein Leben ist ein trivialer Preis, wenn man es mit den unzähligen Tausenden aufwiegt, die sonst verloren wären. Aber Gloria... Wirden wir es wirklich zulassen, dass sie es tut? Ja, und jetzt? Ich will ja nicht wieder den Boss bekämpfen. Ja, ja, sagt mal. Wir werden nicht zulassen, dass sie es wieder tut. Ja, okay. Ich will einen anderen Weg finden, die Sache zu Ende zu bringen. Aber es gibt keinen. Dein Großvater und Sir Sloan schienen anderer Ansicht zu sein. Ich muss dran glauben, dass sie recht hatten. Warte, das Buch. Vielleicht steht darin, was uns helfen kann. Das ist mein Stichwort. Was? Okay, dann riskieren wir mal einen Blick. Du kannst noch nicht alles lesen, oder? Na schön, ich schätze, uns bleibt nichts anderes übrig. Zeit, die Stadt der Feen zu besuchen. Stadt der Feen? Du meinst, meine Schwester erfuhr vom Nexus der Nacht, bevor sie Mark MacMell verließ, richtig? Vielleicht können wir dort etwas Nützliches herausfinden. Moment mal, ich dachte, Menschen können gar nicht zu deiner Heimatstadt gelangen. Oh, hingelangen werdet ihr ohne Schwierigkeiten. Ob sie euch hineinlassen oder auch nicht. Tja, das steht auf einem anderen Blatt. Ich bin ebenfalls fortgegangen. Und zwar vor so langer Zeit, dass ich nichts so tun kann, als wäre ich nicht von Menschen verdorben worden. Hey. Wie dem auch seid. Etwas anderes fällt uns nicht ein. Also, ich werde einfach versuchen, müssen sie herumzukriegen. Klingt, als müssten wir uns beeilen. Dann los. Der Eingang zu MacMell befindet sich im Wirrwald. Ha? Wo ist der? Du meinst, er war die ganze Zeit direkt vor unserer Nase? Ja, tatsächlich. Sind wir mindestens einmal direkt daran vorbeimarschiert. Okay, dann starten wir den Feen mal einen Besuch ab. Die Gruppe ist nun im Besitz der Kristalle. Moment mal, ich muss mal kurz hier eine Nachricht schreiben. Ich kann sie hören. Ich höre die Stimmen des Hasses. Sie lebt und sie kommt endlich nach Hause. Niemals verzeihen. Oh, keine Sorge, das werde ich nicht. Sie werden sterben. Alle Menschen sterben. Jeder einzelne. Sie haben mir alles genommen. Meine Nächsten. Mein Zuhause. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Und im Gegenzug werde ich ihnen nun alles nehmen. Niemals vergeben. Kommt jetzt. Zerstört alles. Die Menschen, ihre blöde Welt, alles. Das Level-Limit für den Job-Freiberufler wurde aufgehoben. Hä? Halte Ausschau nach besonderen Momenten, die über die Welt verstreuen. Monumenten. Sie gewähren dir Zugang zu verschiedenen Prüfungen. Verstehst du sie, hast du die Möglichkeit, die Level-Limits zu erhöhen. Die bestimmen, wie weit sich ein Job entwickeln kann. Was? 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 Äh Hä? Hä? Wo war nochmal der Wirrwald hier ne? Was ist denn an Mimikry nicht gut? Einfach super Tempo Schlag imitieren? Brain ist da Leute! Was habe ich jetzt hier bei ihm gelevelt? White Match muss ich machen. White Match habe ich gar nicht gespielt, obwohl das besser ist. Naja. So, wir gehen auf jeden Fall in die andere Stadt. Ja, viel wird es ja trotzdem nicht mehr sein. Es kann halt hart sein. So. Volle Kraft fehlt. Ja, aber was hatte ich denn dann? Ja, aber was war denn da? Verstehe ich nicht. Habe ich auch gerade gedacht. Hunterkenner brauche ich doch nicht. Äh, die Frage ist halt. Alter, diese Job-Expander, die sind ja krank, oder? Oh man, get it! Ich glaube, dass es noch ne Menge gibt. Aber wo gibt es diese Monumente? Das ist ja auch ne Frage, ne? Achso, Elvis, der bleibt. Äh, scheißegal. Dann ist er halt überladen. Ich würde gerne in das Dorf. Ähm, klar ist das egal. Braucht den doch eh nicht. Der ist doch jetzt nur dafür da, um XP abzufarmen. Oh, lol. Ich frage mich selbst sehr häufig. Level 10. Okay. Kann ich jetzt nicht hier auf ein paar... Was sind das denn für Monster? Irgendwelche Blood-Monster. Kann ich da nicht mal nen... Äh, Dingens holen? Einen... Also... Hier so ein Köder. Dass man mal so ein bisschen reingrinden kann. Bin ich jetzt schon in der Stadt? Wow. Hey! Open up! It's me! Adele! Ich bin es, Adele! Geh weg! Fort mit dir! Ach komm schon! Hört euch wenigstens an, was ich zu sagen habe. Warum sollten wir? Du hast Menschen nach Magmel gebracht. Hast du alles vergessen, was dir jemals beigebracht wurde? Das sind nicht einfach irgendwelche Menschen, sondern Freunde von mir. Freunde? Du hast menschliche Freunde? Nun bist du auch noch... Auch nicht besser als ein Mensch. Du wirst uns nicht als Unglück bringen. Geh einfach. Hör zu, ich bin nicht hergekommen, um darüber zu streiten. Wer besser ist und wer schlechter. Wir brauchen eure Hilfe, okay? Der Nexus der Nacht steht kurz davor, sich zu befreien. Was? Sprichst du die Wahrheit? Und ob, Lady Esmeralda? Dann haben wir keine andere Wahl, als zuzuhören. Pförtner schaltet die Barrieren ab. Habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt? Doch, natürlich, Lady Esmeralda, sehr wohl. Keine Ahnung, wie die Sache ausgehen wird, aber es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Willkommen in Magmel, Leute. Kommt noch eine Stadt dazu? What? Und hier gibt es bestimmt auch noch die Todeswaffen, oder? Ja, eben, wollte ich gerade sagen. Ich habe versprochen, dass ich nicht wiederkommen würde, bis ich mein Ziel erreicht hätte. Hallo, ich bin Elvis. Menschen, Menschen. Wow. Himmel, ich habe ja schon ab und an einen schlechten ersten Eindruck gemacht, aber das war eine Klasse für sich. Du kannst es ihnen kaum übel nehmen. Die meisten Feen haben jemanden wie dich noch nie gesehen. Oh, verstehe. Wir müssen sie also nur ein bisschen kennenlernen und alles wird gut, oder? Wie damals, als du und ich uns das erste Mal begegnet sind? Wenn es weiter nichts ist. Beziehungsweise zwischen verschiedenen Spezies sind bestimmt... Ja. Wenn du meinst. Aber ich bin sicher, es wird alles gut. Letztendlich gibt es mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede zwischen uns. Komische Vögel wie du sind eher die Ausnahme. Und was genau soll das wieder heißen? Was sagst du immer? Halten wir uns nicht mit Details auf. Ja, stimmt. Komm schon. What? Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Also, dass jetzt noch so viel weiter geht. Okay, da können wir einkaufen. Wenn wir denn da durchkommen. Kann ich hier auch ein Schiff losschicken? Okay, ich komme noch nicht durch. Ich muss erst hier quatschen wahrscheinlich. Wir haben uns zu lange nicht gesehen, Adele. Das stimmt. Es scheint euch gut zu gehen, Lady Esmeralda. Menschenkinder, ihr müsst uns unser schlechtes Benehmen verzeihen. Ich bin Esmeralda, die stellvertretende Regentin von Mecmel in Abwesenheit unseres Königs. Nun, Adele, du hast den Nexus der Nacht erwähnt. Ja, ich fürchte, Edna hat den Bann gebrochen, der ihn im Zaum hielt. Sie will die Menschheit vernichten. Was ist denn das für ein Wahnsinn? Erzähl mir alles, was du weißt, Kind. Ich verstehe. Dann bleib uns wenig Zeit. Unsere Hilfe sei dir gewährt. Aber deine Gefährten müssen gehen. Warte, warum? Wir sind... Sie sind meine Freunde und sie sind keine gewöhnlichen Menschen. Sie wurden von den Kristallen gesegnet. Wer dem auch sei, sie sind und bleiben doch Menschen, Kinder. Und wo Menschen sind, ist das Unglück nicht weit. Wir können nicht riskieren, dass die Tragödien der Vergangenheit sich wiederholen. Nein, ihr versteht es nicht. Diese Leute sind... Sie sind anders. Du wirst mich nicht umstimmen. Ihresgleichen ist... Ihresgleichen ist schwach... Leicht... Leicht in Versuchung zu führen. Bestechlich. Oder willst du mir sagen, dass du auf deinen Reisen nicht mehr als genug Beweise für die Unzulänglichkeit der Menschheit gehabt... Erlebt hast. Die Unterschiede zwischen Menschen und Fählen sind groß und unüber... Brückbar. Sprechen wir nicht mehr rüber. Elvis? Tut mir leid, das musste raus. Hä? Was? Groß und unüberbrückbar von wegen. Ich kann überhaupt keinen Unterschied erkennen. Ich meine, ich bin vielleicht nicht für mein Einsichtsvermögen bekannt, aber in all der Zeit, die ich mit Adele verbracht habe, bin ich nie darauf gekommen, dass sie etwas anders sein könnte als ein Mensch. Nicht... Nicht die blasseste Ahnung. Sie lacht genau wie ich, wird genauso wütend wie ich und sie trinkt gerne ein Gläschen, genau wie ich. Soweit ich das beurteilen kann, ist der einzige Unterziehschied zwischen uns beiden ein paar Flügel, die so klein sind, dass man sie kaum bemerkt. Und was ist mit der konfliktreichen Geschichte zwischen unseren beiden Arten? Ha. Die Geschichte ist Geschichte. All das liegt in der Vergangenheit. Darum nennt man es Geschichte, nicht wahr? Ich sag immer, man soll sich nicht im Detail aufhalten. Hm. Ich habe eine Idee. Setzen wir uns doch auf ein Gläschen zusammen. Oder auch zwei oder drei. Und danach schauen wir nochmal, wie das mit den unüberbrückbaren Unterschieden so ist. Wenn ihr eure Meinung dann immer noch nicht erinnert habt, gehen die Getränke auf mich. Hm. Ha. Du hast Humor, Mensch. Das muss ich dir zugestehen. Es wäre wirklich dumm von uns, jemanden wie dich zu fürchten. Nun gut, wir werden tun, was du vorschlägst, aber leiste dir auch nur einen einzigen Fehltritt und ich werde dich niederstrecken, ohne mit der Wimper zu zucken. Ach. Eine Sache noch. Adele, du hast unseres Wegen viele Mühlen auf dich genommen. Wisst also. Du bist immer noch eine von uns und obendrein eine geschätzte Botschafter für unsere Art. Bringt Wein. Heute Abend stoßen wir mit den Helden des Lichts an. Alter. Wie dumm. Wow. Ah, da bist du ja. Wie ich sehe, hast du dich wieder einmal übernommen. Uah. Diese Esmeralda ist echt ein Fass ohne Boden, oder? Ha. Du hast endlich deine Meisterin gefunden. Das wird dich lernen, so großspurig zu sein. Hey, ich wollte mich bedanken. Wofür? Dass wir dich nach Hause gebracht haben? Nein, dafür, dass du gesagt hast, zwischen uns gäbe es keinen Unterschied. Als wir zusammen unterwegs waren, habe ich dir nie gesagt, was ich wirklich bin. Ich glaube, ich war besorgt, wie du reagieren würdest, wenn du es herausfändest. Ha. Besorgt? Meinetwegen? Ich traue meinen Ohren kaum. Und außerdem, was soll es mich kümmern, was du bist? Ah, du hast recht. Ich hätte wissen müssen, dass es dir völlig egal sein würde. Du bist viel zu flapsig und rücksichtslos und seltsam. Ja. Da zumindest gebe ich dir recht. Bezaubernd. Gut zu wissen, dass ihr euch einig seid. Aber deshalb bin ich wohl... Hä? Nach nichts. Also dann. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir zurückgehen. Kommt, Leute. Ja, so ist es, Yuri. So, ich will jetzt in den Shop. Ich will Ausrüstung kaufen. Vor vielen Jahrhunderten kam eine Menschenfrau nach Mecmell. Wir Feen begrüßen sie mit offenen Armen, aber sie war gekommen, um sich unseren heiligsten Schatz zu nehmen. Unsere Weisheit. Unsere Erinnerung. Sie missachtete unsere alten Gesetze, schlang verbotene Kenntnisse in sich hinein und wurde so zu einer Kreatur von maßlos bösartiger Macht. Der Nexus der Nacht. Exakt. Und seit diesem Tag war es keinem Menschen mehr gestattet, Mecmell zu betreten. Zu Recht möchte ich betonen, aber jetzt droht der Nexus wieder zu erwachen. Eine Gefahr für Menschen und Feen gleichermaßen. Das Böse muss um jeden Preis gestoppt werden. Wenn mir die Frage gestattet ist, Lady Esmeralda, habt ihr eine Idee, wie es gestoppt werden könnte? Ihr besitzt die Asteriske, nicht wahr? Keine Angst, ich habe nicht vor, sie euch wegzunehmen. Ah, ihr habt nicht alle beschaffen können, aber die, die ihr habt, sollten ausreichen. Es ist noch möglich, den Nexus zu besiegen. Glaubt ihr das wirklich? Dort drinnen liegt der Quell des Wissens, der Einblick in aller Weisheit und alle Erinnerungen gewährt. Der Nexus wird gewiss davon angezogen, er muss seinen Durst stillen. Obwohl wir nicht wissen können, was seine Ankunft mit sich bringen könnte, werden wir euch helfen, so gut wir können. Ich werde vorausgehen, Helden des Lichts. Treffen wir uns dort, wenn eure Vorbereitungen abgeschlossen sind. Okay. Es wurde ja schon irgendwann mal vor ein paar Streams gesagt, ich bräuchte später alle Jobs. Offensichtlich brauche ich nicht alle Jobs. Oder? Dürft ihr jetzt sagen? Muss ich die anderen Asteriske noch besorgen? Kommt noch. Okay. So. Kaufen. Was hat sie denn hier? Oh. Dunkelstaat. Och wie teuer. Och wie teuer. Ritterschwert. Nice. Oh. Oh. Ich wollte es nur kaufen erstmal. Dunkelstahl. Element dunkel. Kaufen wir natürlich auch Minimum einmal. Effekt bei Gebrauch. Engel. Auch krass. Das ist ziemlich nice eigentlich für einen Tank Heal hier. Was haben wir denn noch teurer? 26.000. Tempo plus 20. 51.000. Okay, gute Trinkets. Vitra Effekt bei Gebrauch. Krank. Ja gut. Das ist jetzt erstmal egal. Aber hier kann man ordentlich einkaufen. Da muss ich mal die richtigen Klassen haben. Die finalen. Und dann. Rüste ich mal aus. Jetzt ist das Quatsch. Weil ich würde jetzt eh ein bisschen grinden. Und zwar würde ich eigentlich nur hier. Oh nice ey. Chance auf Crit plus 7. Haben die alle ne. Sau stark. Verwirrung ist natürlich nice. Aber Tempo minus 4 da aber auch. Also ist jetzt die Frage. Es ist ja eigentlich Quatsch. Weil ich würde jetzt ja lieber erstmal grinden. Ich brauche definitiv auf Gloria diesen Skill. Da brauchen wir nicht drüber sprechen so. Die kann eigentlich jetzt auch schon die Jobpunktekugel bekommen. so das braucht sie ja. Ah ich habe sogar noch ein paar. Ich habe große 2. Lol. Oh yes. So. Sie brauchen nur noch ein Level ab. Maximalen MP. So. Sie brauchen nur noch ein Level ab. Hat sie nicht oben schick. Ein Jobpunkte Level ab. Wo grindet man denn am besten? Gibt es einen Spot. Das dürft ihr auch spoilern. Wo man am besten grindet. Stimmt ja also ja was bringt mir keine XP. Das ist auch dumm ne. Ich will ja auch Level ups haben. Für für Gewicht und so. Habe ich denn hier Objekte? Ich gucke mal kurz. irgendwas für untote Geister pflanzenartige Monster. Das ist doch super. So das heißt ich würde einmal Riegelro... So jetzt mache ich einmal Riegelrosa Angriff. Ich glaube das ist sinnvoll ne. Mit Seth. Das reicht ja vom Damage locker. Ich brauche nicht mal Riegelrosa Angriff. Weil dann kann ich so einfach zergrinden oder? Ja das ist ja mega. Das ist ja mega. So geht es ja. So nee. Hau rein. Tschüssi Kowski. Ja aber hier sind zu wenig Gegner im Wald ne. Ich bin gerade... Sind das auch pflanzenartige Gegner hier? Ne ne. Oh ich weiß gerade gar nicht ob ich Monsterpannen drin habe. Ja hab ich. So. Soh. 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 Quatsch, ne? Ich mach ihn auch schneller. Was lebe ich denn jetzt noch? Elvis für das Ulti? Na ja, man könnte natürlich jetzt auch noch auf die Suche nach Monumenten gehen, die dann die Dinger freischalten. Pro Toys T3 Sub im 42. Monat. Junge, danke schön. Was ja auch Sinn macht, ne? Weil dann, dann mach ich ja noch Progress. Na ja, aber ich mein, wenn ich noch, dann level ich halt auch noch weiter, vielleicht auch noch den Schwertkämpfer hier. Dann müsste man mal gucken, wo die sind. Das ist ja hier super nervig, das Gebiet. Das mach ich nicht. Nee, 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 pass auf. Wir machen jetzt hier den Cut. Ich schicke jetzt das Schiff los. Das heißt, am Dienstag, ich würde mit dem Spiel starten. Weil, ja, ich starte am Dienstag mit Bravely Default. Dann gucke ich, dass ich ein bisschen grinde. Auf jeden Fall muss ich ja das, das, äh, den Damage Expander haben für Gloria. Und dann, ähm, ja, oder ich mach erstmal Main Quest weiter. Vielleicht geht's ja noch ein Stück. Und dann level ich dabei, ja. Ich glaube, dass das schlau ist. Gibt es hier ein Schiff? Nein. Was heißt, wir müssen... Ja, wir können ja irgendwo hin. Doch, gibt es ein Schiff? Was heißt, wir können ja noch ein Schiff, das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. Ja, man könnte ja vielleicht auch noch den ein oder anderen Rare-Mob machen. Und ich könnte natürlich auch noch Seth mit der Beidhändigkeit, wäre halt noch ein krasses Passiv auf ihm, ne? Da braucht man da auch nur level 9, meine ich, oder? Ja, und der hat Job-Punkte plus. Das geht ja eigentlich schon. Ähm, wo war das? Ne, auf level 11. Ja, das ist natürlich ätzend. Neu, weil man jetzt überall die Sachen kaufen kann. Kann man eigentlich auch dieses, äh, Köder-Food kaufen? Oh ja, wie nice. Oh ja, das ist ja super nice. Erst jetzt kann man das kaufen, ab Kapitel 6. Ach, krass. Es gibt doch bestimmt Nebenquests, die Job-Punkte Kugeln geben, oder? So, dann gehen wir hier in Standby. Alter, das Game ist nach wie vor die absolute Wucht. Was soll ich dazu sagen? Ich freue mich, am Dienstag drauf weiter zu spielen. Das wird nice. Ein, zwei Level, da, äh, oder Klassen noch aufmaxten. Dann gucke ich mir mal diese, diese Monumente an. Dann versucht man mal den echten Boss. Äh, geil einfach. Ist cool. Ich glaube, der Hit, äh, der Damage-Expander wird so krass sein auf Gloria. Ich bin gespannt aufs Game einfach. Es ist nice, es ist nice, es ist nice. Äh, aber ich würde sagen, da Mittwoch ja dann retro ist, ähm, und Donnerstag kommt Outriders. Für die Monumente brauchst du halt alle Jobs, ja. Ähm, ja, werde ich sehen. Jetzt werde ich sehr wahrscheinlich am Dienstag echt den letzten Stream damit machen. Es sei denn irgendwas Krasses. Ich schaffe den Boss nicht. Kann ja auch sein. Dann mache ich das natürlich noch, aber das soll schon jetzt zum Abschluss kommen. Das Game ist mega. Wie läuft das Game? Das ist eine 10 von 10. Wirklich, eines der besten Switch-Spiele. Ultra krass. Ist jetzt auch erstmal egal. Wir sehen uns, äh, morgen. Morgen ist Montag. Dann kommt der Utz. Es wird toll. It Takes Two. Wir werden gemeinsam hier vielleicht auf der Count of so Sesseln. Vielleicht hauen wir uns hier die Sessel hin und machen es uns hier sehr gemütlich und spielen It Takes Two gemeinsam. Ähm, sehr, sehr entspannt. Mit einem Bierchen vielleicht dabei. Ähm, also freut euch da drauf. Auf einen sehr geselligen, äh, entspannten Nachmittag. Morgen. Ab 17 Uhr. Ähm, ansonsten. Ja. Ansonsten. Dienstag Bravely Default. Mittwoch Paper Mario auf der Wii. Und, äh, Punch Out. An Mittwoch das letzte Mal Punch Out im Retro-Mittwoch. Und danach machen wir eine Challenge. Wird auch geil. Ja, geil. Donnerstag Outriders und Lunar Magic. Junge, fett. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Danke fürs Dabeisein und euren krassen Support. Vielen Dank nochmal an Eliminator, der heute einfach 150 Euro donatet hat. Vielen herzlichen Dank. Habt einen guten Start in die Woche. Und wenn ihr Lust habt, bis morgen um 17 Uhr zu einem geselligen It Takes Two Stream. Ja. Äh, Schüssikowski, Horido. Bis morgen. Bis morgen.